Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Collegium Milveticum in intimen Rahmen, aber nichtsdestotrotz. Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet Experimentieren zur Praxis wissenschaftlichen Forschens. Organisiert hat dieser Anlass Hartmut Fonsas, er ist stellvertretender Leiter hier am Collegium Milveticum und Leiter des Ludwig-Fleck-Zentrums. Er lässt Sie aus dem fernen Berkeley, Kalifornien, herzlich grüßen. Er ist zurzeit als Gastprofessor in Berkeley, wollte ursprünglich für den heutigen Anlass zurück nach Zürich kommen, aber aus der mindlichen Gründe hat es nun doch nicht gereicht. So müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Mein Name ist Martin Schmid, ich gehöre der Geschäftsleitung des Collegium Milveticums an und bin dort primär für alles, was mit Kommunikation zu tun hat, verantwortlich. Von Haus aus bin ich Historiker, eine Disziplin in der das Experiment und vor allem die Reproduzierbarkeit einen gewissen schweren Stand hat. In diesem Sinne bin ich selber ein Experiment für den heutigen Nachmittag und Abend. Die Veranstaltung ist grundsätzlich vom Ludwig-Fleck-Zentrum organisiert. Das Ludwig-Fleck-Zentrum gehört seit 2005 hier zum Collegium Milveticum. Es ist eine wissenschaftstheoretische Forschungseinrichtung und verfolgt insbesondere zwei Interessen. Erstens steht es für einen interdisziplinären Ansatz, der die theoretische Beschreibung wissenschaftlicher Praxis mit der geistessozial- und naturwissenschaftlichen Praxis selbst ins Gespräch bringt. Zweitens sieht es sich in der Tradition von Ludwig-Fleck, in dem der Fokus auf die konkreten sozialen Kontexte wissenschaftlichen Arbeitens und dessen Voraussetzungen, Stilen und Apperturen gelegt wird. Die Klammerbemerkung Teil 3 sagt es, es ist nicht der erste Anlass zu diesem Thema, zu diesem Titel. Es ist der dritte, sozusagen ein Langzeitexperiment und wir hatten die erste Veranstaltung bereits im Dezember 2017, wo wir ebenfalls wie heute vier Experten eingeladen hatten, die die folgenden Disziplinen und Bereiche abdeckten. Wir starteten mit Gunhild Berg, einer Universistin, ihr folgte Tilman Esslinger, ein Physiker, anschließender Chemiker Reinhard Nesper, sowie der Philosoph Michael Hampe. Es ging dann weiter im März 2018, vor knapp drei Monaten, mit Peter Brucker, ein Verhaltensneurologe und Neuropsychiater, Marcel Weber, Wirtschaftstheorie, dann Martin Quack, physikalische Chemie und der Physiker und Philosophe Norman Sciarocca. Heute haben wir wiederum vier Experten aus verschiedenen Disziplinen eingeladen und diesmal auch mehrheitlich aus dem Ausland, mit Joachim Weimann aus Magdeburg, Anne Dippel, Jena, Philipp Treutlein, Basel und mit Hans-Jörg Reimberger aus Berlin. Diejenigen, die auch die Referate und die Diskussion der beiden vorangegangenen Veranstaltungen sich anhören möchten, haben die Gelegenheit dazu. Wir haben diese beiden Veranstaltungen aufgenommen, wir werden auch die heutige Veranstaltung aufnehmen und Sie können diese Veranstaltung, diese Referate nachhören auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal. Damit komme ich zum heutigen Programm. Wir werden das in zwei Blöcken abhalten. Wir werden von 14.30 Uhr bis circa 17 Uhr mit Herrn Joachim Weimann und Frau Anne Dippel beginnen, dann eine Pause einschalten, wo wir ein bisschen durchatmen können. Es wird auch relativ warm werden in diesem Saal. Draußen gibt es die Möglichkeit, Kaffee zu trinken. Es werden auch noch einige Süßigkeiten aufgetischt und nach der Pause werden wir dann mit Philipp Treutlein und Hans-Jörg Reimberger den Abend beschließen. Vom Ablauf her sieht es so aus, dass wir jeweils ein längeres Input-Referat hören werden und anschließend haben wir genügend Zeit, uns auszusausen, zu diskutieren und ich würde mir eine sehr aktive und interessante Diskussion wünschen. Dafür haben wir hier diese Catchbox, nennt sich das. Da kann man zuwerfen oder weitergeben und man sollte einigermaßen da ins Mikrofon reinreden, damit die Voten auch nicht verloren gehen. Ich habe den Kaffee angesprochen, noch etwas für die anderen menschlichen Bedürfnisse. Das Klo wäre, wenn Sie das Foyer dann rechts rausgehen, alles geradeaus und dann, wenn Sie zur Tür kommen, auf den linken beiden Seiten, links und rechts ist jeweils ein Klo vorhanden. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem heutigen Experiment mit Herrn Prof. Dr. Joachim Weimann. Ich stelle ihn ganz kurz vor. Er ist ein Rheinländer, ist in Düsseldorf geboren und studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld. Er promovierte und habilitierte an der Uni Dortmund und ist seit 1994 Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und mich zunächst einmal bei den Organisatoren bedanken, dass sie mich eingeladen haben, um heute hier vorzutragen. Ich finde den interdisziplinären Austausch, gerade zu methodischen Fragen, was das Experimentieren angeht, auswichtig und interessiert mich sehr und es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, den zu pflegen als so ein Glockführung. Von daher bin ich wirklich sehr froh, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein. Ich habe einen Vortrag vorbereitet und als ich den vorbereitet habe, muss ich sagen, war das verbunden mit einigen Entscheidungen unter Unsicherheit. Weil diese Unsicherheit, das Sie so offen sagen, betrifft Sie. Weil ich wusste nicht, weiß immer noch nicht so richtig, wie der Zuhörerkreis besetzt ist und ich weiß vor allen Dingen nicht, was Sie wissen, was Sie zum Beispiel über ökonomische Experimente wissen. Keine Ahnung, wie weit Ihr Vorwissen da ist. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was Ihre Erwartungen an meinen Vortrag sind. Also das Ganze war so ein bisschen Stochern im Nebel, aber ich habe dann einfach mir ganz mutig gesagt, die wissen eh nichts. Also musst du Ihnen erstmal klar machen, was das ist, Experimente in der Wirtschaftswissenschaft und wahrscheinlich wollen Sie wissen, was das taugt und ob das gut oder schlecht ist. So ungefähr ist mein Vortrag aufgebaut, dass er diese beiden Dinge versucht, so ein bisschen anzureißen. Also wirklich nur anzureißen. Ich habe gerade mit einer Kollegin zusammen, Frau Rosi Koch von der Universität Essen, das Manuskript für ein Lehrbuch zur experimentellen Methoden der Wirtschaftswissenschaft fertiggestellt. Das hat 400 Seiten. Okay, davon werde ich nicht alles heute präsentieren können. Das haben Sie wahrscheinlich verständlich. Also es ist schon ein sehr mächtiges Gebiet und da kann man eine Menge zu sagen. Auch da wieder eine Auswahl zu treffen, ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, Ihr habt die Richtigen getroffen. Fangen wir damit an, dass wir die experimentelle Ökonomik ein bisschen vorstellen. Es ist eine Methode, die in der Wirtschaftswissenschaft noch vergleichsweise jung ist. Bis in die 90er Jahre hinein konnten Sie Ökonomie studieren, zumindest an einer deutschen Universität, ohne jemals zu erfahren, dass es in der Ökonomie auch sowas wie Experimente gibt. Das war ohne weiteres möglich. Ich kann das wirklich so authentisch berichten. Ich selbst habe in meinem Studium auch nichts zu den Experimenten gehört oder hätte nie erfahren, dass es Experimente gibt, wenn ich nicht in Bielefeld studiert hätte. Und damals war Reinhard Selten, Professor in Bielefeld, Reinhard Selten, Nobelpreisträger, der einzige deutsche Ökonomie-Nobelpreisträger und Mitbegründer der experimentellen Methode. Und der ist immer in unsere Vorlesung gekommen und hat Versuchspersonen akquiriert. Wir haben nie verstanden, was das soll, aber immerhin wussten wir, dass es so etwas Ähnliches wie Experimente gibt. Aber das war eine Ausnahme. Bis in die 90er Jahre hinein hatte das wenig Widerhall in der Lehre bis überhaupt nicht. Das hat sich grundlegend geändert. Heute sind Experimente in der Wirtschaftswissenschaft ein fester Bestandteil des Methodenkastens, des Instrumentenkastens, über den wir verfügen. Mittlerweile ist es völlig klar, dass in allen wichtigen Journalen, in den internationalen Journals, experimentelle Arbeiten veröffentlicht werden. In unserer Disziplin sind Publikationen in international Peer-Reviewed Journals, dass die Währung, in der wir unsere Reputation messen und dazu gehören auch, da tragen auch experimentelle Arbeiten in diesen Arbeiten mittlerweile gleichwertig zu theoretischen Arbeiten zu. Wir haben seit letztlichen Jahren ein eigenes Field Journal, Journal of Experimental Economics. Inzwischen gibt es noch zwei, drei andere, aber das ist das Leading Field Journal. Also das zeigt schon, dass sich die Profession da einigermaßen fest etabliert hat. Das zeigt sich nicht zuletzt auch an der Tatsache, dass es mittlerweile sechs Nobelpreisträger gibt, die nicht nur für ihre experimentellen Arbeiten ausgezeichnet wurden, aber doch beispielsweise für Teile, teilweise zumindest dafür. In einem Fall allerdings gerade für die nicht-experimentellen Teil, das war gerade Reinhard Selten. Reinhard Selten ist eigentlich ausgezeichnet worden für seine theoretischen Arbeiten zur Spieltheorie, das ist ein Konzept des Teilswirkens Gleichgewicht, das ist etwas, was mit Experimentieren eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, aber er war eben gleichzeitig einer der Begründer dieser Methode in den Wirtschaftswissenschaften. Wie müssen wir das einordnen in die ökonomische Disziplin? Was ist Wirtschaftswissenschaft überhaupt? Außerhalb unserer Profession existieren da sehr krude Vorstellungen teilweise darüber, was Wirtschaftswissenschaftler eigentlich zu tun. Der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, ist letztendlich die Frage, wie sollen wir mit knappen Ressourcen umgehen und das tun wir als Verhaltenswissenschaftler. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wie entscheiden Menschen, Individuen, wenn sie knappe Ressourcen, für die es alternative Verwendungen gibt, einsetzen wollen? Wie machen die das? Das ist das zentrale Problem und das zentrale ökonomische Problem dahinter ist eben, dass Ressourcen knapp sind, die Knappheit nicht zu beseitigen ist und man deswegen letztendlich dieses Knappheitsproblem irgendwie in den Griff kriegen muss, indem man sich überlegt, wie man am besten damit umgeht. Ich will das nur so ganz kurz, ganz allgemein umreißen, aber letztendlich geht es immer um die Lösung von Knappheitsproblemen bei uns. Wenn wir ein klein bisschen in die Geschichte schauen, dann muss man feststellen, die Wissenschaftsgeschichte, dass die Ökonomik sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts grundlegend von anderen Verhaltenswissenschaften in ihrer Methodik unterscheidet. Sie ist vollkommen entpsychologisiert worden damals. Es gab ursprünglich mal einen sehr starken Konnex zwischen der Wirtschaftswissenschaft, der Nationalökonomie, wie sie damals hieß, und der Philosophie auf der einen Seite und der Psychologie auf der anderen Seite. Das sind eigentlich die Wurzeln der frühen Ökonomen zu suchen. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Evolution, wenn Sie so wollen, oder auch Emanzipation, die dazu geführt hat, dass die Disziplin komplett entpsychologisiert worden ist. Dafür gab es eine Hinwendung zu formalen Theorien. Ich will Ihnen versuchen, das so ein bisschen in einer Art dogmengeschichtlichen Kurzfassung zu erläutern, wie das zustande kam. Das hängt sehr eng zusammen mit einem herausragenden Vertreter unseres Fachs, Wilfredo Pareto, 1848 bis 1923. Übrigens in der Schweiz, in Lausanne, auf dem Lehrstuhl, auf dem vor ihm Leon Walras tätig war. Wilfredo Pareto ist ein, wenn man so will, Universalgelehrter gewesen. Er ist eigentlich Ingenieur, hat Ingenieurwissenschaften studiert, hat auch als Ingenieur gearbeitet, hat sich dann der Nationalökonomie zugewandt, wurde dann aber am Ende Soziologe und sein Hauptwerk ist ein soziologisches Werk. Aber er hat unglaublichen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Wirtschaftswissenschaft genommen. Die Ökonomik befand sich zu seiner Zeit in so einer Art vorwissenschaftlichen Zustand, vielleicht kann man das so ausdrücken, gekennzeichnet war sie, dass dadurch, dass sie im Wesentlichen eigentlich als Bestandteil anderer Disziplinen gesehen wurde. Insbesondere, wie schon gesagt, die Philosophie Adam Smith, der ohne jeden Zweifel der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft ist, war schottischer Moralphilosoph, also ein Philosoph und kein originärer Ökonom. Und die Psychologie, zu der es starke Verbindungen gab, zu deren Hauptinstrumentarium damals aber, das war noch vor der empirischen Psychologie und vor der evidenzbasierten Psychologie, eben die Methode der Introspektion war. Was zur Folge hatte, dass ihr wissenschaftlicher Status zumindest, sagen wir mal, unklar war in vielen Kontexten. Das war die Situation und Pareto hat diese Situation als vollkommen unbefriedigend befunden und war, sein Programm stand darin, wir brauchen eine Emanzipation von den anderen Disziplinen. Wir müssen versuchen, die Nationalökonomie zu einer eigenständigen Disziplin zu machen, weil nur so können wir die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, wirklich sinnvoll wissenschaftlich lösen. Orientiert werden sollte das Ganze an den Naturwissenschaften, also man wollte sich ganz bewusst lösen von dieser, ja, der im Status nicht so ganz klaren Psychologie und Philosophie, man wollte sich orientieren an den Naturwissenschaften. Und dazu war erst einmal eine doch relativ radikale Trennung von der Psychologie notwendig. Man musste von dieser Introspektionsmethode weg, man musste hin zu Methoden, die eine intersubjektive Überprüfung erlauben, um diesen Status der Wissenschaftlichkeit zu gelangen, in diesen Status zu gelangen, dem man den Naturwissenschaften zustorben. Die Frage ist natürlich, wie erklärt man als Verhaltenswissenschaft Verhalten ohne Psychologie? Wie macht man das? Das ist auf den ersten Blick relativ widersprüchlich. Das paritianische Programm bestand von Anfang an aus, wenn Sie so wollen, zwei Teilen. Der erste Teil, der betrifft das Verhaltensmodell, das die Wirtschaftswissenschaft benutzt. Und das paritianische Verhaltensmodell steht in dem sogenannten Rationalmodell. Was damit hinter steckt, werde ich Ihnen gleich erläutern. Der zweite Teil war dann die Wohlfahrtsökonomik auf der Grundlage des Pareto-Kriteriums. Man muss sich das so vorstellen, wenn man ökonomische Themen, ökonomische Fragestellungen behandeln will, dann muss man einerseits eine Theorie haben, die erklärt, wie sich der Einzelne verhält, wenn er mit einer Knappheitssituation konfrontiert ist. Das sind wir alle in unseren ökonomischen Handlungen jeden Tag. Wir haben alle begrenzte Einkommen, die Ressourcen sind begrenzt, wir haben Preise und so weiter. Wir müssen Wahlhandlungen vornehmen, jeder Einzelne von uns jeden Tag. Wir müssen irgendwie eine Theorie haben, die erklärt, was Menschen tun, wenn sie mit solchen Auswahlproblemen konfrontiert sind. Aber natürlich leben wir nicht als isolierte Wesen, sondern wir leben in Gesellschaften. Und die Bedürfnisse und die Inanspruchnahme von Ressourcen, die wir jeweils für uns tätigen, die begrenzen sich gegenseitig, eben weil Ressourcen knapp sind. Das heißt, man muss auch etwas haben, man braucht eine Theorie darüber, wie man Konflikte, Verwertungskonflikte, Verwendungskonflikte von Ressourcen bestmöglich löst. Das ist der zweite Teil, das ist diese Wohlfahrtsökonomik. Man braucht beides und das paratianische Programm liefert beides. Was heißt Rationalmodell, Theorie rationaler Entscheidung oder Rational Choice? Ist eigentlich sehr einfach. Parita hat gesagt, wir müssen die Wahlhandlungen von Individuen zunächst einmal begreifen als das Ergebnis eines rationalen Auswahlkalküls. Dieses rationale Auswahlkalkül setzt natürlich voraus, dass wir davon ausgehen können, dass Menschen etwas besitzen wie eine vollständige Präferenzordnung über die Alternativen, aus denen sie auswählen. Also wenn Sie sich einfach die Wahlvorgänge, die da zu treffen sind, vorstellen, in einer sehr abstrakten Form, Sie haben eine Menge von Alternativen, aus der müssen Sie auswählen und die Voraussetzung ist, jedes einzelne Individuum verfügt über eine Präferenzordnung, das heißt, es kann jederzeit angeben, wenn es zwischen die Wahl zwischen zwei Alternativen gestellt wird, welches es vorzieht, beziehungsweise ob es indifferent zwischen den Alternativen ist. Eine solche Präferenzordnung kann man dann über eine Nutzenfunktion abbilden. Eine Nutzenfunktion ist einfach eine mathematische Vorschrift, die jedem einzelnen Element dieser Menge eine Zahl zuordnet und mit dieser Funktion kann man dann rechnen, gewissermaßen. Das ist die Voraussetzung, die man trifft und wenn man diese Voraussetzung trifft, dann kann man Verhalten, individuelles Verhalten, individuelles Auswahlverhalten als das Ergebnis von Optimierung begreifen. Das ist der Kern des Rationalmodells. Also Rationalität definiert sich als die konsistente Wahl bei einer gegebenen Präferenzordnung, also bei gegebenen Zielen, wenn Sie so wollen. Rationalität definiert sich damit als die Vermeidung von Fehlern. Gegeben meine Präferenzen, gegeben meine Ziele, tue ich genau das, was diesen Zielen am Besten dient und mache keinen Fehler dabei. Das ist der Kern des Rationalmodells, Rational Choice. Allerdings brauche ich dann natürlich noch, wenn ich konkret werden will, auch eine Annahme darüber, wie denn die Präferenzen inhaltlich aussehen. Was ist denn, wie sieht die Präferenzordnung aus, wenn ich eine beliebige Menge von Güterbündeln zum Beispiel vor mir habe und jetzt etwas darüber sagen soll, was werden Menschen wählen. Nun die übliche Annahme, die in der neoklassischen Ökonomie gemacht wurde, ist dabei die, dass Menschen Präferenzen haben, bei denen sie zuallererst an sich selbst denken und ihre nächsten Angehörigen und in diesem Sinne eigennützig sind und die Präferenz besitzen. Mehr Einkommen ist besser als weniger Einkommen. Aber diese Annahme, das ist eine, wenn Sie so wollen, Arbeitshypothese. Und zwar eine, die man getroffen hat und die man verwendet hat, weil sie in vielen Bereichen äußerst erfolgreich ist, aber an der Ökonomen nicht gewissermaßen gebunden sind, sondern sie können sich auch sehr gut vorstellen, dass Menschen andere Präferenzen haben. Aber das ist ein Thema, da kommen wir vielleicht noch später etwas genauer zu. Die erste große Forschungsfrage des paratialischen Programms war dann eigentlich, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Entscheidungen, die wir so beobachten, tatsächlich das Ergebnis eines Optimierungskalküls sind. Die Antwort auf diese Frage ist alles andere als trivial und sie ist erst relativ spät geliefert worden durch die Theorie der offenbarten Präferenzen. Die geht auf Samuelson zurück, Paul Samuelson. Und die Theorie offenbarter Präferenzen liefert uns zwar eine Grundlage dafür, dass wir sagen können, okay, unter relativ leicht zu erfüllenden empirischen Voraussetzungen, was das Wahlverhalten von Menschen angeht, dürfen wir tatsächlich annehmen, dass da Optimierung stattfindet. Aber das hat Grenzen. Ich kann auf diese Details im Zusammenhang da nicht eingehen. Aber dennoch, diese Theorie hat eigentlich dazu geführt, dass man gesagt hat, na gut, letztendlich können wir schon davon ausgehen, dass Menschen optimierendes Verhalten zeigen. Nun, wenn man Entscheidungen in diesem Sinne modelliert, wenn man also sagt, alles, was wir als Entscheidung beobachten, ist letztendlich nichts anderes als das Ergebnis von Optimierung, dann braucht man keine Psychologie. Dann ist es völlig verzichtbar, sich Gedanken darüber zu machen, wie Menschen Präferenzen bilden, wie sie sich verändern oder was auch immer, welche Emotionen sie dabei haben, ist alles völlig uninteressant. Solange man dafür ausgehen kann, die haben eine Präferenzordnung, darf ich optimieren. Und optimieren, dazu brauche ich nur ein einziges Instrument und das ist die Mathematik. Das heißt, die Mathematik ersetzt im Grunde genommen die komplette Verhaltenstheorie. Oder sie ist die ökonomische Verhaltenstheorie, wenn Sie so wollen. Ich will Ihnen das mal kurz demonstrieren, wie sich das auswirkt. Das sind zwei Seiten aus einem ökonomischen Lehrbuch, maskulär Winston Green. So sehen ökonomische Lehrbücher aus. Da steht nichts von Verhalten drin, das ist reine Mathematik. Sie können sich vorstellen, wie geschockt Studenten häufig sind, die Wirtschaft studieren, weil sie nichts mit Mathe zu tun haben wollen. Und dann sehen die so etwas. Das erklärt teilweise die hohen Dropout-Raten bei uns. Aber das nur am Rande. Aber das ist die Konsequenz. Die Mathematik ersetzt im Grunde genommen die Verhaltenstheorie. Der zweite Teil des pausianischen Programms ist die Wohlfallsanalyse. Das heißt, die Frage, wenn wir Individualverhalten erklären können, dann ist das ja sehr schön. Aber wie sagen wir etwas darüber, wie gut, schlecht oder wie auch immer qualifiziert gesellschaftliche Zustände sind? Also wie beurteilen wir, ob die Verwendung von knappen Ressourcen, die Allokation von Ressourcen in einem gewissen Sinne sinnvoll ist, wünschenswert ist oder wie auch immer? Und wie tun wir das vor allen Dingen wertfrei? So, dass wir nicht in eine Disziplin geraten, in der man sich einfach nur gegenseitig die verschiedenen Werturteile um die Ohren haut, sondern die einen Konsens darüber erzielen kann, wann eine Allokation als gelungen zu bezeichnen ist. Nun, das geschieht im Rahmen der Wohlfahrtsekonomik, der Grundlage des sogenannten Pareto-Kriteriums. Der Name ist auch, wenn Fredo Pareto zurückgeht. Er hat dieses Kriterium, das bis heute wirklich die wichtigste Grundlage der Wohlfahrtsekonomie ist, ursprünglich als Ingenieur für die Ingenieurwissenschaften entworfen. Die Idee kann man auch sehr einfach anhand dieser ingenieurwissenschaftlichen Anwendung erklären. Er hat gesagt, die Güte einer Konstruktion, einer Maschine, kann man folgendermaßen beschreiben. Solange es noch möglich ist, eine Maschine so umzukonstruieren, dass dadurch ein Leistungsparameter dieser Maschine besser wird, ohne dass irgendein anderer Leistungsparameter schlechter wird, solange das noch möglich ist, ist die Maschine noch nicht effizient konstruiert. Ein sehr überzeugendes Kriterium. Das hat er einfach auf die Ökonomie übertragen. Und auf die Ökonomie übertragen bedeutet es ganz einfach, eine Situation ist noch nicht effizient, die Verwertung von Ressourcen ist noch nicht effizient, solange es noch möglich ist, irgendein Individuum in der Gesellschaft besser zu stellen hinsichtlich seiner materiellen Versorgung, ohne dass man dabei ein anderes Individuum schlechter stellen muss. Also solange ich durch Reallokation von Ressourcen noch eine Verbesserung hinkriegen kann in der materiellen Versorgung von Menschen, ohne dass ich irgendeinen anderen in seiner materiellen Versorgung verschlechtern muss, solange das noch möglich ist, bin ich noch nicht in einer effizienten Situation. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, bin ich in einer effizienten Ressourcenverwendung. Nun, das ist natürlich kein wertfreies Kriterium für die Beurteilung von Allokationen. Selbstverständlich ist es werthaltig, es ist normativ. Aber es ist eine Norm, auf die man sich relativ leicht verständigen kann. Es ist ein wunderbarer Kandidat für einen Minimalkonsens. Denn warum sollte man sich mit Pareto-ineffizienten Allokationen zufrieden geben? Wenn es doch möglich ist, jemanden besser zu stellen, ohne einen anderen schlechter zu stellen, warum sollte man das nicht tun? Da müsste man schon sehr gut argumentieren, warum das besser sein sollte. Und daher war dieses Kriterium eines, auf das man sich relativ leicht verständigen konnte, weil es vor allen Dingen auch jeglichen Konflikt vermeidet. Ein Konflikt entsteht ja immer dann, wenn Sie gerade keine Pareto-Verbesserung thematisieren, sondern wenn Sie jemanden besser stellen wollen und dafür jemanden anders schlechter stellen müssen, dann haben Sie einen Konflikt. Aber solange Sie sich einfach darauf konzentrieren, wir wollen erstmal Pareto-effiziente Zustände erreichen, vermeiden Sie diesen Konflikt. Das war unter anderem das Geheimnis des Erfolges des Pareto-Kriteriums und der paretianischen Wohlfahrtsökonomie. Damit ist gewissermaßen das paretianische Programm erst einmal komplett. Die Ökonomik wird zur Wissenschaft dank des Rationalmodells, kann sie dabei individuelle Entscheidungen wertfrei und intersubjektiv analysieren und braucht dazu keine andere Wissenschaft mehr außer der Mathematik. Aber das ist ja okay, die wird ja überall gebraucht, von daher keine Sorge, dass die Autonomie der Wissenschaft irgendwie bedroht wäre. Und dank des Pareto-Kriteriums können wir gesellschaftliche Zustände relativ wertfrei bewerten und Konflikte zwischen individuellen Entscheidungen und Verwertungsansprüche, die sich dort gegenseitig begrenzen, relativ konfliktfrei beurteilen. Man kann der ganzen Geschichte nicht gerecht werden, der ganzen Wissenschaftsgeschichte, die dann letztendlich auf die Experimente hinausläuft, ohne die Rolle der Spieltheorie zu erwähnen. Spieltheorie, deren Geburtsstunde schlägt 1944 mit dem Entscheidenden des Buches, Theory of Games and Economic Behavior von John von Neumann und Oskar Morgenstern. John von Neumann, ein amerikanischer Mathematiker ungarischer Herkunft, viele bezeichnen ihn als den größten Mathematiker seines Jahrhunderts. Oskar Morgenstern, ein österreichischer Betriebswirt, die beiden haben dieses Buch geschrieben, in dem die Grundlage der Spieltheorie gelegt wurde. 1950 gelang dann John Nash, amerikanischer Mathematiker, der Nachweis, dass jedes nicht kooperative Normalformspiel mindestens ein Nash-Gleichgewicht besitzt, das ist das Nash-Theorem und dieses Theorem hat dann letztendlich dazu geführt, dass die nicht kooperative Spieltheorie zu dem wichtigsten Konzept innerhalb der modernen Wirtschaftstheorie geworden ist. Warum? Warum geht es erstmal in der Spieltheorie? In der Spieltheorie geht es darum, sogenannte strategische Interaktionen zu analysieren. Strategische Interaktionen bestehen immer dann, wenn die Entscheidung eines Akteurs, die beste Entscheidung, die er treffen kann, davon abhängt, was ein anderer Akteur macht, gleichzeitig aber das, was der andere Akteur bestens tun kann, davon abhängt, was der erste tut. Dann haben Sie eine strategische Interaktion. Die zu analysieren, nicht trivial ist. Und Spieltheorie und insbesondere das Konzept des Nash-Gleichgewichts liefert uns eine Möglichkeit, das zu analysieren und der riesige Vorteil, den das Nash-Theorem bietet, ist, diese Theorie oder diese Methode, die Spieltheorie ist erstmal nur eine Methode, angewandte Mathematik, sichert die Lösung von Problemen. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, eine strategische Interaktion als ein nicht kooperatives Spiel zu modellieren, dann weiß ich, das sagt mir das Nash-Theorem, das ist bewiesen, dass dieses Problem auch eine Lösung hat. Für Wissenschaftler eine ideale Situation. Es gibt nichts Schlimmeres für Wissenschaftler, als über ein Problem nachzudenken, von dem sich am Ende herausstellt, dass es keine Lösung dafür gibt. Das Lösung von Rätseln macht nur Sinn, wenn es auch eine Lösung für das Rätsel gibt. Und das sichert uns das Nash-Theorem. Das war der Grund, warum die Spieltheorie einen Siegeszug angetreten hat, der seinesgleichen sucht in der Wirtschaftstheorie. Okay. Das alles begründet das, was man die neoklassische Wirtschaftstheorie bezeichnen kann. Wenn Sie im Fernsehen oder in den Medien irgendjemand davon reden hören, dass da jemand neoliberale Politik macht und das ist alles ganz grausam und schlecht und schlimm, dann hat das relativ wenig damit zu tun, was die Neoklassik betreibt. Neoklassik ist ein Theoriegebäude, das mittlerweile extrem groß ist, das man als einzelner Forscher nicht mehr überblicken kann und das eigentlich alle Facetten ökonomischen Lebens und alle Arten von Problemstellungen analytisch durchdrungen hat, mathematisch durchdrungen hat und das methodisch auf drei Säulen steht, nämlich einmal auf dem Rationalmodell, dann auf der paratianischen Wohlfahrtsanalyse und der Spieltheorie. Und dieses Gebäude hat einfach enorme Vorteile. Es ist ein umfassendes Analyseinstrument. Wir können alles damit letztendlich thematisieren, wenn Sie so wollen. Es liefert der Wirtschaftswissenschaft eine eindeutige Alleinstellung. Keine andere soziale oder gesellschaftswissenschaftlich verfügt über ein gleichbar geschlossenes theoretisches Gebäude. Und das ist für eine wissenschaftliche Disziplin schon eine sehr luxuriöse Situation und erklärt die hohe Persistenz dieser neoklassischen Theorie, die übrigens auch exzellente Mechanismen entwickelt hat, um mit empirischer Kritik klarzukommen. Man kommt der Neoklassik nicht so ohne weiteres bei. Okay, das ist die, wenn Sie so wollen, erstmal die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung hin zur Theorie. Wie muss man das jetzt beurteilen? Nun, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die ökonomische Modellbildung, die mithilfe des neoklassischen Instrumentariums möglich ist mit dem mathematischen Instrumentarium, was wir da haben, es erlaubt, Modelle zu entwickeln, innerhalb derer Kausalnachweise absolut wasserklar möglich sind, glasklar möglich sind, weil sie schlicht und ergreifend innerhalb axiomatischer Systeme stattfinden und innerhalb eines axiomatischen Systems kann man die Richtigkeit eines Theorems beweisen. Man kann beweisen, dass aus bestimmten Voraussetzungen, Modellvoraussetzungen, bestimmte Modellimplikationen schlüssig folgen. Man kann auch deren Eindeutigkeit nachweisen und so weiter. Das heißt, die Kausalität ist in solchen in sich geschlossenen Modellen kein Problem. Der Kausalitätsnachweis gelingt dort zweifelsfrei. Natürlich gelten diese Kausalitäten erstmal nur innerhalb des Modells. Das ist vollkommen klar. Sie sagen noch nichts darüber, ob das irgendeiner Weise eine extern valide Geschichte ist, ob es also solche Kausalitäten auch außerhalb dieses Modells in der Realität gibt. Allerdings sind diese Modelle gegenüber allen anderen Theoriebildungen in den Gesellschaftswissenschaften insofern von Vorteil, als sie eine exzellente Transparenz aufweisen. Ein neoklassischer Ökonom kann immer sagen, auf welcher Grundlage, auch auf welcher normativer Grundlage seine Modellaussage stimmt. Warum er zu diesem und jedem Schluss kommt. Er kann alles vollkommen transparent offenlegen und jeder kann es nachvollziehen, was für nicht alle Gesellschaftswissenschaften in dieser Form möglich ist. Das sind in der Tat erhebliche Vorteile, die diese Methodik und die Modellbildung, die neoklassische mit sich bringen. Aber das hat natürlich einen Preis. Und der Preis ist eine ausgeprägte empirische Schwäche, die der Neoklassik immer wieder vorgeworfen wird, weil sie eben Modelle konstruiert, die so Annahmen machen, wie es existieren zwei Individuen und zwei Güter und jetzt gucken wir mal. Oder es existieren zwei Länder und der Rest der Welt existiert nicht und so weiter. Und das Ganze hat auch nur eine Periode und danach geht die Welt unter. Also Modelle baut, die mit dem, was wir als Realität wahrnehmen, so wirklich gar nichts zu tun zu scheinen haben. Also eine starke empirische Schwäche. Und an der Stelle kommen jetzt die Experimente ins Spiel. Weil Experimente machen aus dieser empirischen Schwäche der Theorie eine Stärke. Warum? Na ja, gerade deswegen, weil eben formale Theorien, mathematisch formulierte formale Theorien, insbesondere dann, wenn sie spieltheoretisch formuliert sind, ihre Voraussetzungen klar benennen, ihre eindeutigen Ergebnisse haben und man sie deswegen sehr gut eins zu eins in Labore übersetzen kann, um sie dort zu testen und zu überprüfen. Es gibt eine eindeutige Übersetzung von der Theorie ins Labor. Es gibt eine eindeutige Hypothese, die theoretisch abgeleitet und bewiesen ist und die kann ich im Labor jetzt testen. Wer kann das von sich behaupten? Welcher Gesellschaftswissenschaftler kann das für sich behaupten, dass er so etwas kann mit seinen Experimente? Das ist auch der Grund, warum Experimente überhaupt in die Wirtschaftswissenschaft Einzug gehalten haben. Die kamen gewissermaßen huckepack mit der Spieltheorie. Die Spieltheorie beschreibt strategische Interaktion, wie der Name schon sagt, als ein Spiel. Jedes Spiel wird beschrieben, indem man angibt, welche Spieler gibt es, welche Strategieräume haben die Spieler, welche Zugreihenfolge gibt es. Es ist so ähnlich wie in einem Gesellschaftsspiel. Wenn Sie da die Bedienungseinleitung oder die Beschreibung lesen, da stehen ähnliche Sachen drin wie in spieltheoretischen Modellen. Nur in spieltheoretischen Modellen ist das alles mathematisch formuliert und nicht umgangssprachlich, sodass man es auch mathematisch behandeln kann und lösen kann. Aber im Prinzip ist damit jede Beschreibung eines Spiels so etwas wie eine Anleitung für die Herstellung eines Experiments. Meine Damen und Herren, es ist ja irgendwie völlig klar, wenn Sie theoretisch solche Spiele analysieren, Wissenschaftler sind gewissermaßen per se neugierig, dass dann irgendwelche Ökonomen auf die Idee kommen, naja, warum sollen wir nicht mal diese Spiele, deren theoretische Lösung, deren Gleichgewichte wir kennen und ausrechnen, warum sollen wir die nicht mal mit richtigen realen Menschen spielen? Das liegt auf der Hand. Und genau das ist dann irgendwann passiert. Das Wesen ökonomischer Experimente besteht eben genau darin, dass man Versuchspersonen mit wohldefinierten Entscheidungsproblemen unter Laborbedingungen konfrontiert. Man hat ein Entscheidungsproblem, das ist durch ein Modell beschrieben und das Modell sagt mir, wie würden rational agierende Menschen, die bestimmte Präferenzen haben, dieses Problem lösen. Dieses Modell kann ich experimentell ins Labor übertragen und kann dort unter kontrollierten Bedingungen mir anschauen, was machen jetzt echte Menschen in dieser Situation? Die Entscheidungen, die dabei getroffen werden, haben in ökonomischen Experimenten immer auch reale Konsequenzen. Warum? Weil wir im Unterschied beispielsweise zu Psychologen ausschließlich inzentivierte Experimente benutzen, das heißt, bei uns geht es immer um Geld. Um reales Geld, nicht um Spielgeld, sondern um reales Geld. Das macht die Sache manchmal ein bisschen teurer, aber das ist es uns wert, weil man auch zeigen kann, und da gibt es genug experimentelle Evidenz, das ist ein erheblicher Unterschied macht, ob ich Menschen vor hypothetische Entscheidungen treffe, stellen sich vor, dass, oder ob ich sie wirklich vor Entscheidungen treffe, stelle, bei denen sich dann entscheidet, wie viel Geld sie am Ende mit nach Hause nehmen, wenn sie das Labor verlassen. Die interne Validität ökonomischer Experimente ist extrem hoch. Ja, sie lassen sich eben wunderbar vom Modell ins Labor transferieren, von daher kann ich sehr sicher sein, dass ich das Modell, das ich auch testen will, auch wirklich teste in meinem Experiment. Ökonomische Experimente benutzen im Wesentlichen die Methode des Treatmentsvergleichs, es gibt also nicht ein Experiment und ich schaue mir an, was da passiert, sondern ich mache immer verschiedene Treatments, variiere dann sehr kontrolliert, bestimmte Treatment-Parameter und schaue mir an, wie verändern sich die Verhalten, wie entstellt sich das Verhalten in Abhängigkeit von dem Treatment-Variable. Natürlich können Experimente mehr als nur Modelle überprüfen, spieltheoretische Modelle, sie können schlicht und ergreifend Regelmäßigkeiten im Verhalten untersuchen. Auch dann, wenn es dazu noch kein Modell geht. Ross hat das mal folgendermaßen formuliert, Elvin Ross ist auch einer der sechs Nobelpreisträger, die ich eben erwähnt habe. Er hat gesagt, Experimente können zu Theoretikern sprechen, weil sie ihnen zeigen, wenn wir eure Modelle ins Labor packen und dort reale Menschen damit konfrontieren, dann passiert das und das und das kann gut sein, dass dann Dinge passieren, die dem Theoretiker das Material liefern, auf dessen Grundlage er dann bessere Modelle konstruieren kann, beispielsweise Modelle, die besser beschreiben, was da im Experiment tatsächlich passiert. Wir können mit Experimenten nach Fakten suchen durch systematische Beobachtungen, die wiederum dafür benutzt werden können, um bessere deskriptive Modelle entwickeln zu können. Und das Letzte ist, was er gesagt hat, Experiments can whisper in the ears of princes. Damit ist gemeint, man kann mit experimenteller Methode auch Politikberatung betreiben oder auch Manager beraten in Unternehmen, wenn man sie darüber informieren will, wie sie zum Beispiel die Organisation von Unternehmen bestmöglich gestalten können. Eine wichtige Funktion von ökonomischen Experimenten war von Anfang an die Frage zu beantworten, wie weit trägt eigentlich das Rational Choice Modell? Also das Rational Choice Modell, das letztendlich auf Pareto zurückgeht und das die verhaltenstheoretische Grundlage der gesamten Neoklassik bildet. Wie weit trägt das in dem Sinne, als es das beschreibt, was wir in der Realität beobachten. Die Sinnhaftigkeit des Rational Choice Modells resultiert nicht nur daraus, dass wir damit eine zutreffende Beschreibung von bestimmten Phänomenen haben. Rational Choice macht auch ohne das noch Sinn. Auch dann, wenn es empirisch nicht relevant ist, macht Rational Choice durchaus Sinn, wird da gleich noch was zu sagen. Aber die Frage bleibt trotzdem, wie deskriptiv erfolgreich ist denn überhaupt die Rational Choice Annahme? Den Anfang der ganzen Geschichte haben Melvin Brescher und Merrill Flott gemacht, das waren zwei Amerikaner, deren Experimente, glaube ich, nie wirklich veröffentlicht wurden. Die haben das berühmte Gefangendilemma erfunden. Das Gefangendilemma, das war 1952, damals direkt nach der Publikation des Nash-Theorems. Die haben sich dieses neue Konzept der Spieltheorie angesehen und haben gesagt, okay, das ist ja wirklich sehr schön, aber was passiert denn eigentlich, wenn wir mal ein Spiel konstruieren und das so konstruieren, dass das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels extrem ineffizient ist. Das ist genau im Gefangendilemma der Fall. Und dann haben sie das gemacht, haben ein solches Spiel erfunden und haben dann Studenten damit spielen lassen, methodisch völlig falsch, die Ergebnisse kann man nicht verwerten und gar nichts, aber sie waren die Ersten, die es gemacht haben. Und die Idee dahinter war, ja gut, ist das jetzt deskriptiv erfolgreich, was der Nash sich da ausgedacht hat, dieses Konzept des Nash-Gleichgewichts. Ein Durchbruch bei dieser Frage, wie weit trägt das Rational-Choice-Modell, ist ganz sicher die Arbeit von Güt, Schmidberger und Schwarz, 1982. Da ging es um ein sehr einfaches Spiel, nämlich das sogenannte Ultimatum-Spiel. Und in diesem Experiment, das dieses Spiel untersucht hat, kam es zu einer wirklich sehr klaren Widerlegung des Rational-Choice-Ansatzes. Das Entscheidende dabei war, dass das passierte in einem sehr einfachen Spiel. Das heißt, die Teilspielperfekte, das Teilspielperfekte, Gleichgewicht dieses Spiels, war sehr offenkundig. Man konnte sehr gut argumentieren, das kann nicht daran liegen, dass die Experimentteilnehmer, die Versuchspersonen das nicht verstanden haben oder so. Sondern da war irgendwo etwas, was tatsächlich der Rational-Choice-Aannahme entgegenstand. Vielleicht sollte ich das ein bisschen erklären. Was ist das Ultimatum-Spiel? Es ist ein Spiel, mit dem man versucht, Verhandlungen abzubilden und es ist wirklich extrem simpel. In jeder Verhandlung kommt es irgendwann zu dem Punkt, oder zu den meisten zumindest. Dass einer der beiden Verhandlungspartner sagt, so jetzt, das ist mein letztes Angebot. Ja, entweder akzeptierst du das jetzt oder lässt es, also frisst oder stirbt gewissermaßen. Ein Ultimatum stellt. Genau das bildet dieses Spiel ab. Den sich folgende Situation vor. Sie haben zwei Spieler und es geht darum, einen Surplus, einen Kuchen aufzuteilen, sagen wir, von 100 Euro. Der erste Spieler, der sogenannte Proposer, kann einen Vorschlag machen, wie diese 100 Euro auf die beiden zu verteilen sind. Der zweite Spieler kann diesen Vorschlag annehmen, dann wird das Geld entsprechend aufgeteilt oder er kann den Vorschlag ablehnen. Wenn er ihn ablehnt, bekommen beide nichts. Null. Scheitert die Verhandlung. Das ist das Spiel. Was sagt die Spieltheorie zu diesem Spiel? Spieltheorie geht das Ganze von hinten an, das heißt Rückwärtsinduktion und fragt sich erstmal, was macht der zweite Spieler? Wenn der zweite Spieler A rational ist und zweitens versucht, die Auszahlung aus diesem Spiel zu maximieren, dann wird er jedes Angebot annehmen, das ihn besser stellt als die Ablehnung. Ablehnung heißt Null. Also er wird jedes Angebot annehmen, das ihn besser als Null stellt. Das ist seine beste Antwortfunktion. Gegeben diese beste Antwortfunktion des zweiten Spielers, was macht der erste Spieler, wenn er auch rational ist und seine Auszahlung maximieren will? Er wird dem zweiten Spieler einen Euro anbieten und 99 für sich verlangen. Und der zweite Spieler wird genau das akzeptieren. Das ist das Gleichgewicht des Spiels. Das Einzige. Eindeutig. Trivial. Aber nicht zu beobachten im Experiment. Im Experiment wird es so gut wie nie beobachtet. Im Gegenteil, sehr häufig bieten die Proposer von vornherein 50-50 an. Nicht immer, sie machen auch andere Angebote, aber wenn sie andere Angebote machen, dann kann es sein, dass sie damit auf die Nase fallen, weil die Responder, also die Zweiziehenden, die sind bereit, diese aus spieltheoretischer Sicht völlig unglaubwürdige Drohung, ich lehne das ab, wahrzumachen. Die verzichten teilweise auf erhebliche Beträge, wenn sie das Gefühl haben, sie werden unfair behandelt. Nach der Publikation dieses Papers 82 gab es eine kurze, sehr heftige Diskussion mit Schargett und Sutton. Die haben in einem, ebenfalls in einem Experiment dann versucht, dieses Ergebnis gewissermaßen zu erschüttern. Es gab eine heftige Diskussion an der Stelle, aber die war relativ kurz, weil letztendlich hat sich dann, und das ist bis heute völlig zweifelsfrei, bestätigt, dass das Ultimatum-Spiel eben nicht, dass man dort nicht das zeitperfekte Gleichgewicht beobachtet. Es gibt wahrscheinlich inzwischen kein anderes Spiel, das so gut untersucht ist, wie das Ultimatum-Spiel, da können Sie Schrankwände mitfüllen, mit der Literatur dazu. Aber seitdem ist die Frage auf dem, gewissermaßen auf der Agenda, in welchen Situationen, die so ähnlich sind wie das Ultimatum-Spiel, also auch so einfach sind, können wir zeigen, dass die, ob die Rechnung-Choice-Theorie da trägt oder nicht trägt. Und das wirft vielleicht die Frage auf, warum sind denn ökonomische Experimente eigentlich so einfach? Und die Antwort ist ganz einfach, die, dass man sich sagen kann, na gut, wenn es uns gelingt, in einfachen Situationen, also in Situationen, in denen eigentlich alles klar ist, zu zeigen, dass sich in diesen Situationen Spieler gerade nicht entsprechend der Rationaltheorie verhalten, dann hat diese Theorie deskriptiv wirklich ein Problem. Wenn wir das nicht darauf schieben können, dass wir sagen, naja gut, das war einfach zu komplex und deswegen haben die das nicht sofort überrissen, aber wenn man das ein bisschen übt mit denen, dann kriegen das hin und so weiter. Deswegen machen wir sehr häufig sehr einfache Experimente. Lassen Sie mich ein bisschen etwas dazu erzählen, was dabei rausgekommen ist. Ein paar wichtige Resultate. Zunächst einmal, die experimentelle Wirtschaftsforschung hat nicht das neoklassische Gebäude aus den Angeln gehoben, insofern als es gezeigt hat, dass es deskriptiv völlig wertlos ist. Im Gegenteil. Es gibt eine große Reihe von Experimenten, die zeigen, dass das Rationalmodell eine erhebliche Erklärungskraft besitzt. Beispielsweise das Verhalten auf Märkten wird durch die rationale erwaschende Choice-Theorie sehr, sehr gut beschrieben. Sehr erfolgreich, deskriptiv, sehr erfolgreich. Wir agieren auf Märkten in aller Regel verdammt rational. Und nicht nur da, auch in vielen anderen Kontexten. Aber an vielen Stellen weichen eben Menschen in ihrem Verhalten, jedenfalls im Labor, systematisch vom Rationalverhalten ab. Wobei, das ist eine große Schwierigkeit, nicht immer so ganz klar ist, woran das liegt. Es gibt zwei Kandidaten. Entweder ist die Annahme der Rationalität falsch. Das heißt, Menschen verhalten sich nicht strikt rational, sondern nur eingeschränkt rational. Die machen Fehler. Die sind kognitiv limitiert. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, dass die Annahme mehr ist, besser als weniger falsch ist. Dass wir einfach beobachten, dass Menschen andere Präferenzen in solchen Laborexperimenten haben, als einfach nur die, das Einkommen, das sie dort erzielen, zu maximieren. Inzwischen kann man sagen, dass sehr viel dafür spricht, dass es in einem gewissen Umfang so etwas gibt, wie soziale Präferenzen. Menschen denken nicht nur an ihr eigenes Einkommen. Wir haben ganz viele andere Präferenzen. Es gibt so etwas wie Ungleichheitsaversion, die kann man sehr gut nachweisen. Es gibt Reziprozität. Es gibt auch Altruismus in verschiedenen Formen. Impure Altruism, reinen Altruismus. Es gibt Warm-Glow-Altruismus, also ein vergebendes Verhalten, bei dem der Akt des Gebens eigentlich nur interessant ist und nicht das, was bei dem Empfänger stattfindet. Es gibt alle möglichen Formen von sozialen Präferenzen und die spielen eine Rolle und die kann man im Labor sehr gut beobachten. Methodisch würde ich das Ganze oder neige ich dazu, das gerne in ein Konzept zu packen, dass es auf Reinhard Selten zurückgeht und dass sich mal welches methodischen Dualismus nennen möchte. Reinhard Selten hat mal einen Vortrag gehalten auf der Jahrestagung des Vereins für Sozialpolitik, damals, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, eine Thünen-Vorlesung und in dieser Vorlesung hat er die ganze Zeit eigentlich nur gesagt, Menschen optimieren gar nicht. Die Brechner-Choice als Käse, das ist alles Quatsch. Und die machen was anderes, die benutzen Heuristiken und so weiter. Er kürzt er da natürlich sehr stark. Und nach dem Vortrag hat ihn der Leiter der Sitzung, das war damals Hans-Werner Sinn, der damalige Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik, gefragt, ob er nicht vielleicht ein bisschen schizophren sei, weil auf der einen Seite nimmt er den Nobelpreis entgegen für die Entwicklung des Teilverfekten Gleichgewichts. Das Teilverfekte Gleichgewichts setzt Hyperrationalität voraus. Das kann man nur benutzen, das können nur hyperrationale Menschen tatsächlich anwenden. Gleichzeitig sagt er aber, die sind gar nicht rational, die optimieren überhaupt nicht. Wie denn das zusammenginge? Und er hat dann gesagt, naja, ich bin kein schizophrener Mensch, ich bin ein methodischer Dualist. Und er hat gesagt, das macht Sinn, darüber nachzudenken, was eine strikt rationale Lösung ist. Weil, erstens, Menschen streben danach, rational zu sein. Wenn wir Rationalität definieren als das Vermeiden von Fehlern, dann wird jeder von uns hier im Raum sagen, dass er sich versucht, rational zu verhalten. Gegeben seine Ziele, versucht er, im Sinne dieser Ziele sich nicht zu verhalten, konsistent zu sein, keine Fehler zu machen. Auf der anderen Seite, und das liefert uns gewissermaßen die Benchmarks. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch alle, dass wir bei diesem Versuch permanent scheitern, dass wir Fehler machen, dass wir vielfach Entscheidungen treffen, die nicht rational sind. In diesem Sinne. Also, sagt Reinhard Selten, macht es natürlich auch Sinn, darüber nachzudenken, wie denn Menschen tatsächlich zu ihren Entscheidungen kommen. Dafür brauchen wir Modelle eingeschränkt rationalen Verhaltens. Und die kriegen wir nur, indem wir beobachten, und das möglichst unter kontrollierten Bedingungen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Das kriegen wir nur auf der Basis von Experimenten. Die Theorie, die daraus entstanden ist, das ist die Verhaltensökonomik, wenn Sie so wollen, nimmt heute in der Wirtschaftswissenschaft einen enormen Stellenwert ein. Wir sind heute eine Disziplin, die dual arbeitet. Die das Rational-Choice-Modell genauso verwendet wie Ansätze der Verhaltensökonomik, die wieder ganz eng an der Psychologie sind. Und die sehr eng mit Experimenten zusammenhängen. Und beides macht Sinn. Und beides ergänzt sich. Und beides ist notwendig. Ökonomen sollten beides wissen. Sie sollten wissen, was die rationale Lösung ist. Und sie sollten wissen, warum wir uns häufig nicht rational unterhalten. Nicht rational verhalten. Kleine Zwischenfrage. Ich habe jetzt 45 Minuten geredet. Darf ich noch ein bisschen? Sonst kann jederzeit aufhören. Wenn Sie einfach einen Stein werfen oder so etwas, bin ich auch sofort still. Wo licht ist, ist auch Schatten. Es gibt natürlich Probleme bei der experimentellen Wirtschaftsforschung. Experimente sind nicht unumstritten. Natürlich wird man häufig konfrontiert mit dem Ideal eines, wenn Sie so wollen, ökonomischen Experiments. Das wäre ein kontrollierter Feldversuch oder ein natürliches Experiment. Weil wir da ein Problem nicht hätten, das die experimentelle Forschung ansonsten sehr belastet. Nämlich die Frage der externen Validität. Bei natürlichen Experimenten stellt sich diese Frage nicht. Nur das Problem ist, natürliche Experimente liegen nicht überall auf der Straße herum. Die sind sehr, sehr selten zu konstruieren. Was meine ich mit natürlichem Experiment? Ein Beispiel. In Bremen gibt es eine Schule, eine Gesamtschule, glaube ich, in einem Problemviertel. Also in einem Viertel, wo vor allen Dingen bildungsferne Familien wohnen. In diese Schule ist vor mittlerweile etlichen Jahren das Bremer Sinfonieorchester eingezogen. Die haben neue Proberäume gesucht und haben nichts Besseres gefunden und sind dann in diese Schule gegangen. Daraus hin stiegen die Anmeldezahlen bei dieser Schule dramatisch an. Und zwar so stark, dass die Schulverwaltung sich nicht anders zu helfen wusste, als die Plätze auf dieser Schule auszulosen. Das ist für einen experimentellen Ökonomen natürlich wie gemalt. Vollständig randomisiertes Experiment. Man kann jetzt, und das läuft seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Das heißt, man kann jetzt die Schüler sich angucken, die, die das glückslos gezogen haben, da auf diese Schule zu kommen und die, die nicht dieses glückslos gezogen haben, kann deren Geschichte verfolgen und kann damit kausale Schlüsse ziehen auf die Auswirkungen, die ein solches Sinfonieorchester auf so eine Schule hat. Ich muss das im Konjunktiv formulieren. Könnte man, wenn der Bremer Schulsenator die Daten dafür freigeben würde, was er aber nicht tut. Leider. Aber das ist so ein Beispiel für ein natürliches Experiment, aber solche Sachen kommen leider sehr selten vor. Ein kontrollierter Feldversuch, der dem nahe kommt, auch dafür ein Beispiel, das nicht ohne Zufall aus den USA kommt, weil so etwas ist in Europa nur sehr schwer zu implementieren. In den USA gibt es das Programm Move to Opportunity. Das ist ein groß angelegtes Experiment, geht folgendermaßen, man hat wieder in einem Problemviertel Haushalte zufällig ausgesucht, man hat die in drei Gruppen zufällig eingeteilt, die einen erfahren keinerlei Treatment, die zweite Gruppe bekommt einen Mietvoucher, den sie beliebig einsetzen kann, um sich, was die Wohnung angeht, zu verbessern. Die dritte Gruppe bekommt auch einen Mietvoucher, darf den aber nur in Nachbarschaften, also in Wohnbezirken einlösen, in denen der Armutsanteil unter 20 Prozent ist, also nur in guten Nachbarschaften. Dieses Experiment läuft seit mittlerweile über 20 Jahren und man kontrolliert regelmäßig alles Mögliche und die Ergebnisse werden regelmäßig publiziert. Fantastisch. Da kommen tolle Sachen raus, die Auswirkungen dieses Move to Opportunity, insbesondere auf die Kinder, die dort betroffen sind, aber auch auf die Erwachsenen. Ganz tolle Ergebnisse, wenn Sie das interessiert, in der Kaffeepause kann ich da gerne was zu erzählen. Sowas kriegen Sie in Europa nicht hin. Da steht der Datenschutz dagegen und alles Mögliche andere auch und das ist ja auch ungerecht, die eigentlich kriegen den Wohlstand ja dann nicht. Sie kriegen sowas nicht mal in Unternehmen hin. Wenn Sie in Unternehmen versuchen, ein solch ein Feldexperiment zu machen, in dem Sie einer bestimmten Gruppe eine bestimmte Vergünstigung geben, einer anderen Gruppe nicht, dann gucken, wie wirkt sich das aus. Keine Chance, sagt der Betrieb, sagt immer nein. Weil entweder alle kriegen Vergünstigungen oder gar keine. Aber eine experimentelle Anordnung geht da nicht. Alles sehr schwierig in Deutschland und in Europa, aber gut. Gut, die Kritik an Laborexperimenten entzündet sich an dem Abstand zu solchen Idealenexperimenten. Die ist auch verständlich, aber die Lösung kann nicht darin bestehen, dass man eben nur noch solche Idealenexperimente macht, weil die sind praktisch nicht zu realisieren. Was ist denn das Problem von Laborexperimenten? Nun, Experimente machen natürlich nur Sinn für empirisch gehaltvolle Theorien und dann stellen sich immer zwei Fragen. Erstens, bildet das Experiment die Theorie ab? Das ist die Frage der internen Validität. Das bedeutet, sind die Anreize in dem Labor richtig gesetzt? Entsprechend Ideen, die man in der Theorie verwendet hat? Spielen die Versuchspersonen tatsächlich das Spiel, das wir in der Theorie behandeln? Ein Beispiel, die Theorie geht immer davon aus, die Spieltheorie geht immer davon aus, dass Spieler sich so verhalten, dass sie ihre eigene Auszahlung maximieren und nicht etwa im Wettbewerb mit anderen sind und besser sein wollen als der andere. Das spielt in der Theorie keine Rolle, aber das kann im Experiment einspielen. Also spielen die das Spiel, was sie wirklich vorhaben zu spielen. Das kann man relativ leicht lösen, die interne Validität ist sehr hoch. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, das ist die Frage der externen Validität, nämlich die Frage, sagt das, was ich da im Experiment beobachte, etwas darüber, wie die Realität funktioniert. Kann ich die Ergebnisse auf die Realität übertragen? Also können wir zum Beispiel, wenn wir im Experiment experimentieren, praktisch nur mit Studenten als Versuchspersonen, können wir darauf schließen, was Manager in Unternehmen tun. Geht dieser Schluss? Darf man das tun? Das ist nicht so ohne weiteres gesichert. Aber, das ist ein, wie ich finde, äußerst wichtiger Punkt, diese Kritik muss man nicht nur an Experimente richten, sondern auch an jede andere Form von Wissenschaft, jede andere Methode. Jede Methode muss sich hinterfragen, ob sie extern valide ist. Das richtet sich also auch an rein theoretische Ansätze, wenn ich ein Modell konstruiere, von dem ich dann natürlich weiß, wenn ich richtig rechne, dass die Modellausgabe stimmt unter den Annahmen des Modells. Aber auch da stellt sich die Frage, ist das extern valide? Sagt das etwas darüber, wie die Realität funktioniert? Die Situation in der Wirtschaftswissenschaft ist im Moment so, dass die Theoretiker den experimentellen Ökonomen häufig sagen, ach, da alles Quatsch, das ist ja nur im Labor. Und ob das in der Realität so gilt, wissen wir doch gar nicht. Dabei aber vergessen, dass ihre theoretischen Aussagen nur im Modell gelten. und die Übertragung in die Realität gewissermaßen das Labor überspringt, überspringen muss, um gewissermaßen die gleiche Distanz zurückzulegen. Also externe Validitätsfragen stellen sich an jeder Stelle. Ich möchte noch einen Punkt machen, der in einem engen Zusammenhang mit der externen Validität steht, nämlich die Frage des Kontexts. Ökonomische Theorien sind in aller Regel so konstruiert, dass sie möglichst allgemein gelten. Das heißt, Kontexte werden vermieden. Ein Betriebswirt würde nie eine Theorie machen, die für ein bestimmtes Unternehmen gilt, weil er will Theorien machen, die für alle Unternehmen gelten. Ein Volkswirt würde nie eine Theorie machen, die nur für einen bestimmten Markt gilt. Er will allgemeine Aussagen machen. Das ist etwas, was Experimentatoren sich zunutze gemacht haben, weil sie gesagt haben, na gut, wenn eine Theorie für sich in Anspruch nimmt, in jedem Kontext zu funktionieren, dann muss sie auch im Labor funktionieren. Also müsst ihr euch, liebe Theoretiker, auch diesen Test dann im Labor stellen. Aber dabei kann natürlich Folgendes passieren. Gerald Bolten hat mal gesagt, Theorien muss man begreifen wie Landkarten. Landkarten, die abstrahieren und vereinfachen. Eine Landkarte im Maßstab 1 zu 1 macht keinen Sinn. Wenn Sie von hier zum Bahnhof wollen, dann müssen Sie nicht wissen, wie viele Bäume irgendwo stehen. Das ist alles benachlässigbar. Der Abstraktionsgrad hängt aber stark vom Kontext ab. Das kann man sich sehr schön klar machen, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie so ein U-Bahn-Plan aussieht. Der sieht anders aus als ein Stadtplan normalerweise. Der besteht nur aus geraden Linien und Knotenpunkten. Und der ist im Kontext einer U-Bahn ist der super. Damit kommen Sie in jeder Stadt dieser Erde wunderbar zurecht, wenn Sie von A nach B mit der U-Bahn fahren wollen. Aber versuchen Sie mal mit einem U-Bahn-Plan in Beijing, von A nach B zu kommen. Oberhalb der Erde. Das geht schief. Das ist völlig klar. Das heißt, genau das kann in Experimenten passieren. Es kann passieren, dass Experimentatoren einen Fußgänger losschicken gewissermaßen, um den U-Bahn-Plan zu testen. Das muss scheitern. Aber das liegt dann daran, dass der Kontext eben nicht entsprechend formuliert wurde. Kommen wir an der Stelle zur Frage der externen Validität zurück. Wie muss man die eigentlich jetzt beurteilen? Nehmen wir mal an, wir hätten das, was wir als experimenteller Ökonomen wirklich anstreben, nämlich stilisierte Facken. Jedes einzelne Experiment ist nur eine Beobachtung, die singulär gilt für den Zeitraum, für den Ort, für die Versuchspersonen und so weiter. Aber wenn es uns gelingt, stilisierte Fakten, die sich reproduzieren lassen, zu erzeugen, durch immer wieder neue Experimente in immer neuen Kontexten, mit immer neuen Orten und so weiter. Sodass wir davon ausgehen können, dass das wirklich reproduzierbare Regularitäten sind. Was haben wir dann gewonnen? Wir müssen mal mit den Naturwissenschaften vergleichen. Ich weiß, bei Wissenschaftstheoretikern muss man da sehr vorsichtig sein. Aber ich behaupte mal, wenn ein Naturforscher 10.000 weiße Schwäne gesehen hat und nur weiße Schwäne gesehen hat in seinem Land, dann kann er behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Schwahn im gleichen Land auch wieder weiß sein wird, relativ hoch ist. Sie ist nicht eins, aber sie ist relativ hoch. Das ist eine Aussage über die Realität. Wenn ein Ökonom 100 Arbeitsmarktexperimente gemacht hat und alle anderen Ökonomen haben nochmal ein paar hundert gemacht und alle zeigen ein und dasselbe, dann darf man trotzdem nicht daraus folgern, dass reale Märkte sich so abspielen, wie es im Labor passiert. Der Grund ist, weil die Beobachtungen, die wir da gemacht haben, eben nicht in der freien Wildbahn stattfinden, sondern in einem artifiziellen Laborkontext. Und wenn der eine Rolle spielt für das Verhalten, dann ist der Schluss auf die Realität nicht ohne weiteres möglich. Das ist das zentrale Problem der externen Validität. Manche Kollegen machen sich das ein bisschen einfach und sagen, naja, warum sollen wir denn nicht extern valide Ergebnisse erzeugen? Es ist doch so, zu uns kommen Versuchspersonen und die geben doch ihre Persönlichkeit nicht an der Labortür ab, sondern die verhalten sich da schon genauso, wie sie sich auch außerhalb verhalten. Die Frage ist nur, ist die Entscheidungssituation, mit der sie sich konfrontiert sehen, im Labor, auch die gleiche, die sie in der Realität vorfinden. Und das ist sie ganz sicher nicht. Und deswegen gilt eben nicht, dass man einfach die externe Validität einfach voraussetzen kann, sondern die externe Validität hängt unter anderem davon ab, wie stark die konkrete Entscheidungssituation das Verhalten bestimmt. Also die Situation, die ich im Labor vorfinde und die sich naturgemäß von der unterscheidet, die ich in der Realität habe. Wenn das bestimmend ist für das Verhalten, dann ist die externe Validität damit extrem gefährdet. Machen wir das an einem Beispiel klar. Es gibt dann das allereinfachste Experiment, das es gibt, ist zugleich eines, das schon sehr, sehr häufig durchgeführt wird, das ist das sogenannte Diktatorspiel. Diktatorspiel ist wirklich eigentlich gar kein Spiel, weil es keine strategische Interaktion gibt. Und zwar sieht das so aus, wir haben zwei Versuchspersonen, die kennen sich nicht, bleiben anonym. Der eine bekommt Geld in die Hand gedrückt und es wird ihm gesagt, okay, du kannst jetzt dieses Geld behalten oder du kannst einen beliebigen Anteil davon an den anderen abgeben. Oder die anderen, du kennst die ja nicht. Das ist alles. Und dann guckt man, wie viel gibt er ab. Der stilisierte Fakt dieses Experiments, in dem man gewissermaßen die Präferenzen, Geld für mich, Geld für den anderen, abtestet, ist, dass Leute tatsächlich Geld abgeben. Und zwar relativ viel. Das steht im eklatanten Widerspruch zu dem, was wir in der Realität beobachten. In der Realität gibt es natürlich Menschen, jeder von uns macht das, die sich von Geld freiwillig verabschieden. Wir machen Geschenke, wir spenden an wohltätige Zwecke, wir unterstützen irgendjemanden, der in Not ist oder was auch immer. Aber wir tun das fast nie anonym und nie ohne Grund. Sie werden nicht beobachten, dass irgendjemand einem anderen wildfremden Menschen 10 Euro in den Briefkasten oder 10 Franken reinsteckt. Das macht niemand. Warum sollte er auch? Aber im Experiment tut das. Das heißt, die Situation im Experiment, die Entscheidungssituation, in der ich da bin, ist offensichtlich eine andere, als die, in der ich in der Realität bin. In der Realität habe ich auch Geld. Und da gibt es auch andere Menschen. Ich könnte denen auch was abgeben. Tue ich aber nicht. Warum tue ich es im Experiment? Die experimentelle Situation induziert offenbar dieses Verhalten. Völlig klar. Und das ist eine große Gefahr bei Experimenten. Und wie das in diesem Fall passiert, darüber gibt es dann wieder Evidenz. Und das ist das Schöne an Experimenten, dass man das experimentell prüfen kann. Chetty und andere haben 2002 gezeigt, naja, wenn man den Diktatoren das Geld nicht einfach in die Hand drückt, sondern man lässt sie dafür arbeiten. Vorher. Man gibt ihnen irgendeine Aufgabe und die müssen sie erfüllen, dann kriegen sie das Geld dafür. Dann war es das mit den Abgaben. Das heißt, je ähnlicher die Situationen sind, umso höher die externe Validität. Ich habe mit zwei Kollegen zusammen ein Experiment gemacht, da haben wir so ein Diktatorspiel einfach wiederholt, mit Abstand von drei Wochen. Das haben wir dreimal gemacht. Bei der vierten Welle, also bei der dritten Wiederholung, waren die Abgaben bei null. Obwohl die Diktator, die Empfänger immer neu war. Das war immer exakt das gleiche Spiel. Aber allein die Wiederholung hat dazu geführt, dass es aufgehört hat mit den Abgaben. Und wir uns der Realität angeleert haben. Vernon Smith, auch ein Nobelpreisträger, der tatsächlich für seine Pionierleistung bei den Experimenten ausgezeichnet wurde, der sagt, naja, es kommt auf die Parallelität für ein Experiment und Realität ab. Sie greifen nach dem Würfel, ich deute das mal als Hinweis darauf, dass ich zum Schluss kommen soll. Ich habe auch nur noch zwei Folien. Okay, die überspringe ich, jetzt ist es nur noch eine. Wie extern valide sind denn nun ökonomische Experimente? Naja, diese Frage richtet sich, das habe ich schon gesagt, aber ich will es hier nochmal wiederholen, nicht an die Experimente als ökonomische Methode, sondern an jede Methode, mit der wir umgehen. Das heißt, auch an die Modelltheorie, auch an die empirische Forschung. Wir wissen, dass ein großer Teil, relativ großer Teil empirischer Ergebnisse, die also mit Felddaten arbeiten, sich nicht reproduzieren lassen. Es gab da Reproduktionsstudien, die das erstaunlicherweise gezeigt haben. Deshalb ist die ehrliche Antwort, die man eigentlich geben muss auf die Frage nach der externen Validität, die, dass man sagen muss, naja, wir hoffen, sie ist hoch, aber wir wissen es nicht genau. Ich bin ein starker Verfechter, einer sehr demütigen Haltung von Wissenschaft. Wir sollten niemals mehr sagen, als wir sagen können. Und wenn ich an meine eigene Disziplin denke, dann ist das eben relativ beschränkt, weil wir die externe Validität nur sehr, sehr schwer überprüfen können und sie nur sehr, sehr schwer nachweisen können. Das ist einfach so. Allerdings glaube ich auch, dass gute Experimente dazu beitragen können, die externe Validität von Modellen, die wir entwickeln, zu steigern. Zumindest zu steigern. Ob wir dann zu einer wirklich externen validen Aussage kommen, bleibt noch abzuwarten. Aber das können wir. Wir können damit dazu beitragen, unter Umständen bessere Modelle zu entwickeln. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Geduld, die ich jetzt sehr stark platziert habe. Herzlichen Dank Herr Weimann für die Einblicke in das ökonomische Experiment. Gibt es Fragen, gibt es Kritik aus der Runde? Darf ich das Mikrofon übergeben? Meine Frage betrifft die externe Validität ökonomischer Experimente. Ich fange mal an mit klassischer Physik. Wenn wir da Experimente betreiben, können wir davon ausgehen, dass die Gegenstände des Experiments nicht auf unsere Experimentiererei reagieren, also nicht mit schiefen Ebenen Ebenso in der Psychologie, in manchen Fällen ja, in manchen Fällen nein. Ich kann sowas haben wie soziale Erwünschtheit in psychologischen Experimenten. Die Versuchspersonen kriegen mit, was ich rauskriegen will und verhalten sich entsprechend. In anderen Fällen ist das vielleicht nicht so. Wenn ich ein Experiment mache zur Psychophysik, ist es sehr schwer, vorauszusehen, was der Experimentator will. Und in der ökonomischen Theorie haben wir jetzt aber doch vielleicht eine andere Situation dahingehend, dass die Versuchssubjekte diese Theorien schon kennen oder in irgendeiner Weise internalisiert haben, weil sie ja seit 150 Jahren mit diesen Rationalmodellen bombardiert werden, sage ich mal. Und es könnte ja sein, dass ganz einfach die Kenntnis dieses Modells dazu führt, dass die Versuchsperson sich entsprechender Weise verhält. Wie kriegen sie diesen Faktor raus oder könnte man ihn nicht konterkarieren dadurch, dass man zum Beispiel die Vorkenntnisse in ökonomischer Theorie bei diesen Versuchspersonen extra hebt und mal schaut, wie sehr passt sich das dem anderen nicht. Eine zweite Frage. Sehr gute Frage. Das Schöne an der experimentellen Forschung ist, dass man alles auch experimentieren kann. Also man kann diese Frage auch experimentell überprüfen. Man kann sich die Frage stellen, ist das Vorwissen, das Versuchspersonen mit ins Labor bringen, hat das eine Auswirkung? Und was man sagen kann, ist, Ökonomen, also Ökonomiestudenten verhalten sich anders als Nicht-Ökonomiestudenten. Und zwar tatsächlich in dem Sinne, dass sie sich eigennütziger verhalten und dass sie sich strategischer verhalten. Jetzt könnte man in der Tat, so wie Sie es vermuten, auf die Idee kommen, naja, das wird was mit der Ausbildung zu tun haben. Eine andere Hypothese wäre, nein, das ist kein Ausbildungseffekt, sondern ein Selektionseffekt. Es studieren eher von vornherein die Leute Ökonomie, Betriebswirtschaftslehre vor allem, die eben mehr an materiellem Wohlstand interessiert sind und sich strategischer verhalten und so weiter. Wir haben das selbst mal in einem Experiment überprüft und da haben wir ein Experiment wiederholt, identisch, das von Arjen Rubinstein gemacht worden ist und da haben wir festgestellt, dass es in der Tat ein Selektionsphänomen ist. Also diejenigen, die wir im ersten Semester benutzt haben, die Versuchspersonen, das waren ganz frisch, also wir haben das Semester beginnt im Oktober und im November war das Experiment, haben sich eigennütziger und strategischer verhalten als die Hauptstudie, das war damals auch Hauptstudium, nannte sich das, also siebte, achte, neunte Semester. Das heißt, die Ausbildung macht es nicht, es ist offensichtlich ein klarer Selektionsprozess, der da stattfindet. Aber davon abgesehen, weil dieser Punkt sehr wichtig ist, über Prüfung kontrollieren wir in jedem Experiment natürlich sehr genau das Studienfach der Versuchspersonen und wir versuchen das immer möglichst so hinzukriegen, dass wir eine gute Mischung haben, weil wir wissen, wenn da zu viele Ökonomen drin sind, dann verändert das das Ergebnis, sondern wir versuchen das sehr genau zu steuern. Wir haben eine sehr ausgeklügelte Rekrutierungstechnik, die uns erlaubt, das sehr genau zu kontrollieren. Machen Sie auch transkulturelle Experimente, dass Sie also Menschengruppen, die halt in unserem ökonomischen Kontext und System aufgewachsen sind mit Leuten vergleichen, bei denen das nicht der Fall ist? Ja, also wir haben da, ich bin in Magdeburg und ich bin 1994 nach Magdeburg gekommen, also relativ kurz nach der Wende und wir haben damals diese einmalige historische Situation ausgenutzt, um einen Kulturvergleich zu machen zwischen Ost- und Westdeutschland. Das war ideal, weil normalerweise, wenn Sie interkulturelle Studien machen in verschiedenen Ländern, haben Sie immer Framing-Effekte, Sie haben Währungsunterschiede, Sie haben Sprachunterschiede, Sie haben unterschiedliche Experimentatoren und so weiter, aber in dem Fall konnten wir wirklich Experimente machen, einmal in Magdeburg und einmal an der Universität, an der ich vorher war, meine erste Professur war in Bochum, wir haben also in Magdeburg und Bochum experimentiert mit dem gleichen Experimentator, ich hatte auch an beiden Unis die gleichen Vorlesungen gehalten, also es war alles wirklich identisch und wir konnten von daher einen wunderbaren Ost-West-Vergleich machen mit einem sehr überraschenden Ergebnis. Wir haben Kooperationsverhalten untersucht und Solidaritätsverhalten und es kam heraus, dass die ostdeutschen Versuchspersonen sich in wirklich extremer Weise von westdeutschen unterschieden, aber genau andersherum, als man es erwarten würde. Sie waren wesentlich unkooperativer und wesentlich unsolidarischer als die Westdeutschen. Das war wie gesagt 1994, wir haben dann dieses Experiment 2009 identisch wiederholt, was viel schwieriger war, weil bis dahin, also 1994 gab es in Magdeburg so gut wie keinen westdeutschen Studenten, da wusste man, man hat Ostdeutsche vor sich, das war 2009 natürlich völlig anders, da mussten wir sehr tricksen, um das hinzukriegen, aber kurz reden langer Sinn, wir haben es wiederholt und hatten eigentlich die Erwartung, naja, jetzt, 2009, 90 war die Wende, unsere Versuchspersonen waren so 22, 23 Jahre alt, also kann man sich überlegen, die kennen die DDR nicht mehr, die sind da nicht mehr sozialisiert worden, das müsste sich jetzt alles angeglichen haben, denkst du, die Ergebnisse waren exakt die gleichen. Die Interpretation ist, ist natürlich spekulativ, aber meine einfachste Erklärung ist tatsächlich, dass es eben in der Zeit des sozialistischen Systems für jeden Einzelnen darum ging, sein persönliches Knappheitsproblem zu lösen und das war eine gesellschaftliche Norm, dass man das machte. Also man hat zugesehen, wenn es irgendwo was gab, was man für den eigenen Vorteil nutzen konnte, dann hat man sich das genommen. Nicht umsonst hießen, die heißen diese kleinen Anhänger, die man ans Auto hängen kann, die kommen aus Berlin, sie wissen das, die heißen Klaufix, hießen die in der DDR. Und das war ein gesellschaftlich sanktioniertes Verhalten, weil alle das Problem hatten. Und von daher war, ist meine Erklärung, dass diese Norm, sieh erst mal zu, dass du selbst klarkommst, die hat sich einfach in den Familien festgesetzt und die wird weitergegeben, die wird über Generationen auch weitergegeben, deswegen diese lang anhaltenden Wirkungen und das sind Verhaltensnormen, die sehr schwer änderbar sind. Man kann Einstellungen relativ flott ändern, man bekommt neue Eindrücke und neue Informationen, dann ändert sich die Einstellung. Aber soziale Normen bedarfen eines Koordinationsvorgangs, alle müssen sich umstellen. Und das passiert offenbar sehr langsam. Meine Frage wäre auch zur Reproduzierbarkeit und der experimentellen Ergebnisse und zur statistischen Signifikanz, kann man da allgemeine Aussagen zu machen, also wenn man dasselbe Experiment reproduziert, jetzt in verschiedenen Ländern, wurde gerade schon diskutiert, aber vielleicht auch im selben Land, aber mit unterschiedlichen Versuchspersonen unterschiedlichen Experimentatoren, die die Versuchspersonen vielleicht unterschiedlich instruieren, hat man da eine Situation, wo man typischerweise sehr, sehr klare reproduzierbare Resultate bekommt oder gibt es eine Vielzahl von Studien, wie vielleicht manchmal in der Medizin, zur Wirksamkeit von Medikamenten, die sich widersprechen, weil die Fallzahlen gering sind, weil es komplex ist. Wie muss ich das einschätzen? Die Reproduzierbarkeit von Experimenten ist natürlich elementar für experimentelle Forschung, weil, wie gesagt, ein einzelnes Experiment, wenn ich es als Verhaltensexperiment durchführe, sagt mir nicht viel. Es sagt mir etwas, wie sich die Versuchspersonengruppe im März 2018 in Magdeburg verhalten hat, aber auch mehr nicht. Und ich brauche also das gleiche Experiment auch noch an anderen Orten, zu anderen Zeiten, mit anderen Gruppen und so weiter, um so etwas zu gewinnen, wie, ich habe das eben dann, stilisierte Fakten. Und tatsächlich ist es so, dass diese Reproduktionsaufgabe ein Problem ist. Es war ein wissenschaftssoziologisches Problem. Eine Replikationsstudie, die einfach das Ergebnis eines anderen bestätigt, kriegen Sie nicht publiziert. Das ist einfach so. Keine Chance. Also warum soll man das machen? Sie müssen schon den anderen widerlegen, aber ob Sie das am Ende rauskriegen, wissen Sie vorher nicht. Ob Sie dann sich die Mühe machen, das Experiment überhaupt zu wiederholen, ist die große Frage. Nun ist es so in der Wirtschaftswissenschaft, dass wir eine relativ überschaubare Anzahl von, sagen wir mal, Grundmodellen oder Grundspielen haben, die untersucht werden. Das ist Ultimatumspiel, Diktatorspiel, öffentliche Gutspiele und so weiter. Trust Game etc. Es ist nicht so viele. Und die werden in Variationen wieder weiter beforscht, aber jede Variation, da braucht man erstmal so eine Baseline. Und über diese Baseline-Versuche ergeben sich dann quasi als Beifang Reproduktion, Replikation. Und da kann man wirklich sagen, gibt es für die Standard- Experimente, die man in der Ökonomik benutzt, wirklich eine große Anzahl von stilisierten Fakten, die Sie überall auch wieder beobachten können und die auch dann zu einer sehr intensiven Aufarbeitung in der Theorie geführt haben. In den letzten 20 Jahren sind eine ganze Reihe neue verhaltensökonomische Theorie entstanden, dadurch. Ich wollte nur noch kurz kommentieren, dass dieselbe Problematik in den Naturwissenschaften natürlich auch existiert. Also wenn ich exakt das gleiche Experiment mache wie jemand anderes in der Physik, dann bekomme ich das, naja, mal zumindest nicht im gleich guten Journal publiziert. Es sei denn, es ist was extrem Bedeutendes natürlich. Dann kann man sicher auch eine Reproduktion einfach nochmal publizieren. Aber genau auf die gleiche Weise, nämlich dadurch, dass wenn ich was Neues mache, dass ich dann in meinem Versuch zunächst mal reproduzieren muss, was andere schon gesehen haben am selben System, um zu verstehen, dass mein Experiment überhaupt funktioniert, findet natürlich in den Laboren weltweit sehr, sehr viel Reproduktion statt. Und wenn sich dann dort was nicht bestätigt, dann wird das wiederum eine Publikation sein. Also so findet, obwohl es nicht unbedingt immer den Weg in die Publikation findet, natürlich sehr viel Reproduktion statt. Und ich habe den Eindruck, das ist bei uns ganz genau so. Wir haben noch Zeit für zwei, drei Wortmeldungen. Bezüglich dieser Reproduzierbarkeit könnte man das ja auch formalisieren. Das heißt, es gibt die Studierenden, die eine Doktorarbeit beginnen, die müssen ja irgendwie zuerst Erfahrung sammeln und sie müssen jeweils drei oder so Publikationen haben und wenn man die erste davon als Reproduzierbarkeitsstudie anerkennen würde, also dass das eine ist, dann wäre man schon viel gewonnen. Wichtig ist, dass diese Reproduzierbarkeitsstudien dann zunächst auch registriert werden, sonst sind sie wertlos. Wenn Sie jetzt einmal herausfinden, dass es nicht geklappt hat, dann reicht das, dann wissen Sie immer noch nicht, ob das an diesem Experiment lag oder nicht. Also man muss das irgendwie formalisieren und das ginge wohl auch da so, dass gute Journale verpflichtet würden, eine Reproduzierbarkeitsstudie zu publizieren, natürlich nicht mit 20 Seiten, sondern vielleicht mit einer halben, aber es gibt eine Linie für einen Studenten und das ist schon ziemlich viel wert. Also ich denke, das könnte man irgendwie versuchen zu verbessern. Weitere Wortmeldungen? Ich wollte fragen, welche Rolle spielen in der experimentellen Ökonomik solche Phänomene, die eigentlich eher der Rationalität zugeordnet werden können, wie zum Beispiel das Schwanken zwischen Euphorie und Panik an den Börsen oder solche Phänomene, die ja sozialwissenschaftlich gut bestätigt sind in verschiedenen Gebieten wie selbsterfüllende Prophezeiungen, das Verhalten findet allein aufgrund dessen statt, dass jemand das prognostiziert hat oder dann solche von Kahneman-Tversky beispielsweise untersuchten Irrationalitätsfaktoren wie Verfügbarkeit, Seuristik und ähnliche Geschichten. Das ist jetzt eine reine Informationsfrage, testen Sie sowas und unabhängig von rationalen Modellen oder gegen rationalen Modellen, wie läuft das? Also bei Kahneman-Tversky spielt bei uns eine Riesenrolle. Prospekttheorie ist ja, mittlerweile fester Bestandteil der ökonomischen Folklore, wenn man so will. Und natürlich sind uns auch die verhaltensökonomischen Theorien geläufig wie Verfügbarkeitschristik oder viele andere Dinge, die testen wir natürlich mit. Also wenn wir auf Phänomene stoßen, die nicht mit dem Rationalmodell übereinstimmen, nicht erklärbar sind, dann geht die Suche los, okay, was erklärt mir dieses Verhalten? Und dann glaubt man natürlich erstmal die bekannten Dinge ab und geht die verhaltensökonomischen Theorien durch, also Prospekttheorie, Verlust, aber so und was weiß ich, Referenzpunktbezug oder alles, was man da so hat. Kann man es dadurch erklären, ja oder nein? Wenn es sich all dem, wenn das alles nicht taugt, so wieder zur Erklärung, dann hat man ein Problem. Denn dann braucht man eine ganz neue Theorie. Aber bevor man die entwickelt, braucht man erstmal neue Versuche, die das Ganze noch ein bisschen klarer machen, was da passiert. Das ist so der übliche Prozess, der da abläuft. Und das ist ein sehr langwieriger und mitunter sehr, sehr komplexer Prozess. Ich will jetzt mal versuchen, an einem Beispiel klarzumachen. Wir haben verschiedene neue Theorien gesehen oder sehen neue Theorien in der Verhaltensökonomik in den letzten 20 Jahren. Einige davon beziehen sich auf das Verhalten, das man mit Reziprozität bezeichnet. Reziprozität gibt es in negative und positive Ausprägung. Positiv heißt es, wenn mir jemand etwas Gutes tut, dann bin ich bereit, den zu belohnen, auch wenn es mich was kostet. Und wenn mich jemand schädigt, dann bin ich bereit, den zu strafen, auch wenn es mich was kostet. Das ist Reziprozität. Die Frage ist, wie Sie das konzeptionell wirklich jetzt theoretisch beschreiben. Beschreiben Sie das zum Beispiel dadurch, dass Sie auf die Intention abstellen, die jemand hat, wenn er Ihnen etwas Gutes tut. Ja oder nein? Oder ist das ausschließlich konsequensional zu sehen? Also hängt es nur davon ab, was passiert, wenn der sich so oder so verhält? Das ist eine Frage, zu der können Sie sehr unterschiedliche Theorien bauen und dann auch entsprechend viele Experimente machen, um das zu klären. Was sich bisher gezeigt hat, ist, naja, es gibt unterschiedliche Ansätze und für beide gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, also eine intentionale und eine nicht intentionale und für beide gibt es experimentelle Evidenz. Und dann haben Sie ein Problem. Was ist denn nun wahr? Future research will show. Herzlichen Dank. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir den ersten Block abschließen. Nochmals herzlichen Dank an Sie, Herr Weimar. Wir wechseln von der Ökonomie zur Volkskunde. Sie hat 2013 promoviert im Fach Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Seit 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Volkskunde an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Nebenbei hat sie auch verschiedene andere Funktionen ausgefühlt 2015 bis 2017 war sie Gastprofessorin der DFG-Forschergruppe Medienkulturen der Computersimulation. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Exzellenzcluster Bildwissen, Gestaltung der Humboldt-Universität in Berlin und sie war auch assoziiertes Mitglied des CERN in Genf. Frau Düppel, darf ich Sie bitten. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte an den vorherigen Vortrag gleich anschließen und da sich das sehr geschickt und klug ausgewählt ist und mein Vortrag so ungefähr das Gegenteil in der Art der Präsentation sein wird, vielleicht aber auch in der Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, möchte ich gerade Sie noch einmal zu motivieren, das, was Sie jetzt hören werden, durch den Blick der Spieltheorie zu betrachten. Denn das CERN und gerade das Atlas und das CMS Detektorprojekte, die ich in den Blick nehme, sind auf der Basis von Spieltheorien unter anderem in der Managementstruktur gebaut worden und man hat versucht, Nash Equilibria zu implementieren. Und wenn ich meine Physiker frage, was Sie von Rational Choice halten in diesen Sektoren, dann kann man manchmal ein lautes Lachen erleben oder eben eher so ein defensives, leicht schuldbewusste Miene, die dann doch eben sagt, wir versuchen unser Bestes. Und vielleicht gibt mein Vortrag ein wenig Kenntnisse davon, wie so ein natürliches Feld sich ausnimmt, in dem dann die Logik der Ökonomie auf die Logik der Wissenschaft trifft. Eine weitere kurze Vorbemerkung, die mir wichtig ist, ich habe meine Zwischenprüfung, ich habe noch Magister studiert, ich habe meine Zwischenprüfung zu drei Büchern gemacht. Ich habe europäische Ethnologie, aber Geschichte im Hauptfach europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft studiert. Und meine Zwischenprüfung war zu Ludwig Flecks, Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache, Hansjörg Reinsbergers Experimentalsysteme und Jacques Derrida's Grammatologie in der Kulturwissenschaft. Und irgendwie freue ich mich sehr, dass hier alles zusammenkommt, denn das hat mich letztendlich dann in die Wissenschafts- und Technikforschung geführt und weg von der Geschichtswissenschaft. Das große Bild. Die Frage nach Zeit, Raum und Materie, ihren Relationen, Verschränkungen und inneren Faltungen, ihre vom jeweiligen Beobachtungspunkt abhängenden spezifischen Signaturen als Dimensionen und Bausteine eines komplexen Ganzen und ihre fragmentarischen Diskretionen beschäftigen nicht nur die Physik. Die Geisteswissenschaften haben unter der Maßgabe, die Menschen und ihr Miteinander zu verstehen, viel Zeit darauf verwendet, diese Kategorien in der Lebenswelt, ob historisch oder gegenwärtig, zu analysieren und dabei über die Jahre hinweg Strukturen zu erarbeiten, welche die Entwicklung von Theorien des skalierbaren und des nicht skalierbaren, des berechenbaren und des unberechenbaren ermöglichen. Dynamiken und Kategorien in Beziehung zu setzen, verlangt von uns die Ausbildung eines feinen Gespürs für die unterschiedlichen Schattierungen, Tonalitäten und Lagen, wie es großes empirisches Geschick und analytische Geduld erfordert. Über die Fachgrenzen hinaus berühmte Konzepte, denen dies gelungen ist, sind etwa Michael Bakhtins Chronotopos, Reinhard Kosellecks Erfahrungsraum und Erwartungshorizont und nicht zuletzt Walter Benjamins Geschichtsphilosophie. Der Chronotopos bezeichnet die Raumzeitlichkeit der Menschen aus dem alltäglich Fragmentierten, setzt die Rahmung des sich stets diversifizierenden Ereignis Waldes, aus dem sich wissenschaftlich durch hermeneutisches Verstehen oder lebensweltlich durch einen verkörpert erfahrenen Alltag ein sinnhaftes Ganzes stiftet. Kosellecks Erfahrungsraum und Erwartungshorizont bestimmt das dynamische Verhältnis dessen, was als Wirklichkeit jeweilig erfahren werden kann und was sich als Möglichkeit durch das jeweilig erlebte oder denkbare Abzeichnen möge, verweist auf eine Zukunft, die um die nächste Ecke stets schon zu Beginn scheint. Meine Überlegungen zur Zeitlichkeit des Materiellen in der Experimentalphysik am Large Hadron Collider des Conseils Européens pour la Recherche Nucléaire sind in den Kontext jener Dimensionen gestellt, welche die menschliche Praxis bestimmt. Die hier und heute vorgetragenen Auseinandersetzungen möchten zur momentan intensiv stattfindende Debatte um Zeitlichkeit in den Sozial- und Kulturanthropologie beitragen, in deren Arbeiten wie Johannes Fabians Time and the Other, Marilyn Strasan's Reproducing the Future, Arjun Appadurai's Grundgedanken über die Zukunft als kulturelles Faktum im Anthropozän und Nikolai Sorkin-Tchaikov's Two Lennons A Brief Anthropology of Time zu einer eingehenden Beschäftigung mit der Frage nach der Zeitlichkeit geführt haben. Sie nimmt insbesondere auch die für die Science und Technology Studies relevante Frage in den Blick, wie Zukunft gemacht wird, welchen Einfluss Technik und Materialität darauf besitzt, welche Imaginationen und Imaginaries sich im Konkreten verbergen und welche Hoffnungen, Sorgen, Wünsche, Sehnsüchte und Phantasmen sich damit verbinden. Für uns ist Zeit ein Kompositum und sie zu verstehen bedarf großer relationaler Finesse. Sie entsteht aus miteinander zum Teil konfligierenden Gleichzeitigkeiten, Theologien und Vorstellungen vom Ewigen. All jene erlauben nur im Verhältnis zueinander gesetzte Aussagen darüber, was Zeit für den Menschen bedeutet und müssen sich, da sie den Strukturen und Antistrukturen des Chronotopos einer stets im Wandel befindlichen Welt unterliegen, intrinsisch sich multiplizieren. Freilich ergibt sich menschlicher Sinn erst aus dem Zusammenspiel von Objekten und Subjekten, Ideen und Gegenständen in einem jeweiligen Kontext. Der Zeit der Menschen, Dinge und Umwelten lässt sich aufgrund der intrinsischen Multiplikation und Diversifikation von Lebensweltlichen annähern, indem man hier einen Faden aufnimmt und dort im Vergleich setzt, um Muster und Strukturen letztendlich zu erkennen. In diesem Vortrag möchte ich zur erwähnten Forschungsdiskussion mit der Reflexion über ein Experiment einen Beitrag leisten, das sich selbst das sinnrechtliche Motto CERN, Accelerating Science, gegeben hat. Die fremden Kulturen der Wissenschaft und unter ihnen insbesondere die Physik sind ein fruchtbares Feld, um sich mit den zeitlichen Dimensionen des Menschen auseinanderzusetzen. Einerseits, weil sie sich zur Aufgabe macht, Raum, Zeit und Materie der Natur physikalisch zu beschreiben, zu vermessen und zu skalieren. Andererseits, weil sie durch ihren Akt der Beschreibung, durch die Komplexität ihrer materiellen Dinghaftigkeit dazu gezwungen ist, anzuerkennen, dass die Zukunft unberechenbar bleibt und die Natur sich einer vollständigen Berechenbarkeit mit unseren Technologien nur entziehen kann. Für Experimentalphysiker scheint klar, dass Physik Natur beschreibt, aber nicht Natur ist. Immerhin sind lediglich vier bis sechs Prozent des Universums in etwa physikalisch zu beobachten. Um diesen Erfahrungsraum auszudehnen, setzt die Alltagspraxis wissenschaftlicher Forschung eine stark auf die Zukunft ausgerechtete Konzeption von Zeit voraus. Der Chronotopos der Physik ist paradox. Er zwingt dazu, Zeit zu ökonomisieren und zugleich die Utopie zur realistischen Möglichkeit im Alltag zu machen. Zwei Beispiele dienen einer plakativen Veranschaulichung dieses Phänomens. Zum einen das Cover der Zeitschrift Physics Today von 2016, dem Fachjournal der amerikanischen Vereinigung der Physiker, das die Zukunft der Physik gleichsam als großes Versprechen einer kosmokolonialistischen Eroberung Science Fiction darstellt. Zum anderen diese Broschüre des Atlas-Experiments für den angloamerikanischen Raum, die damit wirbt, dass die Hochenergiephysik sich darauf einstellt, das Ungewusste zu erwarten, also durch die Etablierung konservativer Gesetze, die ewig gelten, gleichsam in der Lage ist, das Unvorhergesehene mit einzubeziehen. Die Zeitlichkeit des Experiments definiert sich durch verschiedene Dimensionen, die hierarchisch zueinander geordnet werden können und relational miteinander verbunden sind. Da ist die geopolitische Zeit, in der ein Experiment stattfindet, in diesem Fall etwa der Large Hadron Collider als kleiner Gewinner des großen Kalten Krieges und den inneren Verschiebungen der amerikanischen Wissenschaftsförderung, durch die das Higgs-Boson überhaupt erst in der Höhle zwischen Schweiz und Frankreich detektiert werden konnte. Zusätzlich gibt es die ideologischen und ökonomischen Zeitlichkeiten des Kapitalismus, in die das CERN als wissenschaftliches Projekt eingebettet ist, das kostet pro Jahr eine Milliarde Euro, und in deren Rahmen es geschickt Finanzierungsverträge aushandeln muss, um seine Grundlagenforschung garantieren zu können. Hinzu tritt die Zeitlichkeit der Wissenschaft, deren Ziel es ist, im Rahmen des entsprechenden soziokulturellen Erfahrungshorizonts ein Verständnis von Natur zu entwickeln. Nicht zuletzt gibt es die Zeitlichkeit der Menschen, ihre jeweiligen Lebenstrajektorien, die alle in diesem Fall mit der Zeitlichkeit von Natur und der Zeitlichkeit von Materiellen verwoben sind, und schließlich erfahren wir durch den Prozess der Forschung die Gabe des Wissens und erleben in ihr die Gabe der Zeit, die unsere Lebenszyklen überdauert. In dieser Analyse konzentriere ich mich auf die materielle Kultur des CERNs, allerdings weniger auf die Werkzeuge als auf die Dinghaftigkeit selbst. Die Materialität kann so wie jede einzelne dieser Kategorien in sich differenziert werden, und die Verbindungen und Brüche müssen je nach Thematik, ob Infrastruktur, Software, Hardware, Werkzeug oder Daten genau unterschieden werden, denn die Art, wie Menschen durch sie Alltag erfahren, variiert erheblich. Es ist eine Sache, einen Bug zu suchen, eine andere, die Silikonzellen auf einen Untergrund anzubringen. Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über den Large Hadron Collider geben, im Anschluss daran erhand von ausgehellten Beispielen darlegen, wie die Zeitlichkeit des Materiellen, die alltägliche Physik und die Praxis von ihr rhythmisiert und beeinflusst. Der Large Hadron Collider ist das Prestigeobjekt des CERN. Das aus supraleitenden Magneten und flüssigem Helium bestehende Beschleunigungsgerät für Protonen ist in einen 27 Kilometer umfassenden unterirdischen Höhenring eingebaut. An vier zentralen Stellen befinden sich die Detektoren ALIS, LHCB, ATLAS und CMS. Hier werden Daten von kollidierenden Teilchenpaketen genommen, die dazu beitragen soll, den Aufbau der kleinsten Elemente unseres Kosmos zu verstehen. Über dem LHC befindet sich das CERN-Gelände. Einige Dörfer, etwas Wald, Weinberge und Ackerbaugebiete. Die Institution wurde 1954 gegründet und dient Universitäten aus der ganzen Welt als Experimentierstätte für ihre Forschung. Von den USA über Indien bis Japan, von Österreich bis Australien und Südafrika bis Norwegen haben Forscherinnen hier die Möglichkeit, sich mit den Eigenschaften von Materie und Antimaterie auseinanderzusetzen. Etwa 10.000 Menschen arbeiten in dortigen Laboren und Büros, essen gemeinsam im Restaurant zu Mittag oder verbringen die Arbeitszeit außerhalb der Meetings alleine und konzentriert am Computer. Freie Minuten nutzen Physikerinnen gerne für informelle Gespräche, zum Beispiel auf der Terrasse der CERN-Cafeteria des Restaurant 1. Am Rande der CERN-Cafeteria steht als Schauexemplar einer der großen supraleitenden Magneten des Large Hadron Colliders. Die supraleitenden Magneten ermöglichen es, dass die Protonenpakete nahezu ohne Energieverlust in Lichtgeschwindigkeit dahingleiten können. Dahinter thront der mächtige Mont Blanc seine stete Erinnerung daran, dass der Mensch im Vergleich zu den Bergen doch nur kurz auf diesem Erdenrund verweilt. Bei guten wie bei schlechtem Wetter posieren dort Sommerstudentinnen, Schulklassen und Besucherinnen aller Art, um ein Erinnerungsbild aufzunehmen, das ihnen in Zukunft bezeugen wird, dass auch sie hier gewesen sind und Einblicke in die präziseste Maschine gewonnen haben, welche die Physik seit ihrer Existenz gebaut hat. Es ist schwierig, sich des Eindrucks zu erwehren, dass die Platzierung dieses supraleitenden Magneten vor die Kulisse des Mont Blancs nicht gewollt gewesen ist. Halb hybris, halb Ausdruck von Bescheidenheit. Denn nichts weniger ist der Versuch, der hier in den unterirdischen Höhlen der Erkenntnis unternommen wird. Es werden Protonenpakete auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und es ist dort unten kälter als im Rest des Universums. Die Maschinen nehmen von diesen Ereignissen präziseste Daten, die dazu dienen, die Natur auf granulärer Ebene zu verstehen. Um Einblicke zu erhalten, die sich unseren schwerkraftunterworfenen, sinnsensiblen Körpern notwendigerweise entziehen und Geheimnisses volles über die Natur preisgeben, von Zusammenhängen kündend, die unser Verständnis bei Weitem zu übersteigen scheinen und allein mathematisch in exakter Weise vermittelbar sind. In den regelmäßig von den Mitarbeiterinnen geführten Touren heißt es dazu, dass die Teilchenkollisionen Aufschluss über den Zustand des Universums vor 1,3 Milliarden Jahren geben. Eine wahrhaft lange Zeit, die sich aus unserer menschlichen Dimensionen verstanden als Ewigkeit bezeichnen lässt. Accelerating Science steht auf dem blauen Schaumagneten, die Wissenschaft beschleunigen. Ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiterinnen der Firma, die diesen Werbespruch entwickelt haben, Hartmut Rosa oder Paul Virilio nicht gelesen haben. Wie so oft wirkt es, als ob hier Menschen in naiver Weise kulturelle Symptome zur Schau stellen, sich dabei selbst verraten und die Logik der Produktionsbedingungen der Optimierungsmaschinerien, in welche die Wissenschaft ebenfalls eingebunden ist, zu veranschaulichen. Accelerating Science, es deutete der Werbespruch selbst darauf hin, dass was hier geschehen soll, die Unterwerfung der Wissenschaft unter die kapitalorientierte Beschleunigungsmaschine der Moderne, deren größtes Ziel es eben ist, mehr aus der ökonomisierten Zeit zu machen, als man zunächst geglaubt hat und zu diesem Zweck alle, die hier arbeiten, auf Effizienz, Produktivität und Sparsamkeit zu trimmen. Etwas anderes erwartet man vielleicht auch nicht von einem schweizbasierten Unternehmen, das vor allem von Steuergeldern finanziert wird. Mit einer Milliarde Euro nimmt es sicherlich einen der größten Budgets der nationalen Haushalte für Wissenschaft in Anspruch, zumal es eben nicht den jeweiligen Prestigesystemen der einzelnen Nationalstaaten dient, sondern im Herzen Europas gelegen einem höheren Ziel förderlich sein soll, dem Zusammenwachsen der verschiedenen Kulturen, eines einst nur durch Krieg und Zerstörung ineinander verkeilten Kontinents. Seitdem der Kalte Krieg vorbei ist, wurde das 1949 gegründete CERN mehr und mehr in den virtuellen Zeichenkomplex des globalen Finanzmarkts gestellt, ohne dass es beabsichtigte. Ganz so, als solle der Spruch des Accelerating Science, der sich eben ganz konkret in den materiellen Beschleunigungen von Teilchen, der Verbesserung und Beschleunigung von Datenübertragung manifestiert, nahtlos auch den Finanzmarkt beschleunigen, getrieben von den vielen Menschen, die das CERN alljährlich ausbildet, gefördert durch die gerade dort entwickelten Technologien. Die Wissenschaft beschleunigen. Man muss nicht Michael Endes Momo und ihren Kampf gegen die grauen Herren gelesen haben, um zu begreifen, dass das moderne Regime des Neoliberalismus letztendlich durch die Regeln der Beschleunigung dazu geführt hat, dass das Zeitempfinden der Menschen sich verwandelte, dass ihnen eben der Eindruck entsteht, je weniger Zeit sie haben, desto mehr müssen sie Zeit sparen. Mit dem Anstieg der Deadlines, der Todeslinien in ihrem Arbeitsalltag wird die individuelle Zeitlinie der Menschen getakteter. Damit entsteht ein Zustand der kollektiven Arten und Rastlosigkeit, der über eine zentrale Synchronisierung, über ein rigides System der Bürokratisierung und des Managements dazu führt, dass im Fall des Large Hadron Collider, wo bis zu 3.500 Menschen in Arbeitsgruppen organisiert sind, gemeinsam wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen wird. Das CERN ist schon seit längerem auch eine Bühne und Vorbildinstitution moderner, managementbasierter und digitalisierter Produktionsmechanismen. Damit die Wissenschaft sich hier beschleunigen kann, muss alles nach Plan funktionieren. Aber, und das zeigte ich auf verschiedenen Eben, der Teufel steckt im Detail. Denn jede Relation von Dingen ist eine mögliche Bruchstelle und oft machen schon die kleinsten Gegenstände den größten Plänen und kollektiven Anstrengungen einen Strich durch die Rechnung. Der Energieeinhalt des Magnetfeldes, den die supraleitenden Magnete des Large Hadron Collider und die Detektoren besitzen, ist sehr hoch. Am höchsten im Fall des CMS-Detektors. Die weltweit größten supraleitenden Zylinderspule erreicht einen Energieinhalt von 2,5 Gigajoule und liefert damit ein Magnetfeld von 4 Tesla. Zum Vergleich, 18 Tonnen Gold könnten damit auf einen Schlag eingeschmolzen werden. Laut CERN besteht die größte Herausforderung beim Betrieb von supraleitenden Magneten in der Vermeidung eines sogenannten Quenchs. Der Begriff bezeichnet den Vorgang, wenn ein Supraleiter die kritische Temperatur überschreitet und normalleitend wird, wobei die lokale Temperatur ansteigt und so die Magneten beschädigt werden können. Im Worst-Case-Szenario verwandelt sich die gesamte gespeicherte Energie in Wärme. Ursachen dafür sind etwa durch supraleitende Kabel induzierte Kreisströme, fehlerhafte Veränderungen in der Magnetfeldstärke, thermische Spannungen, deponierte Strahlenenergie, Fehler im Kühlsystem oder wie im Fall des 19. September 2008 zur spektakulären Inbetriebnahme des Large Hadron Colliders eine falsche Verbindung, eine kleine Schraube, die nicht richtig angezogen war. Im Vorfeld der Inbetriebnahme kam es aufgrund einer fehlerhaften Verbindungsstelle zwischen Dipol- und Quadropolmagneten, wie es in den Quellen des Large Hadron Colliders stets heißt, im Sektor 3, 4 des Large Hadron Colliders zu einem Anstieg der Stromstärke auf 8700 Ampere. Physiker erklärten mir im Interviews immer, eine Schraube war nicht richtig angezogen. Innerhalb von Sekunden entstand jedenfalls ein Lichtbogen, der ein Loch hinterließ. Heliummantel und Vakuumisolierung waren geschmolzen, das Helium erwärmte sich und dehnte sich explosionsartig aus. Die Druckwelle konnte von den Entlastungsventilen nicht aufgefangen werden. Mehrere Tonnen schwere Magneten wurden aus ihren Verankerungen herausgerissen. Am Ende mussten 53 Magneten ausgetauscht oder repariert werden. Eine kleine Schraube also verzögerte den Start des LHC und um mehr als ein Jahr Frühwarnsysteme wurden nach dem Unfall eingebaut. Die Analysegruppen und Datennahmegruppen hatten durch die Verzögerung Zeit geschenkt bekommen. Von Schrauben ist demnach sogar in so einem großes Projekt abhängig, das sich in der Werbung selbst als Weltmaschine nennt. Und es wird zurückgeworfen auf die Brüche und verdammt zu Pausen, die das Materielle erzwingt. So stellt die Gegenständlichkeit selbst den gesponnenen Visionen einen Widerstand entgegen. Die Zeitlichkeit des Materiellen hebelt die Vorstellung eines kontinuierlich verlaufenden Plans aus den Angeln. Sie zwingt die Menschen in jedem Zeitplan dazu, sie mitzubedenken. Mit Walter Benjamin ist es die radikale Diskontinuität, die sich aus dem Widerstand des Materiellen der Gefüge von Produktionsbedingungen ergeben, die überhaupt erst deutlich macht, dass eine rein auf Kausalität aufgebaute historische Konzeption von Welt sich in ewigen überhistorischen Vorstellungen von sich wiederholenden, monumentalistisch operierenden Strukturen verlieren muss. Positivistische und historische Argumentationen auf Basis von Kausalitätsbeziehungen sind somit gar nicht in der Lage, die Metamorphosen und jeweiligen Morphologien der Zeit in den Blick zu nehmen. Erst der Widerstand des Gegenständlichen verdeutlicht ihr das Wesen, die Erfahrung des Ereignisses. Die Verkantungen einer Schraube verwerfen die besten Pläne und bringen uns aus dem Konzept. Sie erinnert uns aber auch daran, dass die Zukunft im Jetztsein angelegt ist und jeglicher Prognostik mit Vorsicht zu begegnen ist. Das Unvorhergesehene der Natur hat den LHC übrigens auch in Form von tierischen Ereignissen getroffen. So soll ein Vogel im November 2009 Baguettstücke in einen der Luftschächte des LHC geworfen und damit einen Kurzschluss ausgelöst haben. Das CERN Press Office war darum bemüht, Dinge ins richtige Licht zu rücken. Senior Communication Advisor James Dillies verfasste kurz darauf einen Artikel im CERN Bulletin, den ich im Folgenden analysieren möchte. Ich zitiere. Last week, a power cut caused by a malfunction in an electrical substation made headlines around the world. Such things happen all the time and the media rarely takes notice. But this one was different. The substation in question was one that supplied part of the LHC's cryogenic systems and the media spotted it instantly. Im ersten Abschnitt dieses kurzen Statements beschreibt James Dillies etwa, womit das CERN erst seit dem Betrieb des LHC's wirklich zu kämpfen hat. Er verweist auf eine Verschwörungstheoretikern und Sensationen zugewandte Öffentlichkeit, die gleich einer mittelalterlichen Marktplatzgesellschaft ein großes Interesse am CERN hegt und in ein schockartiges Gelächter verfällt, dass gleichermaßen Verehrung und Verachtung des übergroßen, mit den Transzendentalität verkörpernden ausdrückt. Im Vorfeld war eine Debatte um mögliche schwarze Löcher auf das CERN hineingebrochen. Einige Wissenschaftler fürchteten, dass das CERN durch seine energiedichte schwarze Minilöcher produzieren könnte, die uns, die Erde und unser Universum gleich ganz verschlängen. Bis in die großen Fernsehsender gelangte die zwischen Größenwahn und Paranoia oszillierende Fantasie. Die Gemeinschaft, der im Selbstbild oft als schüchtern wahrgenommenen Teilchenphysikerinnen, musste sich vorher im Betriebnamen des LHCs nun mit einer Aufmerksamkeit auseinandersetzen, die sie vorher nicht gekannt hatte. Gelies führt deshalb weiterhin dem CERN-Bültin ein Magazin des CERnerinnen und CERner selbstlesen aus. What's more, the notion that the power cut might have been caused by a piece of bread dropped by a passing bird on the substation in question started to spread. A power cut suddenly became a story too good to ignore. Before you could say crumbs, the press office phones were ringing off the hook as journalists demanded to know how it could be that a piece of bread could lay low the world's mightiest machine. Of course no such thing had happened and the statement was rapidly concorded. Das Press Office in diesem wie auch in vielen anderen Fällen nun mit der Macht und Funktionsweise von Gerichten konfrontiert. Gerüchte brauchen einen Kern von Wahrheit, nähren sich bekanntermaßen von Lügen und verbreiten sich wie Lauffeuer in einer Netzgesellschaft. Sie sollen die Aura von Mächtigen, also quasi Göttlichen oder Repräsentativ-Göttlichen, wie sie große Maschinen, Könige oder Schamanen in menschlichen Gesellschaften eben repräsentieren, entthronen, dienen aber zugleich dazu, ihre Aura noch zu vergrößern und heben sie weiter ins Transzendentale und Transzendental ist hier mit Koselleck eben auch eine Idee, also alles, was sich eben einer Ewigkeit zuwendet, auch Formeln sind transzendent. Ironie der Geschichte ist im Übrigen das ausgerechnet, dass CERN das World Wide Web entwickelt hat, das Protokoll, das nun die Verbreitung von Gerüchten über das Zahn beschleunigt. Gilles führt weiter aus. To this day, we do not know what caused the power cut, but it is true that feathers and bread were found at the site. The truth about birds and baguettes is that two sectors of the LHC warmed by a few degrees while the substation was repaired and were then cooled back to 1.9 degree Kelvin. There was no damage and no delay. Had we been running, we'd have lost a day or two worth of beam time, which is nothing unusual when operating a frontier research machine like the LHC. Power cuts are of course something that the LHC has been designed to cope with as have all its predecessors. Er bedient sich hier einer Normalisierungsstrategie und vor allem geht es ihm darum, wie übrigens in den meisten Fällen, in denen das Press Office aktiv ist, deutlich zu machen, dass in die World Mightiest Maschinen natürlich die Voraussicht von Fehlerraten eingebaut und das Scheitern im Plan vorgesehen ist. Hier wie sonst auch zeigt sich das Press Office als eine besonders humorlose Institution des CERN. Als Geldkeeper zur Öffentlichkeit kann es Narreteien über die Weltmaschine nicht akzeptieren. Der Zensor versteht keinen Spaß, wusste schon Nestreu und Karl Kraus. So endet der letzte Absatz des CERN auch mit einem moralischen Appell, der insbesondere die Mitarbeiterinnen dazu aufruft, vorsichtig zu sein, wenn es darum geht, interne Nerd- und Physikerinnenwitze an eine größere Öffentlichkeit zu bringen. The moral of this story is that CERN and particle physics are in the spotlight like never before. The great adventure that is the LHC has caught the public's imagination and there is a great thirst for information about what we are doing. Headlines about birds and baguettes may be uncomfortable to live with, but it's always worth remembering that this kind of attention is ultimately for the good. Soon the headlines should be turning from birds to bee quarks and from baguettes to bosons. It's a day we are all looking forward to. Man sieht in dieser Passage, wie die Qualität des materiellen, Brüche im Experimentieren auszulösen und Pausen zu erzwingen, als etwas Alltägliches in der physikalischen Praxis gedacht wird, dass es dann größere Aufmerksamkeitskreise zieht, wenn es einen Grad an Skurrilität erhält, weil der Zufall, in diesem Fall Brot und Federn, den Planungen einer unvorhergesehenen Wendung gegeben haben, die im Kontext mit dem Quench-Inzident von 2008 natürlich nicht bloß in den Kantinen und Fluren des CERNs zur allgemeinen Heiterkeit beitrugen, sondern nun zum Thema für eine klatschbasierte Öffentlichkeit wurden. Die Fragilität der Forschungspraxis stellt für die Physikerinnen im Blick auf ihr Experiment eben die Normalität dar. Der Bruch ist das Übliche, die Falsifikation ist der Standard. Auch deshalb wird das Gelingen der Fund von Physikerinnen in außergewöhnlicher Weise gefeiert, was sich am CERN durch eine Reihe von trophäenartig ausgestellten Sektflaschen im LHC-Control-Center zeigt, die auch bereits ins Kreuzfeuer des Press-Office geraten sind und gegen deren Dezimierung sich nun die dortig beheimatete Gemeinschaft zur Wehr setzen muss. Das CERN darf in einer Welt der Leistungsgesellschaft und des Leitungswasser-Puritanismus den Rausch und die Verschwendung nicht zelebrieren. Des Weiteren hatte das CERN im April 2016 einen wochenlangen Ausfall zu verkraften, als ein Steinmarder die 7 Milliarden Euro teure Maschine ausknockte, weil er einen 66-Kilovolt-Transformator geriet. Das tote Tier wird übrigens seit Anfang 2017 im Rotterdamer Naturhistorischen Museum ausgestellt. Inzwischen nehmen es die Wissenschaftlerin mit Humor, sie selbst bezeichnende Marder als ein highly conducting animal und nicht wenige freuen sich wieder über die Artenpause in der Produktionsmaschinerie, die ihnen das Tier durch seinen Tod vergönnte. Wenn der Beam einmal läuft und die Daten genommen werden, was im Übrigen die Regel ist, werden Protonenpakete gegenläufig zur Kollision gebracht. Wobei zuweilen mehrere Kollisionen zur gleichen Zeit stattfinden, deren jeweilige Trajektorien dann in den verschiedenen Detektorlagen aufgezeichnet werden. Dabei gilt es, das Materielle zu synchronisieren und Präzision herzustellen. Viele Physiker haben am CERN von ihrer Zeit als Doktoranden bis hin zur Zeit, wo sie zentrale Funktionen bekleiden, wie etwa Group Leader zu sein, stets eine Bandbreite von Aufgaben zu erfüllen. So auch Raimundo. Der ursprünglich aus Portugal stammende Physiker arbeitet für CMS, das hier ist ein Querschnitt vom kompakten Neuronsolid und hat seit kurzem eine Dauerstelle am CERN als Staff-Mitglied erhalten. Er befasst sich in seiner Analyse mit Higgs-Boson und Topquark, ist aber auch auf der technischen Seite tätig. Wo er sich mit dem Upgrade des CMS-Detektors beschäftigt, der nach neun Jahren Laufzeit inzwischen materielle Schwächen aufzeigt. Ab 2026 soll das auf 30 Jahre angelegte Projekt noch höhere Energien und genauere Messerungen zum Ziel haben. Zu diesem Zweck müssen die einzelnen Messungslagen mit neuen Materialien ausgestattet werden. Aus dem Interview. We have to replace the calorimeters, which is dying, sagt er im Gespräch mit mir. Auf Nachfrage präzisiert er, was er mit dying meint. Basically, it suffers so much from the radiation over the years, that it has been working. That the crystals, it is made out of crystals, are losing their transparency. And after some years, they are not efficient to collect the light and to get signals out of it. So we simply have to replace it with something which is more resistant against radiation. And that is something that needs to be installed in some years from now. Man kann in dieser kurzen Passage das extrem verzeitliche Denken physikalischer Arbeitspraxis erkennen. Raimundo selbst spricht über die Kristalle, als seien sie animiert. Sie arbeiten, sie haben eine Lebenszeit, sie sind dabei zu sterben, ihre Transparenz nimmt ab. Währenddessen ist die Arbeit der Physiker, zu sammeln, Signale zu empfangen, sie in Zukunft mit etwas zu ersetzen, das eben resilienter ist gegen die Abnutzung, Durchstrahlung und den extremen Bedingungen über einen längeren Zeitraum statthält. In den nächsten Jahren muss er sich vor allem mit Fragen beschäftigen, die im Grunde zunächst nicht lösbar erscheinen, da sie an materielle Grenzen stoßen. Insbesondere geht es hier um die Probleme der Synchronisierung einerseits und dem Neues der Leitungskabel andererseits. Der neue Kalorimeter soll zeitsensibel messen können. Raimundo erklärt die Problematik. Für den neuen Kalorimeter, wir benutzen die Precise Timing-Measurement. So far, wir nicht benutzen die Timing-Informationen so viel als wir denken, um es in der Zukunft zu benutzen, weil das alles kommt aus dem Fakt, dass wir produzieren Protons, aber nicht nur Protons. Es gibt viele Collisions-Kollisions-Kollisions-Kollisions-Kollisions. Wenn Sie eine Precise-Timing-Measurement haben, Sie können sagen, dass dieses Energie-Depositin gehört zu dieser Collision oder zu einer Collision. So you can distinguish from where actually the energy deposit is coming from. And so far, the level of number of Protons colliding at the same time is very small. There is no such a need to make precise usage of time. But in the future, when we have 140 to 200 simultaneous Collisions, it starts to become more relevant to do the, let's say, the time-tagging, to reject things that not interest us. In the end, we are just looking for a few processes that interest us. The rest is junk that we need to get rid of. Als time-tagging bezeichnet Raimundo hier den Vorgang, einem spezifischen Ereignis die jeweiligen Zerfallsprozesse zuzuordnen und so nicht bloß die Einschläge in die Zerfallskanäle aufzuzeichnen, sondern die jeweiligen Einzelkollisionen zuzuschreiben zu können. Er macht hier noch einmal deutlich, dass nur ein Bruchteil des Aufgenommenen die Hochenergiephysik tatsächlich interessiert. In der Regel werden nur ein Prozent der Daten aufgezeichnet und gespeichert. Viele Kollisionen sind nicht relevant, erscheinen schon verstanden, produzieren ein Rauschen, das es schwer macht, die eigentlichen Prozesse richtig zu analysieren. Raimundos Aufgabe besteht darin, an einem Projekt als Führungskader zu arbeiten. Seine Arbeit trägt dazu bei, dass der neue Kalorimeter in den nächsten Jahren funktionstüchtig wird, damit in 2026 die höheren Energien auch wirklich ausgeschöpft werden können. Zeitgleich leistet er dazu noch Arbeit an der Auswertung von Daten, die jetzt genommen werden, koordiniert und analysiert gemeinsam mit Doktoranden und Postdoktoranden. Für ihn dreht sich in der Auseinandersetzung mit der Zukunft alles um die neue Materialität des Kalorimeters. The Kalorimeters will have many cells, several millions of cells, and the question is, how do you guarantee that you distribute the clock along those cells such that it is precise enough so that you have the detector fully calibrated, not that every cell is fluctuating in their time measurement. And this is why I, we, have no clue. But we have some years ahead. Usually you have a central clock provided by the LHC machine, and you have to distribute it to every signal cell. But the amount of filters that you put in between, and the distribution of the signals, produces some fluctuation in the signal itself. And this is hard to control, especially when the area where you have to distribute the clock is very large, and we are talking about several meters with several one-centimeter cells that have to receive the signal at the same time without having a fluctuation from cell to cell. Wir begegnen an dieser Stelle einem medienarchäologischen Problem, nämlich, dass die Trennung von digital und analog von diskreten Signalen eben schon durch die Leitfähigkeit von Materialitäten, durch Schaltstellen selbst von zufälligen Fluktuationen der Grundspannung gestört wird, was bei den Präzisionsmessungen des CERNs zu Ungenauigkeiten führt, die das Ziel des Projekts infrage stellen. Es handelt sich dabei schließlich um präzise Messungen der Natur, von der jeder Einzelne anthropologisch und philosophisch als reines Ereignis gedacht werden muss, spiegelt dessen, woraus die Welt auch nach Auffassung der Quantengravitationstheoretiker Carlo Rovelli gemacht ist, Ereignissen nämlich, die jeweils einen Möglichkeitsraum kollabieren lassen und neue Signaturen von physikalischer Natur preisgeben. There is some random behavior intrinsic to the electronics. Instead of measuring precisely, like at one second, you measure one plus minus thirty picoseconds, which is a very small, but it is at this level of the electronics noise. And as it's a random behavior, it means you have to try to reduce the noise that you do not fluctuate too much in a cell. This will be a random behavior at a cell at the most drastic scenario. Also jede Zelle in sich hat eine Zufälligkeit der Fluktuation des elektrischen Stroms, der dazu führt, dass das ganze Experiment nicht mehr genau wird, weil eben die zentrale Clock sich differiert von den einzelnen Fluktuationen durch die Verbindungskabel. Und das erklärt er jetzt. It is a challenge to review this per cell. Two cells can receive the clock from the cell source, weil es eine Leitung ist. The common bias will be already at the source, but when you have a million cells, there is no way to have a single cable to split into millions. Und das ist das Problem. Man kann eben die Kabel nicht synchronisieren. Es ist eine Grundspannung in der Leitung, die verhindert, dass da eine Genauigkeit der Zeit hergestellt werden kann. Je granulärer die Messung in der Physik wird, desto schwieriger wird es, die Zeit selbst zu koordinieren. Das Problem besitzt eine andere Größendimension und betrifft folglich nicht bloß die anthropologische Feldforschung. Je fragmentierter die Welt wird, desto mehr multipliziert sich ein und dasselbe Problem, das Problem des Neues selbst, der die synchrone Taktung des Deccalomerimeters destabilisiert. Synchronisierung und das zufällige Verhalten des Materials stellen in diesem Fall noch unlösbare Probleme für die Physikerinnen dar. Die Zukunft aber wartet hinter der nächsten Tür. Die Lösung taucht noch im Erfahrungsraum auf, setzt aber den Erwartungshorizont und bestimmt die alltägliche Praxis. Raimundo lebt das, was Hans-Jörg Rheinberger einmal als differenzielle Reproduktion bezeichnet hat. Auch wenn jetzt noch keine Lösung in Sicht ist, wird die schrittweise Arbeit an dem Problem in der Zukunft zu einer solchen Lösung führen. Dieses Erfahrungswissen um die Verschiebung von Sinn zeichnet die erfahrenen Experimentalphysikerinnen aus. Eine innere Zuversicht und Gelassenheit geht daher von vielen Arrivierten am CERN aus, gepaart mit besonders kultivierten Humor. Zu oft hat eben im Alltag ein unerwarteter Gedanke ein Zufall selbst zu neuen Ideen geführt. Es gehört zum Tacit Knowledge der Physik, sich darauf zu verlassen, dass sich in der Zukunft der Erwartungshorizont verschieben wird und die Probleme des gegenwärtigen Erfahrungsraums gestillt sein werden. So scheint auch in die Prozesshaftigkeit von physikalischer Forschungspraxis das Phänomen der quantenmechanischen Diskontinuität als strukturstiftende Idee auf. Das eine Ereignis schließt einen Möglichkeitsraum, öffnet aber zugleich einen neuen. Das Ereignis selbst schließt ebenso in der Geschichte den Möglichkeitsraum auf. Ein Vakuum, von dem aus die Zeit unbeirrt gedacht werden könnte. Eine Teleologie wird somit bei der Betrachtung des Subatomaren wie des Anthropologischen hinfällig. Das Ereignis ist der Kollaps der Wellenfunktion, durch die Beobachtung schließt sich ein Möglichkeitsraum, bringt die Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Kollabieren. Freilich wird die Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit kleinster Baustelle des Kosmos in der Hochenergiephysik nicht durch die Messung von kollabierenden Wellenfunktionen, sondern durch statistische Wahrscheinlichkeiten gelöst. Der Zufall selbst wird hier ontologisch verankert und dabei interferiert diese Sicht auf Welt mit der Praxis im Alltag. Und doch hilft hier die Auseinandersetzung mit dem Verständnis von der menschlichen Zeit, die unbedingt historisch ist, die Zeitlichkeit des Physikalischen als relational zu verstehen. Auch im Inneren des Atlas-Trackers wird derzeit am Upgrade gearbeitet, also an der Erneuerung und Verbesserung der einzelnen Teile des Detektors. Erste Design-Reports sind schon längst geschrieben und jetzt geht es darum, die relevanten Daten zu bekommen, die Effektivität zu garantieren und zu gewährleiten, dass die einzelnen Teils auf dem Detektor richtig gesetzt werden. Denn in dem Silikondetektor muss das Spacing korrekt berechnet. Die einzelnen Module richtig verbaut werden, da sonst am Ende die letzten Module auf den elektronischen Leitungen selbst angebracht wären, was wiederum dazu führen kann, dass der ganze Silikondetektor nicht mehr funktioniert. Und die US-amerikanische Doktorandin Claire fasst das technische Problem zusammen und erklärt mir, weshalb es überhaupt eine Dringlichkeit besitzt. Technically, what we have to do is we have to replace Silikondetektors, which we nickname modules. The amount of the electronic readout already onto a base or structure, which we call stave. When we mount them, we need to make sure that they have a particular spacing between them. We need to make sure that they do not run out of the site or end up on top of the electronic connections or the stave. Since then, nothing would work at all. This means that we have to calculate where all the modules should be. We have to do that with respect to stave coordinate system. Man könnte meinen, dass solche gegenständliche Probleme alle daran beteiligten, zu koordinierter Arbeit brächten, im Sinne einer rational choice theory. Aber die junge Doktorandin Claire stößt immer wieder an die Grenzen der Kollaboration, reibt sich stets an Verzögerungen auf, die zuweilen durch einzelne narzisstische Befindlichkeiten von Kollegen und Gruppenleitern zu diplomatischen Scharmützeln aufgeblasen werden können. Sie kämpft sich an authority figures ab und muss das richtige Timing finden, um ihre Überlegungen wirksam zu machen, obwohl ihre Stimme klein ist. Besonders ein Gruppenleiter macht ihr das Leben schwer, sie erzählt. Auch hier wird wieder Claire über Gerüchte aushandeln, wie sie mit jemandem umzugehen hat. Dabei scheint es ihr möglich, geschickte Allianzen zu schmieden und ihre authority figures für sich zu gewinnen. Ich frage sie, what time did this backstage work take? I spread it about a period over two weeks and it took me maybe five hours of work. But it is built on something. We have been about the coordinate system problem actually a year. I went back into the stack of my notebooks. I flipped back to find the relative facts. and I started tracking this problem explicitly and in detail in February 14, 2017 presented on it February 14, 2018. So one year to date that I made my first measurements of the problem in December 2016 and we talk about it since February 2017. the American Ph.D. begreift die taktische Arbeit in den Gruppen als etwas quasi Rituelles, das sich irgendwo zwischen Theater, Videospiel und Baseball zu bewegen scheint, Agorn, Mimikry, Alia und Vertigo als Arbeitsform erfahren lässt. Es gibt Backstage-Work, Probleme werden offline ausgehandelt, im Privaten, bevor sie in der großen Gruppe diskutiert werden. Es zeigt sich auch, wie auf ihrer Ebene die nach außen hin oft flach dargestellten Hierarchien durch informelle Zusammenkünfte und formelle Gruppentreffen mit großem Geschick und diplomatischem Gespür zur Durchsetzung eigener Ziele eingesetzt werden müssen. Die Arbeit am CERN ist kein Ort geselliger Gemütlichkeit, auch wenn es oftmals so erscheinen mag. Hinter den Kulissen geht es oft genug um Ressourcen, Positionen und Entscheidungen, die über Verbleib oder Gehen in der Kollaboration entscheiden. Ich frage Claire, ob es auch andere Wege gibt, mit der von ihr als Authority Figures bezeichneten Personen Probleme zu lösen. Are there more effective ways in solving the problem? Sie sagt, usually you can do it privately. Usually you do not need to do this. This particular guy is known for being difficult. Even now his strategy in the meeting was to essentially force the issue offline, which we knew would happen. I already talked to the coordination to get the relevant data to the team in the US that they could do the calculations and send them back as quickly as possible to this other guy. Nicht nur verhandelt Claire an dieser Stelle hinter den Kulissen ihr Anliegen, sondern sie ermöglicht zur Lösung des Problems, dass in der Zwischenzeit die hierfür relevanten Daten genommen werden, damit ihr Argument auch eine notwendige Basis besitzt. Die Koordinationen, die PhD-Studenten sind also in dieser Situation auf einer Wellenlänge. Sie nimmt das Problem auch nicht persönlich, sondern rationalisiert die Situation folgendermaßen. It is less an issue of breakdown and communication and more an issue of priority. People have so many things to do all the time that unless you put something on top of the priority list, things will not work. In doing what I did in February, I caused a scene. Now it is in the meeting's notes and it has a memory to the people. They will not forget a young female graduate student calling out a senior member of the ITK community. That's ballsy. So in doing that, I reminded people what happened and I gave the touchdowns. It has gotten to people's memories and next time we will have the meeting in April, they will ask what has been done with this. Neben der Synchronisierung stellt also auch die Priorisierung und die richtige Reihenfolge eines der zentralen Elemente der experimentell-materiellen Zeitlichkeit dar, die über Gelingen oder Misslingen des Experiments entscheidet. Dabei wird die Erinnerung zu einem strategischen Werkzeug und die Frage, wie etwas überhaupt in das Reich der Erinnerung gelangen kann, das dann auch in Zukunft wieder aktualisiert wird, löst Claire über Performativität. Durch taktisch eingesetztes theatralisches Auftreten in der Gruppe erwirbt die Studentin, dass ihr Problem in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung kommt. Da jeder in der Kollaboration seine eigenen Prioritäten als besonders wichtig empfindet, egal ob sie für das Groß und Ganze wichtig sind oder nicht, dient in diesem Fall der Einsatz performatorischer Mittel dazu. Ein von der Doktorandin erkanntes fundamentales Problem trotz ihrer hierarchischen Inferiorität für die Gruppe wichtig werden zu lassen. Claire gelingt es, dass die große Gemeinschaft überhaupt erst von der Angelegenheit Notiz nimmt und somit auf die einzelnen Mitarbeiter, die das Problem verstrecken, Druck ausgeübt wird, eine zeitnahe Lösung zu finden. Die Kontinuität des Experiments wird infolgedessen nicht nur durch das Wissen, wie Werkzeuge eingesetzt werden und wie die Koordination der einzelnen Arbeiten organisiert wird, gesichert. Es zählt vor allem auch die die Arbeit hinter und auf der Bühne, die Art und Weise, wie Allianzen gespielt werden, von wem Hintergrundwissen zuverlässig und vertrauenswürdig in Erfahrung gebracht wird. Physiker, und das werde ich jetzt außen vor lassen, aber wir können darüber gerne diskutieren, verdoppeln in diesem Augenblick auch noch die Zeit. Und das ist ein kurzes Wort zur Simulation. Alles, was passiert, das Materielle selbst, hat eben auch noch mal ein virtuelles Äquivalent und das macht die Sache natürlich noch mal spannender. Bevor irgendetwas Hardware wird, wird es simuliert und alles, was eben als Junk bezeichnet wird, fällt eben durch die Simulation überhaupt heraus und wird herausgenommen. Die Planung, alte durch neue Teile zu ersetzen und wie das neue in Zukunft so implementiert wird, ist die eine Sache der Arbeit der Physikerin. Was aber geschieht mit den alten Teilen? Wie wird die Vergangenheit des Materiellen gehandhabt und mit der Geschichtlichkeit am CERN umgegangen? Um die Archivaren vom CERN zu zitieren, disastrous and chaotic. There is no sense for a real archive here at CERN. We have tons of data unordered and try to encourage the groups to keep important documents stored. We would like to have a more ordered archive in the future to be able that historians can talk properly about these times one day. Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass die Vergangenheit aktive Experimentalphysikerin meistens nicht wirklich interessiert und erst in der zweiten Lebenshälfte langsam an Bedeutung gewinnt. Vorher herrscht die Immersion im Jetzt. Eine Konzentration auf das Problem, was nicht mehr wiederverwendet werden kann, kommt meistens auf den Müll. Und dieser Müll hat im Fall des CERN schon etwas Spektakuläres und Exotisches. Es geht das Gerücht um, dass sich manche CERNianer aus dem Müll des CERNs Computer und andere Geräte gebaut haben. Vielleicht war ich von Anfang auch wegen der Schönheit, Sauberkeit und technischen Reinheit des Mülls von den Containern angezogen. Stets bereitete es mir die größte Freude, den Müll zu fotografieren, hier und dort während der Feldforschung Halt zu machen und durch die Überriste selbst über die Zeitlichkeit von Experimenten nachzudenken. Kabel, Strippen und verschiedenste ausrangierte Geräte hinterließen einen bleibenden Eindruck bei mir, allen voran natürlich ausgerangierte Overhead-Projektoren, die das Ende einer ganzen medialen Ära der Datenkommunikation bezeichnen. Ich habe in den vergangenen Jahren gerade noch zwei Menschen mit Overhead-Projektoren vortragen sehen. Den Leiter meines Lehrstuhls, Friedemann Schmoll, der mit großem Sinn für Ironie begabt, gerne kognitierend von sich sagt, dass sein Verständnis von Medien im 19. Jahrhundert auf dem Niveau von Geisterbeschwörung stehen geblieben ist und dem weltbekannten theoretischen Physiker Roger Penrose, der eindrucksvoll den Projekte durch das immer wieder übereinanderschieben von seinen Folien in eine Zeitmaschine verwandelte und aus den dynamischen Anschauungen gleichsam sein Konzept von sich stets entfaltenden und wieder zusammenfallenden Universum eines Diachronen-Multiversums zur Schau stellte. Ich musste dabei unwirklich willkürlich an den Satz von Friedrich Nietzsche denken, der einmal sagte, die Gedanken schreiben an unseren Werkzeugen mit. Wer weiß, welche Theorien Penrose entwickelt hätte, wenn ihm Mathematiker zur Verfügung gestanden wäre. So viel zu den Overhead-Projektoren im Müll. Meine Begeisterung für den Müll entspringt natürlich auch einer gewissen Deformation professionell. Es ist ja inzwischen kein Geheimnis wert, dass wir Kulturanthropologinnen und das Abseitige, Belanglose und Hinterlassene anschauen, um daraus das Bedeutungshafte von Welt zu generieren und Gesellschaft zu verstehen. Die Diskrepanz zwischen noch weithin benutzten, aber vollständig abgewetzten Arbeitsstühlen und glänzenden Kabeln, vergoldeten Linsen, diamantenen Messlagen und Silikonstreifen andererseits, deren Gebrauch eines Tages nicht mehr möglich zu sein scheint, erstaunt und zeigt vielleicht am deutlichsten, wie viel Respekt Physikerinnen dem Materiellen entgegenbringen, wie viel Liebe sie für das Experiment hegen. Ich möchte zum Schluss kommen. Experimente sind zeitkritische, fragile Komplementäre, die durch die Arbeit von Menschen ein Ganzes ergeben, am Laufe gehalten und mit Leben gefüllt werden und mit Liebe. Das Wohl und Werden einer Kollaboration, ihre Effizienz und Produktivität hängen von den Materiellen selbst ab. Das Materielle ist Widerstand und leitet zugleich Erkenntnis, unterliegt jeweiligen Lebensdauern. Jedes Ding besitzt ein Lebenszyknus und am CERN multiplizieren sich die Objekte zu einem intrinsischen, komplexen Ganzen. Was einmal zentrales Werkzeug war, ist jetzt auf der überresthaltende Technikgeschichte gelandet oder fristet sein Dasein als Kuriosum in der Techniksammlung, die Museum belustigt und erinnert daran, dass jedes physikalische Wissen, das von Dauer ist, auf den kurzen Lebenszeiten unzählige Objekte gebaut ist, durch Zähmung des Zufalls bestimmt in das historische Chronotopos gefügt. Manchmal stelle ich den Physikerinnen die naive Frage, weshalb sie nur vier bis sechs Prozent des Universums überhaupt vermessen können. Natürlich ist die erste Antwort, dass es dabei eben um das geht, was in der elektromagnetischen Perspektive hineinlangt. Andere hingegen differenzierend meinen, dass es die technischen Beschränkungen selbst sind, das Materielle, was uns diese Grenzen auferlegt. Wir können über das Ganze, dessen Teil wir sind, keine letztgültigen Aussagen treffen, erst recht nicht, solange uns das Materielle nur einen Blick auf einen kleinen Teil des Ganzen gibt. Andererseits trägt das Verständnis der Materie und die genaue Kenntnis ihrer jeweiligen Zeitlichkeit, der Rhythme und Räumlichkeiten, die sie von uns abverlangt, dazu bei, dass sich der Alltag unseres Hier und Jetzt verwandelt. Sie erst macht neue Einsichten möglich, besitzt eine Eigenzeit, bringt die Ideenkraft voran. Weil sie Grenzen aufwirft, erlaubt Materie so überhaupt die unerwartete Entdeckung neuer Lösungen, produziert das, was in den Arbeitsgruppen von Atlas und CMS als Action Items genannt wird, was die Einheiten der Deadlines ausmacht, welche die Action Coordinators in der Praxis verwandeln, während ein Problem jetzt schon eine dringliche Lösungen benötigt, selbst wenn es in Zukunft erst relevant wird. Materialität unterbricht die Zeitfluss der Menschen, rhythmisiert das Experiment, fordert Pausen ein und erzwingt Rituale der Sorge und Pflege. Jedes Jahr gibt es Technical Stops am LHC. Das Materielle beschleunigt Erkenntnis zuweilen gerade dadurch, dass sich Verzögerungen einstellen. Und diese Paradoxalität der Zeitlichkeit von Materialität und Wissen führt über Jahrzehnte hinweg zu der inzwischen sehr bürokratisierten Arbeitsstruktur am CERN, die garantiert, dass Teilchen selbst auf Lichtgeschwindigkeiten beschleunigt und energieförmige Materie zur Kollision gebracht wird. Zum Abschluss möchte ich noch einige Diagramme zur Visualisierung der hier vorgestellten Zeitlichkeiten zeigen, die ich im Vorfeld dieses Vortrags zur Elisierung des Problems erstellt habe. Mir scheint einer der schwierigsten Konflikte von Zeitlichkeiten, in die das Materielle der Physik und die erwünschte Erkenntnis gestellt sind, die Zeitlichkeit der Ökonomie, des Kapitalismus hier einerseits, auch einer Ideologie, und die der Wissenschaft andererseits, auch eine Kosmologie, eine Weltanschauung, eine Ideologie. Zwei Ideensysteme. Kosten und Nutzen divergieren in beiden Bezugsrahmen zu stark und müssen vom Conseil im Großen bis hin zum Doktoranden, der dieses oder jenes Objekt bestellt, im Kleinen ausgehandelt werden. Beide, Wissenschaft und Kapitalismus, naturalisierenden Fortschritt. Setzen eine mechanische Vorstellung von Geschichte voraus, die jeweilige Prozesse in einen nicht näher definierten Vakuum leerer Zeit setzt und einen Vektorbegriff von Zeit essentialisiert, der, sobald es darum geht, die Zeit der Menschen zu verstehen, notwendig versagen und unterkomplex bleiben muss. Weder gelingt es nämlich dabei, die Metamorphosen der Zeitlichkeit selbst noch ihre ungleichzeitige Gleichzeitigkeit oder gar die Morphologie der Zeit zwischen Jetzt und Ewigkeit, Kontextabhängigkeit von Erinnerung und Prognose zu verstehen und in Relation zum Beobachtungshorizont zu setzen, der eben immer von den Produktionsbedingungen, seinen Materialitäten, ganz allgemein den Widerständen der Welt als Fall selbst abhängig ist und da mit aller Berechenbarkeit einen Strich durch die Rechnung macht. Im Herzen der Wissenschaft steht die Gabe des Wissens. Grundlagenforschung möchte dauerndes erlangen, in diesem Fall durch die Beschleunigung auf Lichtgeschwindigkeit. Für uns Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen ist dabei der Punkt, von dem sich Einblick in die Kultur der Physik gewinnen lässt, eine Möglichkeit, sich an das komplexe Ganze anzunähern, das Physik ausmacht. Das habe ich versucht, in dieser Folie zu visualisieren. Auf dem chronotopischen Zeitstrahl T-Hist öffnen sich hier beispielhaft die historische, analytisch-kritische und prognostische Dimension des Zeitlichen des Experiments. Der Punkt der Erkenntnis ist relativ zur Zeit der Beobachtung und natürlich relational zum Beobachter selbst. In diesem Vortrag habe ich von den supraleitenden Magneten gesprochen. Waren es Raimundo und in den Zellen, Claire und das Space in der Kacheln und James und die Frage, wie man die unvorhergesehenen Unfälle umgeht, dieses Experiment stets lahmlegen können, durch die sich die Bedeutung von Zeitlichkeit und Materialität für das Experiment hoffentlich auch für sie genauer fassen ließ. Für die hermeneutisch operierenden Wissenschaftler ist jeder dieser Punkte eine Möglichkeit, die Verschränkung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Blick zu nehmen, den Erfahrungsraum von Welt zu beschreiben, prognostisch argumentieren zu können, die relationalen Konstellationen im Wechselspiel von Zeitlichkeit und Kontext zu situieren und zum Verständnis des Spezifischen einer jeweiligen Kultur zu gelangen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dippel, für diese anthropologischen Einsichten in das Experimentieren am CERN. Ich glaube, es gibt genügend Anknüpfungspunkte für die Diskussion. Herr Rheinberg, bitte. Ja, vielen Dank. Ich denke eigentlich immer, dass so eine komplizierte Maschine im Grunde genommen überhaupt nie richtig zum Laufen gebracht werden kann, weil da so viele Einzelteilprozesse permanent koordiniert werden müssen. Aber ich habe eine Frage zur Zeitlichkeit. Was ist im CERN so, kann man das ungefähr sagen, was das Verhältnis von Vorbereitungszeit und tatsächlicher Experimentalzeit ist? Also Beamtime, wenn der Strahl dann wirklich läuft und wenn die Detektoren angeschaltet sind und wenn Daten registriert werden. Und das zweite Problem, was ich immer habe mit solchen riesigen physikalischen Maschinen, die im Grunde genommen natürlich, die ja nur einmal auf der Welt überhaupt existieren, da stellt sich natürlich dann auch die Frage der Replikation oder was Sie gesagt haben vorhin in Ihrem Diskussionsbeitrag. Das funktioniert hier ja nicht, weil man ja nicht ständig, man hat ja auch keine alternative Weltmaschine, die dann sagen kann, bei uns läuft es aber so. Also wird das irgendwie intern, läuft das CERN so, dass es sozusagen seine Aktivität selber in mehrere Varianten aufspaltet? Vielen Dank für diese schönen Fragen. Auch das ist eine Frage der Skalierung. Das Projekt des Large Hadron Collider wurde in den 80er Jahren als Designstudie entwickelt und es hat eben 20 Jahre gedauert, bis es gebaut wurde. In jeden einzelnen Experimentalgruppen, und das meinte ich auch immer, wenn ich von diesem Zeitdruck gesprochen habe, muss ja in dieser Laufzeit der Beamtimes, die nur eine bestimmte Phase im Jahr ist, müssen eine bestimmte Anzahl von Daten genommen werden und das produziert dann letztendlich Stress, der immer sich mehr verstärkt, je weiter die Leute sozusagen an der Hardware dran sind. Also die Triggergruppen, die die Datennahme letztendlich garantieren, da ist dann immer kurz vor der Datennahme, sind die immer alle kurz vor Gaga und je weiter sie weg sind, desto mehr Entspannung existiert und das wird interessanterweise relativ gut austariert. Ich bin auch begeistert davon, dass das funktioniert, aber es funktioniert eben und dann kann man sagen, ein, zwei Jahre manche Experimente und Aufsätze modern dahin und sie kriegen es nicht hin, weil die Gruppe nicht koordinierend war und nicht gut war und andere sind richtig gut und schaffen das in einem Jahr. Die andere Frage der Reproduktion. ATLAS und CMS sind Geschwisterexperimente, also die Idee ist, sie checken sich gegenseitig, wir haben also einen Vergleich im Jetzt, aber das, was die Sache wirklich interessant macht, ist, dass die Daten der vorhergegangenen Hochenergiephysik-Experimente eingepflegt werden, also gemerged werden in das existierende Datenset. Das heißt, das, was am Fermilab genommen worden ist, verifiziert, beziehungsweise das, was am CERN genommen wird, verifiziert das Fermilab und das, was am Fermilab an Daten genommen worden ist und auch zum Teil jetzt noch ausgewertet wird oder an HERA und so weiter, also in allen großen Experimenten, die sich in der Hochenergiephysik aktiv sind, die spielen ineinander und vergleichen sich wechselseitig. Das ist in jedem Fall gegeben und im Vergleich zum Beispiel zu quantenoptischen Experimenten, wo tatsächlich sehr oft das Problem ist, dass es nicht reproduzierbar ist, weil das Tacit Knowledge fehlt, ist die Gemeinschaft der Physiker am CERN so groß, dass offensichtlich und auch die Bürokratisierung, die Sicht von außen, dass offensichtlich die Leute in der Lage sind und auch dazu gezwungen sind, zu zeigen, dass es reproduzierbar sein soll. Ja, vielen Dank für diesen tollen Einblick in das CERN. Meine Frage ist die, ob die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort einen Begriff haben von ihrer eigenen oder von der Historicität ihrer eigenen Arbeit, vor allem in dem Hinblick, dass zumindest die PR-Abteilung zu kämpfen hat mit diesem Nimbus der Weltmaschine. Also es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Physik, dass eine Maschine oder ein Experimentalsystem spektakulär ist und also überwältigend in vielerlei Hinsichten. Ein anderes Beispiel wäre die Luftpumpe von Robert Boyle zum Beispiel, die man vielleicht vergleichen könnte. Heutzutage erscheint uns das relativ profan, also zwar nicht unwichtig, aber relativ profan, dass es so etwas gibt wie Luftdruck und jeder hat irgendeine Luftpumpe am Fahrrad. Gehen diese Menschen am CERN davon aus, dass sie in ein paar Generationen ähnlich, also dass sie diesen Nimbus der Weltmaschine verloren haben werden, dass sie überlagert werden, dass sie unwichtig geworden sind, besonders dann, wenn man selber nicht für seine Erinnerungen sorgt, also wenn man kein Archiv hat? Wunderschöne Frage, auf ganz vielen Ebenen zu beantworten. Ich glaube, es gibt für viele Hochenergiephysik im Moment der narzisstischen Kränken. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Beste in der Schule in Physik gewesen. Sie waren der Beste irgendwie in Mexiko an der Universität und dann kommen Sie ans CERN und Sie sind nur einer von vielen Tausend. Sie sind eben nicht Albert Einstein. Diese Erfahrung eines Experimentalphysikers oder auch dieser Ruf zur Bescheidenheit und sich selbst in Relation zu setzen, produziert auch einen ganz anderen Gestus und Habitus, als zum Beispiel String-Theoretiker ihn oft haben, die in kleinen Gruppen arbeiten und es gibt nur 1.000 auf der ganzen Welt, die sind ganz anders drauf. Ein ganz anderes Gefühl von der Bedeutung dessen, was sie historisch hinterlassen können. Also diese Frage des Einzelnen ist die eine Sache. Das CERN selbst hat zum Beispiel mit den Gravitationswellen von LIGO, mit der Entdeckung der Gravitationswellen von LIGO, schon seiner eigenen Historisierung erfahren. Also nach dem Higgs hat es Boom gemacht und dieses Boom war sozusagen so erschütternd für die, dass Ihnen eben auch klar geworden ist, Sie kommen an einen gewissen Punkt. Jetzt sind Sie am CERN daran, dass Sie eben vor allen Dingen Präzisionsmessungen machen. Sie finden gerade keine Suchen nach neuer Physik, aber Sie finden keine neue, keine schwarze, dunkle Materie, keine Supersymmetrie. All diese ganzen Theorien werden gerade nur gesucht und nicht gefunden. Und da merken Sie das schon und man sieht es auch in der Abwanderung. Also wenn ich Physiker frage, sagen Sie, ja, vor 20 Jahren sind die Besten in die Hochenergiephysik gegangen. Aber jetzt, da gehen die Besten in Condensed Matter oder in irgendeinen anderen Bereich, der eben gerade wichtig ist. Oder studieren ganz Informatik. Das ist so ein bisschen so Solarismäßig. Also der, wo ja die Idee ist, der Letzte, der eben dann vielleicht das erkennt. Manchmal hat man den Eindruck. Und natürlich sind Sie angezogen. Also es ist ein tolles Erlebnis, es ist wunderschön in dieser Atmosphäre mit so vielen Leuten zu arbeiten. Und wenn man dann in der Mensa, in der Cafeteria sitzt, oh guck mal, da läuft wieder ein Nobelpreisträger und so. Also man hat was davon, dass man eben mit so vielen klugen Leuten zusammen ist und sich auch ständig misst im Gespräch. Weitere Fragen? Wortmeldungen? Ja, ich bin ja auch Experimentalphysiker, aber aus einem anderen Bereich, wo wir in der Tat in kleinen Teams mit Tabletop-Experimenten arbeiten, werde ich nachher auch was dazu erzählen. Bei uns ist das spielerische Element beim Experimentieren extrem wichtig. Also trotz aller Ökonomisierung der Wissenschaft und so weiter, würde ich sagen, ist das Labor doch noch ein Raum, wo es im Vergleich zu vielen anderen Bereichen extrem viel Zeit und Platz und Ressourcen für Spiel gibt. Und das würde mich interessieren, ob das am CERN, an so einer Großforschungseinrichtung, die natürlich anders organisiert sein muss, auch der Fall ist. Das ist auch eine wunderschöne Frage. Ich habe gerade einen Aufsatz an der Review und einer publiziert, das eine heißt The Big Data Game, The Ludic Constitution of the Large Hadron Collider and the Science. Und es geht genau um diese spielerische Bedeutung. Als ich ans CERN kam, habe ich, Karin Knorz, die Tina ist sehr bekannt, die das irgendwie sehr funktionalistisch beschreibt. Und ich ging in den Labor, in den Kontrollraum vom Large Hadron Collider, vom Atlas, und stand da und bin irgendwie so ein bisschen traurig nach Hause gegangen und dachte so, Karin Knorz, der Tina hat eigentlich schon alles sehr wunderbar funktional beschrieben. Sharon Chavik hat wunderbar Beam Times und Lifetimes geschildert. Und ich habe zu einer Freundin gesagt, I went to CERN and all I found was a lousy rubber duck. Und das war die kleine DuckDuck, so eine lustige Quietscheente, die auf einem Tisch stand, die Data Acquisition Duck. Und von dem Punkt aus habe ich mir dann dieser Ente folgend die spielerischen Seiten des CERN angeschaut. Und es ist von den Gedankenspielen, die die Theoretiker auf dem Papier führen, bis hin zum Tabletop-Experiment, ist die Frage des Spiels oder auch des Codierens ist eine der ganz zentralen Punkte und auch Metaphern. Man hört das auch in der Art und Weise, wie Sie darüber reden. Und deswegen habe ich auch die Gabe des Wissens ins Zentrum gesetzt. Das ist eine andere Form des Spiels. Und es ist auch am allerverrücktesten, dass die Spieltheorie auf der Management-Ebene eingeführt wird, aber eigentlich die Effizienz des Experiments sich dadurch ergibt, dass die Leute Überstunden machen und in dieser Zeit eigentlich herumspielen. Physiker sagen, ich habe auch in der Vorlesung Experimentalphysik, sagt das Erste, sagt der Professor, Physiker sind Spielkinder. Ich glaube, wir alle, wir Wissenschaftler sind alle auf unsere Art und Weise verspielt und spielen mit Gedanken. Und Wissenschaft könnte eben nicht funktionieren, wenn sie nur nach klaren Kosten-Nutzen-Rechnungen funktionieren würde. Ja, ich muss zugeben, dass ich einige kritische Fragen hätte. Aber die jetzt alle aufzuwerfen, das ist wirklich müßlich. Wir haben drei Minuten vor fünf und alle wollen Kaffee trinken. Ich glaube, for the record ist es wichtig, Sie wenigstens zu hören. Ich kann Sie nachher ja drauf... Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt die Arbeit von Experimentalphysikern auf der Grundlage eines Sekundärberichts zu bewerten. Ich bin kein Physiker, ich verstehe davon nichts. Sie sind auch keine Physikerin. Sie verstehen davon vielleicht deutlich mehr als ich, weil Sie waren da am CERN, aber nicht wirklich. Und Sie berichten darüber jetzt und Sie tun das auf der Grundlage der Methodik, die Sie in Ihrem Fach anwenden. Ethnografisch gewonnene Erkenntnis ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, aus dem, was Sie gesagt haben, teilnehmende Beobachtung, würde ich es mal nennen. Ich weiß nicht, ob es das trifft, das können Sie sich vielleicht besser beschreiben, aber es scheint mir so die Methode zu sein, die Sie anwenden und eingestreut finden sich dann bei Ihnen sehr viele, sehr apodiktische Aussagen. Das kann nur so sein, das muss so sein. Das sind sehr starke Aussagen, die man normalerweise nur machen kann, wenn man entsprechende Existenzbeweise oder Nicht-Existenzbeweise führen kann. Dazu bräuchte man wenigstens Aussagenlogik, wenn nicht Mathematik. Und die finde ich in all diesen Dingen nicht, trotzdem diese starken Aussagen. Also ich habe wirklich große Schwierigkeiten damit, jetzt mir die Frage zu beantworten, okay, was hast du jetzt gelernt aus diesem Vortrag, außer der Tatsache, dass es verschiedene Zeitlichkeiten gibt, das wussten wir alle vorher auch, außer der Tatsache, dass das Zusammenarbeiten von sehr vielen, sehr klugen Leuten enorme Spillovers hat und enorme Freiräume schafft für Kreativität. Das kennen wir nicht nur aus der Physik, das kennen wir nicht aus jeder Disziplin. Ich war einmal in Chicago, an der University of Chicago, wenn Sie da in das Economics Department-Gebäude gehen, dann gehen Sie erstmal in eine Ahnengalerie vorbei, da hängen 14 Nobelpreisträger. Und fünf, sechs davon sind immer an der Fakultät tätig. Und dass Sie da natürlich anders arbeiten, forschen, studieren, als in Magdeburg oder irgendwo sonst, das ist doch völlig klar. Also was darüber hinaus habe ich jetzt gelernt? Ich frage mich, was kann man auch über diese Dinge lernen oder über das Experimentieren in der Physik mit dieser Methode der teilnehmenden Beobachtung. Die verzichtet ja nun mal auf Kausalitäten, die spielen ja da eine untergeordnete Rolle. Die verzichtet auf Empirie, die verzichtet selbst auf experimentelle Forschung und auf Kausalitätserklärung im Experiment oder Widerlegung. Also ich tue mich damit sehr schwer. Ich hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn Sie, anstatt über das CERN nur zu berichten, auch über Ihre eigene Methodik gesprochen hätten und uns eine Idee gegeben hätten, wie sich das, was wir in den Naturwissenschaften, in der Gesellschaftswissenschaft, in der Psychologie, in der Ökonomie unter Experiment verstehen, wie sich das in den Geisteswissenschaften spiegelt oder wie es dort gesehen wird. Aber das wäre dann ein ganz anderer Vortrag gewesen. Dafür bin ich nicht eingeladen worden in die Naturwissenschaften. Das ist schon klar. Ich sage ja nur, Sie wollten meine Befindlichkeiten... Ich sollte aus meiner Arbeit berichten, aber vielleicht darf ich, das ist ein wunderbarer Kritikpunkt, und ich freue mich, möchte mit einer Anekdote vielleicht erst antworten. Bei meinem zweiten Aufenthalt, ich verbringe dort pro Jahr zwei Monate, ich möchte jetzt gar nicht sagen, was ich alles studiert und gelernt habe in dieser Zeit und in der Zwischenzeit. Aber bei einem dieser Aufenthalte begegnet mir eine junge Doktorandin, die mich völlig verständnislos anguckt, was ich da eigentlich mache, weil ich ja nicht mit Mathematik operiere. Also sie hatte die gleiche Position wie sie und hat eigentlich gedacht, das ist eigentlich totaler Quark. Über die Jahre hinweg bekomme ich von ihr, wie von vielen anderen, folgenden Satz gesagt immer wieder, ich bin froh, wenn du zurückkommst, weil ich das erste Mal mich selbst beginne zu verstehen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Sie operieren und auf welcher Basis Sie operieren, nämlich auf der Basis der Mathematik, die Sie transzendieren, die Sie naturalisieren und der Sie eben eine Form der Objektivität zuweisen, die Ihnen auch eine Gewissheit des Gesprächs erlaubt. Und meiner Art und Weise zu denken, die auf der Sprache, auf den Gedanken funktioniert und die einen ganz anderen Zusammenfall von Welt, wie sie ist, den Dingen, wie sie beschrieben werden können und Sprache setzt. Und Sie würden ja auch, Sie machen ein Diktatoren-Spiel, obwohl Sie nie in einer Diktatur gelebt haben. Sie machen ein Gefangenenexperiment, obwohl Sie nie im Gefängnis waren. Und Sie können auch einem Historiker nicht sagen, dass er über die Vergangenheit keine Aussage treffen kann, weil er nicht in der Vergangenheit gewesen ist. Wir haben ein sehr ausgefeiltes, methodologisches System entwickelt, das über 200 Jahre sich jetzt nun konkretisiert hat und einen großen wissenschaftlichen Apparat besitzt. Dieser Apparat ist tatsächlich, und da stimme ich Ihnen zu und deswegen sage ich, es war wunderbar, dass wir so zueinander in eine Session gesetzt wurden, ist das komplette Gegenteil von dem, wie Sie operieren. Das ist wahr. Aber deswegen nehmen wir auch das Bedeutungslose in den Blick und versuchen darauf, eine eigene Perspektive auf Welt zu entfalten, die Ihnen vielleicht hilft, eine andere Welt zu verstehen. Bitte gerne. Und ich glaube, es geht auch ums Einlassen auf Bewegungen des Denkens. Ja, ja, ich versuche das. Das ist ja genau der Vorteil, den man in solchen Treffen hat, dass man andere Welten kennenlernt. Denen kenne ich relativ viel davon. Ich bin sehr viel interdisziplinär beschäftigt. Ich bin in der DFG sehr engagiert. Ich bin Mitglied des Senatsausschusses für graduierten Kollegen und da bekommen Sie jede Menge Informationen aus anderen Fächern mit und sehr viele Diskussionen. Und ich habe immer wieder die gleichen Schwierigkeiten wie bei der Diskussion mit Geisteswissenschaftlern. Deswegen auch meine kritische Einlassung hier. Meine Schwierigkeit mit Ihrer Antwort ist, ich kann durchaus verstehen, wie die Kolleginnen und Kollegen am ZERN auf sich reagieren und dass das sehr positiv ist. Aber begegnen Sie denen dann nicht eher in der Rolle eines, ich übertreibe jetzt mal, einer Psychotherapeutin anstatt einer Wissenschaftlerin. Glauben Sie das? Das wäre eine Hypothese, könnte man mal. Aber da funktionalisieren Sie das ja schon wieder. Und Sie setzen mich ja schon wieder in einen anderen Kontext. Ich versuche zu verstehen, warum die Kolleginnen und Kollegen dort sagen, es ist schön, wenn du wieder kommst. Und dann, weil ich habe zum ersten Mal reflektiert, was ich eigentlich tue. Meine Frau ist Psychotherapeutin und die wäre froh, wenn Ihre Patienten genau das zu ihr sagen, als Reaktion auf die Intervention, die sie durchführt. Also von daher hat mich das daran einfach erinnert. Und was mich einfach irritiert ist, dass ich die ganze Diskussion immer wieder zurückführen kann auf die Frage des gemeinsamen Wissenschaftsverständnisses, das wir doch eigentlich haben sollten. Und für mich ist Wissenschaft vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass die Aussagen, die Wissenschaftler tätigen, intersubjektiv überprüfbar sind hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes dieser Aussagen. Jetzt können wir über Wahrheit diskutieren, aber das bringt an der Stelle nichts. Und da habe ich einfach Probleme mit Methoden, die die Introspektion benutzen. Aber sehen Sie, ich habe das begriffen. Ich habe das begriffen. Sehen Sie, Sie können gerne mit Forschungsdatenmanagement, kann ich Ihnen meine Interviews online stellen und Sie können sie sich auch anhören. Sie haben bestimmte Ethiken, Sie haben ähnlich wie Sie Ideen der Nachprüfbarkeit. Sie produzieren unseren eigenen Quellenapparat. Das ist korrekt. Und es ehrt mich sehr, dass Sie uns so in die Nähe der Psychoanalyse, dass wir eben Kulturanalyse betreiben können. Denn die erzählen mir ja nicht jetzt Ihre persönlichen Angststörungen, sondern es geht letztendlich um dieses Verständnis, das was Experimentieren für Sie heißt. Welche Rolle Sie im Experiment selbst haben. Ich finde das in heutigen Zeiten, und ich bin ein kleines Fach, wissen Sie, bei uns an der Universität wird gerade in den Geisteswissenschaften alles zusammengekürzt und mehrere KW-Vermerke stehen, während eine weitere Ökonomie-Professur aufgemacht wird, die achte. Es ist ganz klar, sozusagen, wohin der Zeitgeist geht und wer hier die Macht des Sprechens und die Idee der Wahrheit verkörpert. Ich glaube aber, und das ist für mich etwas, was ich durch das Gespräch mit Fabiola Gianotti, beispielsweise der momentanigen Leiterin des CERNs, gelernt habe, dass auf dieser Ebene, an der man begreift und wirklich Wissenschaftspolitik betreibt, in Zeiten von Verschwörungstheorien, dass es wichtig ist, uns analytisch-hermeneutisch verfahrenen Menschen mit in den Dialog hineinzunehmen, weil es sonst dazu führt, dass Leute, die sich selbst ihre Wahrheit zusammenklauben und aus Kultur versuchen, irgendwie Sinn zu stiften in einer Internetwelt, in der das ganze Wissen völlig diversifiziert ist, wieder hineinzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, ein kohärentes Ganzes zu schaffen. Ich verstehe, dass Ihre Experimente Ihnen eine Wahrheit geben. Für mich sind das langweilige, kulturgebundene und bedeutungslose Aussagen, die sich in 50 Jahren nichten. Sie nehmen das nach Afrika, Sie nehmen das nach Japan, Sie nehmen es in einer Zirkumpolarkultur und es hat sogar keinen Bestand. Sie nehmen es nur zu Frauen oder zu Menschen, die schwarz sind und es hat keinen Bestand. Die Psychologie ist schon längst an diesem Punkt. Es gibt immer mehr den Moment, und Sie haben am Ende gesagt, es rückt an die Psychologie heran. Es gibt immer mehr den Moment, wo man merkt, oh nein, wir haben unsere Studie nur mit weißen englischen Elite-Studenten geführt. Wir kommen hier an eine Grenze der Aussagefähigkeit. Das ist ja gar nicht wahr. Und das, was ich mache, ist, ich gehe hin, reflektiere und lerne mich selbst zu reflektieren über einen jahrelangen, mühseligen Prozess, so wie Psychoanalytiker auch, das stimmt, und versuche daraus dann Bedeutung zu geben, die im Übrigen nachprüfbarer sind. Denn ich bin ins Zern gegangen, ich habe Sharon Chavik's Beam Times and Lifetimes vorher gelesen, Karin Knorzertinas Bücher gelesen, und ich kann sagen, die Frau hat ein Recht. Und Sie können das gerne auch machen. Und sich dann davon ein Bildnis machen, ob das, was ich Ihnen erzählt habe, in irgendeiner Form Wahrheit mit sich bringt, die ich für relativ erachte. Eines der Ziele des Kollegium Empfettigum ist es, dass man mit den verschiedenen Disziplinen in den Dialog tritt. Das haben wir jetzt begonnen. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir diese Diskussion jetzt zum nächsten Zeitpunkt abschließen. Wir können sie in der Halle, im Foyer weiterführen, selbstverständlich. Wichtig ist aber auch, dass wir Zeit haben, einen Kaffee zu trinken, uns zu erholen, durchzuatmen, und dass wir um halb sechs Uhr mit Herrn Treutlein weinfahren können. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Beginn des zweiten Blogs. Wir beginnen mit Philipp Treutlein. Philipp Treutlein kommt aus Baden-Württemberg, ist in Reutlingen geboren. Er studierte Physik an den Universitäten Konstanz und Stanford und promovierte anschließend in München. Das ist richtig so. 2010 erhielt er eine Tangentrack-Assistenzprofessur an der Universität Basel und seit Februar 2015 ist er Assistenzprofessor im Departement Physik an der Universität Basel. Herr Treutlein, darf ich Sie bitten? Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung und ich möchte mich auch zunächst mal bedanken für die Einladung, für die Möglichkeit, Ihnen hier ein bisschen was über unsere experimentellen Arbeiten zu erzählen in der Experimentalphysik und für diesen interdisziplinären Dialog. Ich bin an der Universität Basel, ich bin Experimentalphysiker und als solcher liegt mir das Experiment natürlich sehr am Herzen. Mit meiner eigenen Forschungsgruppe arbeite ich auf dem Gebiet der Quantenphysik mit Licht und Atomen. Also was wir so machen ist in unserem Labor, wir nehmen Laserlicht, um Atome zu fangen, um Atome zu kühlen, um Atome ganz kontrolliert zu manipulieren und wir machen damit Grundlagenexperimente zur Quantenphysik. Und entwickeln auch neue Technologien, vor allem im Bereich der Präzisionsmessung. Und hier habe ich Ihnen schon mal einen kleinen Eindruck mitgebracht, wie es bei uns im Labor aussieht. Das ist ein Foto von unserem optischen Tisch. Da sehen Sie einen Wald von Spiegeln und Linsen, mehrere Laser und die Laserstrahlen werden da also ganz präzise gesteuert, elektronisch auch auf diesem Tisch und das muss alles fein justiert sein. Da geht dann ein Großteil der experimentellen Arbeit rein. Es geht um die Quantenphysik. Was ist sozusagen da der Kern, um den es mir geht? Die Quantenphysik ist die universelle Theorie der Materie auf der mikroskopischen Skala. Das heißt, sie beschreibt das Verhalten von Atomen, von Molekülen, aber auch von kleinen Nanostrukturen, die man im Rheinraum fertigen kann und ist somit eine sehr fundamentale Theorie, die den Anspruch hat, eben auf dieser mikroskopischen Ebene sämtliche Phänomene zu beschreiben. Die ersten experimentellen Hinweise auf die Quantenphysik gab es bereits im 19. Jahrhundert. Es gab einfach bestimmte Phänomene, die man nicht erklären konnte mit der klassischen Physik, wie die Struktur von Atomen, die Schwarzkörperstrahlung, gab es mehrere Beispiele, den photoelektrischen Effekt. Und das hat dann eben notwendig gemacht, die Quantentheorie zu entwickeln. Die Theorie selbst wurde dann im Lauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgearbeitet von Physikern wie Max Planck, Albert Einstein, Nils Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, nur um einige wenige zu nennen. Was macht die Quantenphysik besonders in dem Zusammenhang des Experimentierens oder überhaupt in der Physik? Die Quantenphysik hat die Eigenschaft, dass sie einige ganz neue und ungewohnte Konzepte in die Naturwissenschaft eingeführt hat. Konzepte, die unserer Alltagsintuition zunächst widersprechen und die für unser Weltbild revolutionär sind. Ein Beispiel in dem Zusammenhang ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Das beschreibt die Tatsache, dass sich Atome beispielsweise als Wellen verhalten können oder auch als Teilchen. Je nach Situation zeigen sie sozusagen das eine oder das andere Gesicht. Dann gibt es das Phänomen der Superposition. Superposition beschreibt zum Beispiel die Tatsache, dass sich ein Atom in einer Überlagerung befinden kann von mehreren Orten. In der klassischen Physik hat jedes Teilchen seinen wohldefinierten Ort. In der Quantenphysik ist es auch möglich, dass sich ein Teilchen delokalisiert in einer Überlagerung von mehreren, voneinander klar getrennten Orten befindet. Dann gibt es in der Quantenphysik die Unschärfe oder die Unschärfe Relation, die begrenzt, wie genau man bestimmte physikalische Größen messen kann. Das ist auch etwas, was es in der klassischen Physik nicht gibt. Und eng damit verbunden ist der Quantenzufall, also so ein intrinsischer, nicht aus der Natur, nicht zu eliminierender Indeterminismus in der Natur, der zu einem Rauschen führt und zu im Allgemeinen innerhalb gewisser Grenzen zufälligen Messresultaten, was aber nicht nur auf unsere Unkenntnis oder so der genauen Zustände der Teilchen zurückzuführen ist, sondern wirklich intrinsisch in der Natur zu sein scheint. Und dann gibt es noch das Konzept der Verschränkung, das beschreibt, dass sich zwei Teilchen in Zuständen befinden können, in denen ich die Eigenschaften des einen Teilchens nicht mehr beschreiben kann oder nicht mehr unabhängig beschreiben kann von den Eigenschaften eines anderen Teilchens, auch wenn sich diese Teilchen in sehr großer Entfernung voneinander befinden. Also diese Konzepte waren in der Physik vollständig neu und wenn Sie jetzt aber denken, diese Unschärfen und der Zufall und so, die spiegeln nur das Unvermögen der Physiker wieder die Natur zu beschreiben, dann muss ich Sie enttäuschen, weil die Quantenphysik ist gleichzeitig auch die am besten bestätigte und experimentell überprüfte Theorie. Man hat ihre Vorhersagen mit enormer Präzision auf sehr viele Stellen nach dem Komma überprüft in unzähligen Experimenten und sie ist also ein ganz wesentliches Fundament der modernen Physik. Gleichzeitig beobachten wir im Moment, dass die Quantenphysik die Grundlage ist für viele Technologien, die es schon gibt und auch neue, die wir am entwickeln sind. Also beispielsweise die Halbleiter, Transistoren und Computer, die wir hier verwenden oder dieser Laserpointer, der Laser. Das sind Technologien, die ohne ein Verständnis der Quantenphysik nie entwickelt worden wären und wir sind auch dabei, neue Technologien zu entwickeln, die eben diese Quantenphänomene noch stärker sich zunutze machen. Das sind so viele Worte Quantencomputer oder Quantenkommunikation, die da im Moment in der Forschung und in der Technologie eine wichtige Rolle spielen. Aus dem Grund, dass sie mit fundamentalen Konzepten zu tun hat und auch mit modernen Technologien, ist die Quantenphysik aber auch einfach ein sehr aktuelles Forschungsgebiet, was man auch daran sieht, dass also auf europäischer Ebene aber auch in den nationalen Forschungsförderorganisationen oder Industrie es im Moment ein großes Interesse gibt, in den Bereich zu investieren. In meinem Vortrag soll es um die Rolle von Experimenten in der Quantenphysik gehen und ich möchte Ihnen jetzt gleich am Anfang meine wesentlichen Thesen vorstellen. Meine erste These ist, dass Konzepte Messung und Experiment in der Quantenphysik eine ganz bedeutende Rolle spielen, also sehr von fundamentaler Bedeutung sind auch für die Theorie und zwar in folgendem Sinne. Wie schon angetönt mit den Unschärfen und dem Zufall setzt die Quantenphysik fundamentale Grenzen der Messbarkeit für bestimmte physikalische Größen. Das ist ganz anders als in der klassischen Physik, wo man Messfehler, die man natürlich immer hat, im Prinzip beliebig klein machen kann, wenn man sich nur gut genug anstrengt. In der Quantenphysik ist es so, dass eben die Natur selber uns gewisse Grenzen zu setzen scheint, wie genau wir im Experiment bestimmte Vorhersagen überprüfen können und wie genau wir bestimmte Größen messen können. Dann eng damit verbunden ist die Erkenntnis, dass die Messung auch in der Physik das zu vermessene System verändert. Also in der klassischen Physik ist man davon ausgegangen, dass die Phänomene und Eigenschaften von physikalischen Systemen mehr oder weniger unabhängig davon sind, ob wir sie beobachten oder nicht. In der Quantenphysik ist das nicht mehr der Fall. Es gibt eine Rückwirkung der Messung auf das vermessene System und die lässt sich eben auch nicht komplett eliminieren. Das geht sogar so weit, dass man bestimmte Eigenschaften von Quantenteilchen diesen Teilchen nur zuschreiben kann, wenn man gleichzeitig angibt, in welcher experimentellen Messanordnung sich diese Teilchen befinden. Und dann ist es noch so, dass in der Quantenphysik die Information, die man über Systeme besitzt und die man über Systeme gewinnen kann und die man über Experimente über Systeme gewinnt, eine sehr wichtige Rolle spielen und die objektive Realität ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also die Quantenphysik begrenzt, was man experimentell messen kann und was man über ein System prinzipiell wissen kann. Um dann Missverständnis gleich von vornherein auszuschließen, damit meine ich jetzt nicht irgendwie mangelnde Reproduzierbarkeit von Experimenten, die von verschiedenen Arbeitsgruppen an verschiedenen Orten durchgeführt werden, sondern es scheint so zu sein, dass selbst wenn sozusagen alle Randbedingungen identisch sind und man dasselbe Experiment mehrfach durchführt, dass man dann eben eine gewisse Unschärfe und einen gewissen Zufall aus der Natur nicht wegbekommt und deswegen gehen wir davon aus, dass der fundamental ist. Dann mein zweiter Punkt ist, dass die Experimente in der Quantenphysik, in der Entwicklung dieser Quantenphysik, in der Entdeckung und bis zu heute eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und die sich im Lauf der Zeit aber wandelt. Und zwar standen am Anfang sehr häufig Gedankenexperimente. Also die Gründerväter der Theorie, die haben sich Gedankenexperimente überlegt, um diese Konzepte auf den Punkt zu bringen und diese Neuartigkeit der Quantenphysik eben ganz drastisch vor Augen zu führen. Mittlerweile sind die meisten dieser Gedankenexperimente zu Laborexperimenten geworden, die man real in vielen Laboren weltweit durchführen kann und in denen man dann die vorhersagende Theorie bestätigt hat, zum Teil unter extrem strikten Annahmen, ich werde darauf noch kommen, das Stichwort sind Schlupflöcher, Loopholes, die da geschlossen werden, die einem manchmal relativ bizarr anmuten. Und trotzdem wurde die Quantenphysik eben dort immer bestätigt. Mittlerweile beobachten wir, dass viele von diesen Laborexperimenten langsam zu einer Technologie werden, die uns neuartige Computer mit enormer Rechenleistung, abhörsichere Kommunikation, extrem präzise Messinstrumente verspricht. Da spricht man von der zweiten Quantenrevolution, in der wir eben diese Konzepte jetzt ausnutzen, um eine neue Technologie zu entwickeln. Und gleichzeitig beobachtet man, dass diese fundamentalen Experimente der Quantenphysik langsam auch ihren Weg in die Praktika finden an Universitäten und Schulen und dass sie so gewissermaßen immer zugänglicher werden und unser Verständnis und auch unsere Vertrautheit mit den Quantenphänomenen zunimmt. Dieser Überblick ist gleichzeitig ein Überblick über das, was jetzt kommt. Ich werde Ihnen in der ersten Hälfte jetzt mehr über die Konzepte der Quantenphysik, insbesondere diese Begrenzung der Messbarkeit erzählen, weil ich mir auch nicht sicher bin, wie viele Vorkenntnisse sie jeweils haben, werde ich das anhand einiger Gedankenexperimente versuchen zu erläutern und dann in der zweiten Hälfte werde ich ein bisschen was darüber sagen, wie wir experimentieren, wie wir diese Gedankenexperimente im Labor realisieren und wie die technologisch mittlerweile relevant sind. Also zunächst mal die Grenzen der Messbarkeit. Die Quantenphysik setzt uns Grenzen, wie genau man bestimmte physikalische Größen messen kann. Gehen wir zunächst zurück auf die klassische Physik und betrachten wir ein klassisches Teilchen. Ein klassisches Teilchen hat im einfachsten Fall einen bestimmten Ort. Wir können uns das Teilchen als eine Kugel vorstellen, die an einem bestimmten Ort sitzt und es hat einen bestimmten Impuls, dass seine Bewegungsrichtung angibt und in der klassischen Physik sind dieser Ort und dieser Impuls zu jedem Zeitpunkt präzise definiert, egal ob wir sie genau kennen oder nicht. Jedenfalls hat das Teilchen einen bestimmten Ort, an dem es sich befindet und einen Impuls, mit dem es sich bewegt. Wie können wir Ort des Teilchens messen und Impuls? Eine einfache Anordnung wäre diese hier, eine Blende mit einem Schlitz, den wir vielleicht auch verschieben können und mit dem wir überprüfen können, ob das Teilchen durch diesen Schlitz durchgeht. Wenn das der Fall ist, dann wissen wir, wir haben seinen Ort bestimmt, mit einer Ungenauigkeit, die durch die Größe dieser Blende gegeben ist. Und wenn wir dann auch den Impuls bestimmen wollen, dann warten wir einfach, bis das Teilchen weiter geflogen ist, hier auf diesem zweiten Detektionsschirm aufgeprallt ist, wo es haften bleiben soll oder der eine Kamera darstellt, die ein Bild von dem Ort dieses Teilchens nimmt und dann können wir über den Weg zwischen diesen beiden Orten, zwischen dem Schlitz und dem Auftreffpunkt können wir dann den Impuls rekonstruieren und so gewissermaßen Impuls und Ort des Teilchens bestimmen. Und wenn wir jetzt die Genauigkeit dieser Ortsmessung erhöhen wollen, dann können wir einfach die Blende kleiner machen als vorher. Vorher war es so groß, jetzt machen wir sie kleiner und wenn das Teilchen immer noch durchgeht, kennen wir seinen Ort eben noch genauer. Die Impulsmessung ist dadurch aber nicht beeinflusst worden, dadurch, dass wir die Blende hier kleiner gemacht haben. Also man kann zusammenfassend sagen, in der klassischen Physik sind Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig beliebig genau messbar. Für so ein einfaches Punktteilchen sind es auch die einzigen Größen, die ich wissen muss, um die weiteren Bewegungen des Teilchens zu beschreiben und zumindest im Prinzip, wenn ich genau genug messe und mich anstrengen, kann ich sozusagen die Zukunft dieses Teilchens perfekt vorhersagen. In der Quantenphysik ist das anders. In der Quantenphysik werden aus diesen Teilchen, die an einem wohl definierten Ort sich befinden und sich in eine wohl definierte Richtung bewegen, gewissermaßen etwas verwaschene Objekte. Das habe ich hier versucht zu repräsentieren durch so einen unscharfen Blob, der repräsentieren soll, über welchen Raumbereich sich der Ort dieses Teilchen oder in welchem Raumbereich der Ort des Teilchens sich befindet, aber wir wissen eben nicht genau, wo innerhalb dieser Wolke wir das Teilchen beobachten würden, wenn wir es beobachten. Genauso ist der Impuls jetzt nicht mehr nur ein Pfeil, der eine genaue Richtung angibt, sondern es gibt eine gewisse Unschärfe in diesem Impuls. Wir wissen nicht genau, können nicht genau vorhersagen, in welche Richtung sich dieses Teilchen bewegen wird. Und dieses Teilchen, das könnte jetzt eben irgendein mikroskopisches Teilchen sein, ein Atom, ein Molekül, ein Elektron oder auch ein Photon, ein Lichtteilchen. Solche Experimente sind mit auch großen Biomolekülen mittlerweile gemacht worden. Wenn wir jetzt dieses Quantenteilchen durch die gleiche Anordnung fliegen lassen, dann wird diese Blende nach wie vor die Ortsunschärfe verringern. Wir wissen jetzt immer noch, wenn wir nachher das Teilchen hier auf dem Schirm finden, muss es durch die Blende gegangen sein und am Ort der Blende ist die Ortsunschärfe durch dieses Delta X, durch die Größe der Blende gegeben. Wenn wir dann warten, bis das Teilchen auf den Schirm fällt, dann beobachten wir allerdings, dass, wenn wir das Experiment mehrfach wiederholen, unter gleichen Startbedingungen, dass die Teilchen dann jeweils an unterschiedlichen Orten auf diesem Schirm auftreffen. Sprich, es gibt hier eine gewisse Verteilung, repräsentiert durch diese blaue Fläche hier, innerhalb derer die Teilchen auftreffen können. Und wir können dann genauso wieder den Weg sozusagen für jede einzelne Messung zurückverfolgen bis zu dem Spalt und dann eine gewisse Impulsunschärfe, eine Ungenauigkeit in dem Impuls rekonstruieren, der dann eben Anlass zu dieser Verteilung von Auftreffpunkten gibt. Und in der Quantenphysik ist es jetzt eben so, dass diese Orts- und diese Impulsunschärfe miteinander verknüpft sind und das ist die einzige Formel, die ich in diesem Vortrag zeigen werde, das ist die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation, die besagt, dass das Produkt aus der Ortsunschärfe und der Impulsunschärfe nicht unter einen bestimmten Wert fallen kann. Und dieser Wert ist gegeben durch die Planck'sche Konstante. Also das besagt konkret, wenn Sie sich anstrengen, um die Ortsmessung besser zu machen, dieses Delta-X kleiner machen, indem Sie zum Beispiel eine kleinere Blende verwenden, dann wird notwendigerweise das Delta-P, also die Impulsunschärfe, größer und es wird dann noch ungewisser, in welche Richtung das Teilchen hinter diesem Spalt weiterfliegen wird. Da kann man sich anstrengen, wie man möchte, man kann diese Unschärfe nicht umgehen, man kann die Ortsunschärfe verringern, zum Preis einer höheren Impulsunschärfe und umgekehrt. Jetzt könnte man denken, das liegt vielleicht nur an dieser Art und Weise, wie ich hier den Ort messe, wenn ich an diesem Spalt wegnehme und anstelle von einem Spalt zum Beispiel das Teilchen mit Licht abbilde auf einer Kamera, das ist eine andere Art, einen Ort zu bestimmen, vielleicht kann ich dann die Impulsunschärfe umgehen, das kann ich machen, wenn ich so eine Messung kann ich machen, wenn ich zum Beispiel einen Laser auf dieses Teilchen draufleuchte und in der Tat, wenn ich das mache, dann streut dieses Teilchen Licht und ich finde es dann an einem wohl definierten Ort im Raum, den ich dann über das Kamerabild identifizieren kann und entsprechend ist die Unschärfe des Orts dann sehr klein. Wenn man dann aber schaut, in welche Richtung das Teilchen weiterfliegt, dann ergibt sich wieder eine sehr große Impulsunschärfe, sodass also auch in diesem Fall diese Unschärferelation erfüllt ist. Man kann also zusammenfassend sagen, diese Unschärferelation die ganz zentral in der Quantenphysik ist, stellt eine fundamentale Grenze dar für die gleichzeitige Messbarkeit von diesen zentralen Größen der Mechanik Ort und Impuls. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht nicht so klar von vornherein, sagt die Quantenphysik auch aus, dass die Messergebnisse im Rahmen dieser Unschärferelation zufällig sind. Also, wo genau innerhalb dieser Verteilung das Teilchen dann auftreffen wird, das kann man nicht vorhersagen. Und da wird auch unter identischen Startbedingungen jedes Experiment ein bisschen ein anderes Ergebnis liefern. Also, die Unschärferelation öffnet da gewissermaßen ein Tor für den Zufall und den Indeterminismus in der Physik. dieser fundamentale Indeterminismus war natürlich sehr verstörend, als man den entdeckt hat und hat Anlass zu großen Diskussionen gegeben, weil die Physik letztendlich sich vom Determinismus verabschieden musste, von einem deterministischen Weltbild, nachdem die Welt so was ist wie ein Uhrwerk, das nach deterministischen Gesetzen abläuft und wenn man nur die Anfangsbedingungen genau genug kennt, kann man die Zukunft beliebig genau vorhersagen. In der Quantenphysik ist das so nicht mehr möglich. Um die Konsequenzen aus diesem Indeterminismus noch mehr auf den Punkt zu bringen, wurden dann Gedankenexperimente ersonnen und ein berühmtes Gedankenexperiment von Nils Bohr und Albert Einstein vor allem, aber auch anderen diskutiert, ist das Doppelspaltexperiment. Das Doppelspaltexperiment ist hier skizziert, das ist übrigens eine Zeichnung von Nils Bohr. Sie sehen, er hat sein Gedankenexperiment sehr ernst genommen und hat da gleich schon mal die Schrauben mit eingezeichnet, mit denen die Spalte hier auf den optischen Tisch geschraubt werden, so wie wir das heute tun würden. Das ist die Apparatur, um die es ging, die war damals aber natürlich reine Fiktion, also das war ein Gedankenspiel und das Gedankenexperiment geht so, wir nehmen ein Quantenteilchen, also ein Atom, ein Elektron, ein Photon oder so und schicken das zunächst mal durch so eine erste Blende, genau wie die, die ich gerade diskutiert habe. Wenn das Teilchen durch diese Blende durchtritt, muss danach sein Impuls unscharf sein, so wie die unscharfe Relation aussagt und das bedeutet, es ist jetzt nicht mehr so klar, was hier hinter diesem Schlitz passiert. Hinter dem Schlitz steht der Doppelspalt, der dem Experiment seinen Namen gibt, also da gibt es zwei Möglichkeiten für das Teilchen durch diese Blende hier durchzutreten und die Frage, die sich dann stellt ist, durch welchen der Spalte wird das Teilchen durchgehen, welchen Weg nimmt das Teilchen in der Apparatur, besitzt es überhaupt eine definierte Trajektorie, einen definierten Ort, unabhängig von einer Messung desselben und ist der quantenmechanische Zufall, den man in solchen Experimenten dann antrifft, ist der irgendwie fundamental oder lässt er sich vielleicht doch umgehen, das war die Fragen, die Bohr und Einstein in ihrer Debatte ab 1927 beschäftigt haben und hier hinten der dritte Schirm hier, das ist wieder der Detektionsschirm, der einem dann Aufschluss darüber geben soll, was hier in der Apparatur passiert ist. Schauen wir uns zunächst mal nochmal an, was machen klassische Teilchen in diesem Doppelspaltexperiment? Ein klassisches Teilchen hat einen wohldefinierten Ort und Impuls in einer gegebenen Realisierung des Experiments und wenn wir das durch den Doppelspalt schicken, dann wird das beispielsweise durch den oberen Spalt gehen, wenn wir Experimente mit verschiedenen Anfangsimpulsen durchführen, auch mal einen, der hier nach unten zeigt, dann wird ein Teilchen durch den unteren Spalt gehen, aber es geht auf jeden Fall immer durch einen der beiden Spalte und wenn wir das Experiment jetzt viele Male wiederholen, dann können wir hinter dem Doppelspalt eine Verteilung von Auftreffpunkten wieder registrieren und da werden wir sehen, dass also hinter jedem dieser beiden Spalte so ein Maximum in der Auftreffwahrscheinlichkeit ist, aber ansonsten hat die Verteilung hier keine große Struktur. Wenn man das ganze Experiment jetzt mit Quantenteilchen durchführt, dann beobachtet man was sehr anderes, man schickt das Teilchen los und registriert dann hinten auf dem Schirm den Auftreffpunkt, ich habe jetzt bewusst keine Trajektorie hier gezeichnet, weil man davon ausgehen muss, wenn man eben nicht mit Licht oder sowas auf das Teilchen draufleuchtet und damit irgendwie Messungen macht, dann kann man das Teilchen nicht sehen, das Einzige, was man dann am Ende sehen kann, ist, wo es hier auf diesem Schirm angekommen ist. Wenn man dieses Experiment wiederholt, viele Male, dann sieht man wieder so eine Verteilung von Auftrefforten, aber diesmal gibt es eine Struktur in dieser Verteilung und die Struktur ist so, dass es hier eine Abfolge von Maxima und Minima der Auftrefforte gibt. Insbesondere gibt es bestimmte Regionen, wo nie ein Teilchen auftritt, also hier beispielsweise, so ein Minimum in dieser Verteilung, während für klassische Teilchen hätte man eben diese kontinuierliche Verteilung gehabt, wo die Teilchen im Prinzip an jedem Ort ankommen können. Das ist ein Interferenzmuster und solche Interferenzmuster in einem Doppelspaltexperiment sind ganz charakteristisch für Wellenverhalten, nicht für Teilchenverhalten. Wasserwellen zeigen ein solches Verhalten und das möchte ich mit diesem Bild hier illustrieren. Sie sehen hier ein kleines biologisches Doppelspaltexperiment. Diese Biene ist irgendwie auf die Wasseroberfläche gefallen und schlägt jetzt hier mit ihren beiden Flügeln, um sich wieder zu befreien. Und dabei erzeugt sie Wellen auf der Wasseroberfläche, die sich hier so kugelförmig oder kreisförmig auf der Oberfläche ausbreiten. Und Sie können vielleicht sehen, dass wenn sich die Wellen, die von den beiden Flügeln ausgehen, überlagern, dass es jetzt bestimmte Richtungen gibt, wo die Wellen sich verstärken und dazwischen Richtungen, wo die Wellen sich auslöschen. Das liegt eben daran, dass Wellen eine Phase haben, es kommt darauf an, ob die Welle zum gegebenen Zeitpunkt nach oben oder nach unten schwingt. Und wenn zwei Wellen genau gegenphasig aufeinandertreffen, löschen sie sich aus. Und das ist, was bei diesen Interferenzminima passiert. Wenn Sie Innenphase, also gleichphasig schwingen, dann verstärken sie sich. Und so entstehen diese Maxima und Minima aus der Physik der Wellen, kennt man die sehr gut. Was man eben daraus schlussfolgern kann, ist, dass diese Quantenteilchen, die hier ebenfalls so ein Interferenzmuster zeigen, sich bei ihrer Bewegung durch diese Apparatur wie Wellen verhalten. Gleichzeitig registrieren wir sie aber auf diesem Schirm hier hinten schon als Teilchen. Und um das zu illustrieren, möchte ich Ihnen nachher dann auch ein Experiment zeigen, wo Sie das sehen können, wie das ausschaut. Man kann sich jetzt fragen, ob die Teilchen wirklich wie eine Welle gewissermaßen durch beide Spalte gleichzeitig gehen und da kann man in diesem Gedankenexperiment zunächst mal einfach einen dieser Spalte schließen. Sie haben vorhin gesehen in dem Bild von Bohr, da gab es auch so einen Schieber, damit konnte man einen der Spalte zumachen. Wenn wir das machen, dann verschwindet die Interferenz in diesem Experiment und man sieht wieder nur die Verteilung eines einzelnen Spaltes. Wenn man den anderen Spalt schließt, dann sieht man wieder keine Interferenz, sondern nur so eine kontinuierliche Verteilung hinter dem anderen Spalt. Nur wenn beide Schlitze offen sind, beobachtet man die Interferenz und das zeigt doch dieses experimentelle Resultat, dass die Quantenteilchen auf ihrem Weg durch die Apparatur irgendwie durch beide Spalte gleichzeitig durchgehen müssen oder zumindest die beiden Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, gleichzeitig ausschöpfen müssen, so wie eben eine delokalisierte Welle das tut. Also die Schlussfolgerung ist, ein einzelnes Quantenteilchen kann offensichtlich durch beide, in einem gewissen Sinn, durch beide Spalte gleichzeitig gehen, das ist eben dieses Prinzip der Superposition, dass Quantenteilchen sich in einer Überlagerung von zwei verschiedenen Orten zur gleichen Zeit befinden können. Das Teilchen breitet sich wie eine Welle aus, wird aber doch als Teilchen detektiert. Jetzt gehe ich mal kurz vom Gedankenexperiment zu einem realen Experiment, damit Sie schon Eindruck haben, wie das dann im Labor aussieht. Wenn wir so ein Doppelspaltexperiment jetzt mit einzelnen Lichtteilchen machen, dann sehen wir Bilder wie die folgenden auf dem Detektionsschirm. Das kann man nicht so gut sehen mit dem Kontrast, aber hier sind zwei Quantenteilchen schon aufgetroffen. Wenn ich jetzt mal das Filmchen laufen lasse, dann sehen Sie, hier treffen lauter Punkte auf. Jedes dieser Punkte auf der Kamera ist ein Quantenteilchen, in dem Fall ein Lichtteilchen, ein Photon, das registriert wurde. Und wenn wir das Experiment eine Weile laufen lassen, sehen wir mehr und mehr dieser Teilchen hier auftreffen. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, dann sehen Sie eine gewisse Struktur hier schon erscheinen. Ich lasse das Ganze mal schneller laufen. Aus der Summe dieser einzelnen Auftreffpunkte, dieser einzelnen Klicks, die die Quantenteilchen da generieren auf dem Schirm, ergibt sich dann letztendlich das wellenmechanische Interferenzmuster. Ja, vielen Dank, ich lasse es nochmal kurz laufen. Also man sieht hier die einzelnen, den Teilchencharakter, die einzelnen Klicks dieser Quantenteilchen. Und zunächst mal erkennt man keine Struktur. Jedes dieser Teilchen trifft für sich irgendwo auf. Und dann aber aus der Summe dieser ganzen scheinbar zufälligen Auftreffpunkte ergibt sich, wenn man das dann schneller laufen lässt, eben dieses Wellenmechanische oder dieses Welleninterferenzmuster. Was man aus diesen Experimenten Schlussfolgern kann, ist, dass die Quantenteilchen sich eben sowohl wie eine Welle als auch wie ein Teilchen verhalten können und das ist der berühmte Welleteilchendualismus in der Quantenphysik. Jetzt kann man sich fragen, anstelle den Spalt einfach zu schließen, kann ich vielleicht eben doch eine andere Form der Messung machen. Ich lasse beide Spalte offen und leuchte mal wieder mit einem Laser drauf, um ein Bild der Teilchen beim Durchfliegen der Spalte aufzunehmen auf meiner Kamera. Wenn man das tut, dann findet man das Teilchen in der Tat in einem der beiden Spalte. Wenn man das Experiment wiederholt, viele Male und dann anschaut, wo die Teilchen hinten auf dem Schirm rauskommen, dann sieht man, das Interferenzmuster ist verschwunden. Wenn man das Experiment wiederholt, sieht man das Teilchen entweder in dem einen oder in dem anderen Spalt. Man kann nicht vorhersagen, in welchem es erscheinen wird, aber man sieht es jedenfalls immer an einem definierten Ort. Und gleichzeitig ist dann eben die Interferenz, die man hier hinten auf dem Schirm sieht, verschwunden. Das heißt, die Messung, die man durchführt, des Orts, hier mit dem Laser, die legt den Ort des Teilchens irgendwie fest und zerstört damit die Interferenz. Wenn man das Teilchen hier beobachtet hat, dann geht es wirklich durch diesen Spalt durch und nicht mehr durch beide gleichzeitig und entsprechend verschwindet dann das Interferenzmuster. Und gleichzeitig ist diese Zufälligkeit des Auftreffens des Teilchens im einen oder im anderen Spalt hier, das ist eben ein Beispiel für den Quantenzufall. Wir können nicht vorhersagen, ob das Teilchen jetzt in einem gegebenen Experiment hier oder im oberen Spalt erscheinen wird. Dieser quantenmechanische Zufall ist anders als der Zufall, den wir aus dem Alltag kennen. Und ich möchte hier jetzt eine Unterscheidung machen zwischen scheinbarem und echtem Zufall. Wenn wir eine Münze werfen und schauen, ob wir Kopf oder Zahl bekommen, dann ist das ein scheinbarer Zufall. Es ist natürlich praktisch sehr schwierig, bei einem komplizierten Wurf dieser Münze vorherzusehen, ob Kopf oder Zahl nachher oben liegen werden. Aber wenn wir nur die Anfangsbedingungen dieses Wurfs genau genug kennen würden und die Bewegung der Luft Moleküle im Raum und vielleicht eine gute Kamera hätten, die diese Münze verfolgt, dann könnten wir es doch vorhersagen. Der echte Zufall in der Quantenphysik ist anders. Das ist gewissermaßen ein Naturgesetz. Es ist prinzipiell nicht vorhersagbar nach allem, was wir wissen, in welchem dieser Spalte das Atom erscheinen wird, wenn wir diese Messung durchführen. Zufall und der hat natürlich große philosophische Konsequenzen, weil das im Prinzip bedeutet, dass die Natur auf mikroskopischer Ebene nicht deterministisch ist. Einstein hat diese Idee überhaupt nicht gut gefunden, da gibt es dieses berühmte Zitat Gott würfelt nicht, ein bisschen verkürztes Zitat, aber darauf läuft es hinaus, er konnte sich mit diesem Indeterminismus nicht anfreunden, die Quantenphysik nach allem, was wir wissen, sagt aber, die Natur ist nicht deterministisch. Jetzt möchte ich noch eine Variante dieses Doppelspalts kurz erläutern, die noch mal auf den Punkt bringt, dass es letztendlich darum geht, was wir über das System wissen und wissen können. Und das ist ein Experiment, in dem wir die Information, durch welchen Spalt das Teilchen geht, etwas trickreicher codieren. Diese Teilchen haben nämlich im Allgemeinen auch noch eine Polarisation. Also Licht hat eine Polarisation, auch Atome und Elektronen oder so, die haben einen Drehimpuls, einen Spinn, der gibt eine Orientierung im Raum an und den können wir verwenden, um die Information über den Weg zu codieren. Also das habe ich hier so symbolisiert, das soll einen Pfeil darstellen, der hier in die Tafel Ebene hinein zeigt und soll andeuten, dieses Teilchen ist jetzt vertikal polarisiert und jetzt können wir vor einem der Spalte so ein Plättchen aus Glas davor tun zum Beispiel oder es gibt auch andere Methoden, wo man das mit Mikrowellenfeldern realisieren kann, die dann einfach die Polarisation drehen, sodass die Teilchen zwar nach wie vor durch die Spalte durchgehen können, aber die Polarisation des Teilchens, das durch den oberen Spalt geht, jetzt um 90 Grad gedreht ist und hier in der horizontalen Ebene polarisiert ist, während die untere Welle ist immer noch vertikal polarisiert. Wenn man jetzt das Doppelspaltexperiment durchführt und sich die Verteilung anschaut, dann verschwindet wieder die Interferenz. Also irgendwie die Tatsache, dass wir wissen, jetzt anhand der Polarisation im Prinzip wissen könnten, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist, lässt die Interferenz verschwinden. Wir haben gewissermaßen welcher Weginformation kodiert in dieser Polarisation und dadurch das Interferenzmuster zerstört. Jetzt können wir einen Trick machen und das ist ganz schön, das ist der sogenannte Quantenradierer, wir können diese Information wieder löschen. Wir machen genau das gleiche Experiment, aber bringen noch einen Polarisator hier in die Apparatur, der die Polarisationsinformation wieder auslöscht, aber erst nachdem das Teilchen durch den Doppelspalt durchgegangen ist, es geht also wieder sozusagen durch beide Spalte, es gibt diese Welcher-Weg-Information in der Polarisation und dann löschen wir die Information wieder durch den Polarisator unter 45 Grad und dann sehen wir plötzlich wieder Interferenz. Also sprich, weil wir die Information über den Weg gelöscht haben, scheint es plötzlich wieder so, dass das Teilchen durch beide Spalte gleichzeitig durchgeht und hier Interferenz beobachtet wird. Also ich denke, das zeigt sehr eindrücklich, dass es in der Quantenphysik darauf ankommt, welche Information man besitzt über das Teilchen, das beeinflusst, wie sich dieses Teilchen verhält in einem Experiment und es ist also wirklich ganz anders als in der klassischen Physik, wo die Verfügbarkeit von Informationen über das System keinen Einfluss hat auf seine weitere Entwicklung. Der Beobachter steht da quasi daneben und beobachtet, aber beeinflusst nichts. In der Quantenphysik ist es so, wenn Information prinzipiell vorhanden ist über ein gewisses System, dann hat das einen Einfluss auf die weiteren experimentellen Beobachtungen. Diese Phänomene der Quantenphysik sind natürlich verstörend, da gibt es schöne Zitate, Niels Bohr hat gesagt, wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, der hat sie nicht verstanden. Richard Feynman hat gleich gesagt, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Von Albert Einstein gibt es das Zitat, ich kann nicht ernsthaft daran glauben, an die Quantenphysik, weil die Theorie mit dem Grundsatz unvereinbar ist, dass die Physik eine Wirklichkeit in Zeit und Raum darstellen soll, ohne spukhafte Fernwirkung. Mit der spukhaften Fernwirkung bezieht er sich auf die Verschränkung. Das werde ich nachher noch kurz erwähnen. Hier noch ein Zitat aus jüngerer Zeit, Daniel Greenberger, ein theoretischer Physiker sagt, Einstein sagte, die Welt kann nicht so verrückt sein, wie die Quantenmechanik erzählt. Heute wissen wir, die Welt ist so verrückt. Woher nimmt er diese Gewissheit? Die nimmt er daher, dass im Gegensatz zu Einsteins Zeiten mittlerweile diese Experimente, die ich Ihnen jetzt als Gedankenexperimente präsentiert habe, alle im Labor vielfach realisiert wurden und sie alle dieses bizarre Verhalten von der Quantentheorie vorhergesagt wird, bestätigt haben. Also vom Gedanken zur Realität, wie macht man jetzt solche Experimente real im Labor? Zunächst mal ein historisches Beispiel, das ist nicht das erste Doppelspaltexperiment gewesen, das durchgeführt wurde, aber ein besonders schönes. 1961 hat Klaus Jönsson an der Universität Tübingen ein Doppelspaltexperiment gemacht mit Elektronen, wo ist hier in der Apparatur der Doppelspalt? Der Doppelspalt ist diese Folie hier, das ist eine Skizze aus einer Publikation, eine Folie mit ganz dünnen Spalten, nur 300 Nanometer dünn, das war eine Pionierarbeit der Nanophysik und das hier ist gewissermaßen ein Elektronenmikroskop, hier oben werden Elektronen emittiert, die werden dann beschleunigt und präpariert, kollimiert, auf diesen Doppelspalt oder diesen Mehrfachspalt hier draufgeschossen und dann gibt es dahinter Elektronenoptik, die dann das Interferenzmuster auf die Fotoplatte hier unten abbildet und so sehen dann die Interferenzstreifen aus, also das ist eben gerade so ein Interferenzmuster, wie ich es vorhin gezeigt habe, aufgenommen mit Elektronen und ich erwähne dieses Experiment deshalb, weil in einer Umfrage von Physics Today in 2002 wurde dieses Experiment also zum schönsten Experiment der Physik gewählt, noch vor Galilees Fallexperimenten Millicons Öltröpfchenversuch zur Messung der Elementarladung, Newtons Spektralzerlegung des Lichts oder Youngs Experiment zur Interferenz des Lichts Dieses Youngs Experiment war übrigens auch ein Doppelspaltexperiment aber eben mit Licht, mit klassischem Licht also das zeigt, denke ich, die Bedeutung dieses Doppelspaltexperiments in der Physik sehr schön In unserem Labor in Basel machen wir auch Experimente, die man als Doppelspaltexperimente bezeichnen kann, auch wenn wir sie ein bisschen anders machen, wir arbeiten mit Atomen die wir fangen und kühlen sodass sie sich ganz in Ruhe befinden und man mit Atomen in einer Vakuumkammer gewissermaßen spielen und experimentieren kann das Herzstück unserer Experimente ist so ein Chip hier den nennen wir Atomchip da sind Leiterbahnen drauf und durch diese Leiterbahnen schicken wir Ströme durch und mit diesen Strömen können wir Magnetfelder erzeugen und so Atome oder Wolken von Atomen über dieser Chip-Oberfläche halten und dann können wir durch Modulieren der Ströme in diesen Drähten ein Doppelspaltexperiment machen und das geht dann so wir starten mit den Atomen alle in einer Falle das ist sozusagen der Eingangsspalt dann spalten wir diese Falle auf in zwei und Sie müssen sich jetzt vorstellen das Atom wird jetzt delokalisiert ja vorher sitzt es in dieser einen Falle und dann wird es delokalisiert und befindet sich irgendwie in einer Überlagerung dieser beiden Fallen und dann bringen wir die wieder zusammen und beobachten dann die Interferenz das ist ein Doppelspaltexperiment wo jetzt die Teilchen nicht durch die Gegend fliegen sondern das in der Zeit stattfindet ja wo wir durch Kontrolle dieser Felder die Atome die Atome in diesen Superpositionszustand auf die beiden Spalte sozusagen delokalisieren und dann wieder zur Interferenz bringen also hier von oben nach unten läuft die Zeit und dann ist die Analogie zu dem Doppelspalt relativ klar man bietet den Atomen zwei Möglichkeiten an zwei mögliche Wege die sie beschreiten können und dann schaut man am Ende wie diese Wege interferieren und das ist dann so ein Interferenzmuster das wir da aufnehmen jetzt vielleicht noch kurz warum wir diese Experimente machen natürlich einerseits weil uns die Grundlagenfragen der Quantenphysik interessieren ja weil wir diese Phänomene mit Atomen beobachten wollen wir können dann auch zahlreiche weitere Experimente mit dieser mit diesem Chip machen zu Verschränkungen dem Einstein Podolsky-Rosen Paradoxon und anderen Dingen die in der Quantenphysik ganz zentral sind also wir realisieren Gedankenexperimente andererseits sind diese Interferometer der Doppelspalt kann als Interferometer aufgefasst werden auch Präzisions Messinstrumente wenn sie nämlich auf diesen Pfaden die Atome beschreiten irgendwie eine Störung durch ein äußeres Feld machen dann sehen sie dass diese Interferenzstreifen sich verschieben und so kann man sehr genaue Messungen machen jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was darüber erzählen wie die Experimente bei uns aussehen wie das Experimentieren läuft und wie wir da so rangehen also zunächst mal unsere Experimente sind ganz anders als an einem großen Teilchen Beschleuniger ja wir arbeiten nicht an einer Großforschungseinrichtung mit Hunderten oder Tausenden Wissenschaftlern wo man sehr genau organisieren muss wer was macht sondern wir arbeiten mit Tabletop-Experimenten also in einem kleinen Labor ein optischer Tisch mit zwei, drei, vier Leuten die als kleines Team gemeinsam an so einem Experiment arbeiten und dann kann man wirklich den ganzen Prozess des Experimentierens von der Konzeption über den Aufbau der Apparatur der Fertigung dieses Chips der Durchführung der Experimente die Analyse der Daten die theoretische Modellierung das Schreiben der Publikation die Präsentation auf Konferenzen und so die kann man als Einzelperson kann man diesen gesamten wissenschaftlichen Prozess gestalten und in jedem Abschnitt beteiligt sein und wenn man als Doktorand sage ich mal so ein Experiment aufgebaut hat dann kennt man am Schluss jede Schraube da drin das ist sehr befriedigend und man hat das Gefühl man hat hier wirklich die Kontrolle über diese Apparatur die man geschaffen hat und mit der man diese fundamentalen Fragen angehen kann also dieser Chip zum Beispiel den habe ich während meiner Doktorarbeit gefertigt im Rheinraum viele, viele Stunden über mehr als ein Jahr hinweg nachts und am Wochenende da funktioniert das Experimentieren am besten weil da wenig andere Leute im Rheinraum sind die einen stören und man kommt an die Geräte ran man kommt in so eine Ruhe also man arbeitet da sehr ja konzentriert und intrinsisch motiviert und als ich diesen Chip gefertigt habe wusste ich nicht ob der jemals dann wirklich funktionieren wird was da für Publikationen rauskommen und ob ich den in zehn Jahren immer noch irgendwie verwenden werde aber tatsächlich wir haben den immer noch in unserem Experiment mittlerweile in Basel und experimentieren damit dann braucht man diesen Wald von Spiegeln und Linsen diese Laser die müssen alle genau justiert werden hier mal ein Blick auf so eine experimentelle Apparatur so sieht die dann konkret aus da arbeiten wie gesagt ein bis vier Leute je nach Komplexität des Experiments typischerweise zwei, drei damit es ein kleines Team ist man gegenseitig sich helfen kann diskutieren kann und so weiter das macht einfach mehr Spaß und Sie sehen da noch die ganze Elektronik die man neben den Lasern hier braucht manchmal ist es so wenn Leute in unser Labor kommen dann fragen sie wo kann ich hier aufräumen also weil das alles so irgendwie zusammengestöpselt oder hingestellt aussieht aber tatsächlich ist jeder dieser Spiegel hier fein justiert und wenn man an einem Rädchen dreht dann tut das Experiment nicht mehr also das ist schon eine enorme Komplexität die man dann da irgendwie managen muss aber man kann das man wird so vertraut mit dieser Maschine dass man einfach irgendwann auch weiß an welchen Knöpfen man drehen muss und gar nicht mehr groß drüber nachdenkt wie gesagt ein kleines Team ist dann da am justieren und die meiste Zeit bringt man natürlich damit zu das Experiment in einen Zustand zu bringen wo man sinnvoll reproduzierbar Messungen machen kann wenn es dann aber gut läuft bei diesem Doppelspaltexperiment auf unserem Atomchip ist es so dass man dann teilweise wochenlang computergesteuert diese Apparatur laufen lassen kann und Daten nehmen lassen kann irgendwann tut sie dann nicht mehr und dann muss man hingehen und finden wo liegt jetzt der Fehler welcher von diesen tausend Schrauben ist jetzt irgendwie hat sich ein bisschen weiter gedreht aufgrund der Temperaturschwankungen im Labor das ist dann die Kunst jetzt möchte ich noch was sagen zu den experimentellen Schlupflöchern die für die Quantenphysik und die Forschung hier charakteristisch sind weil die Quantenphysik so revolutionäre Konzepte eingeführt hat sind die natürlich stark hinterfragt worden ob die Experimente wirklich das zeigen was sie zeigen und ob es nicht doch alternative Erklärungen gibt und das wird eben mit diesem Begriff Loopholes oder Schlupflöcher bezeichnet und ich möchte da jetzt ein Beispiel erwähnen da geht es um die Verschränkung das ist ein die Nicht-Lokalität in der Natur das ist ein Phänomen was extrem rigoros getestet wurde unter Anforderungen die man wahrscheinlich so nur in wenigen Wissenschaftsbereichen erfüllen kann konkret es geht um die Verschränkung also um die Tatsache dass zwei Teilchen in einem Zustand sein können wo sie nicht mehr voneinander unabhängig sind und das kann man so symbolisieren zwei Atome befinden sich in einer Überlagerung von einem Zustand wo ihre Drehimpulse in verschiedene Richtungen zeigen also die Überlagerung besteht aus einerseits dem ersten Atom mit einem Drehimpuls einem Spinn nach oben und dem zweiten Atom mit einem Drehimpuls nach unten und dieser Zustand ist überlagert mit sozusagen dem Inversen davon also mit dem ersten Atom Spinn nach unten und dem zweiten Atom Spinn nach oben und man diese Überlagerung ist genauso eine Überlagerung wie das Atom im Doppelspalt das sozusagen überlagert ist in zwei Orten gleichzeitig so sind diese Atome hier überlagert in verschiedenen Spinnrichtungen erstes Atomspinn nach oben zweites nach unten ist überlagert mit erstes nach unten zweites nach oben wenn man daran jetzt eine Messung macht dann wird genauso wie beim Doppelspalt mit einer 50% Wahrscheinlichkeit die eine oder die andere Möglichkeit Realität und beobachtet werden und das bedeutet man findet also entweder Atom 1 nach oben Atom 2 nach unten oder umgekehrt mit 50% Wahrscheinlichkeit Wenn man jetzt solche Messungen viele Male durchführt und man betrachtet nur das erste Atom dann bekommt man scheinbar komplett zufällige Messergebnisse unten, oben, unten, oben je nachdem man kann es nicht vorhersagen völlig zufällig Wenn man jetzt aber die Messungen mit dem zweiten Atom vergleicht dann sieht man dass die Orientierung des Spins vom zweiten Atom immer genau entgegengesetzt ist Wenn das erste nach unten zeigt zeigt das zweite nach oben und umgekehrt Das heißt obwohl jedes einzelne Atom sich komplett zufällig verhält man kann keine Vorhersage machen ob es Spin Up oder Spin Down rauskommen wird bei der Messung ist es doch perfekt korreliert mit dem anderen Atom Das ist die Verschränkung und das gilt auch noch bei diesem Zustand nicht nur für Spinnmessungen nach oben oder unten sondern wenn man stattdessen den Spinn nach links oder rechts gemessen hätte vorne oder hinten man kann entlang verschiedener Richtungen messen dann sind die Ergebnisse für das Einzelatom immer zufällig und für die beiden Atome doch immer perfekt korreliert Das ist die Verschränkung die berühmte spukhafte Fernwirkung so hat es Einstein genannt die da zwischen Teilchen existieren kann und die kann zwischen diesen Teilchen existieren auch wenn sie über große Distanzen voneinander getrennt sind und diese Verschränkung wurde beobachtet in vielen Experimenten mittlerweile auch über große Distanzen ich möchte hier eins von der LMU München erwähnen das ist sozusagen selber irgendwie habe mitverfolgen können ich habe nicht daran gearbeitet aber ich kenne die Kollegen sehr gut die haben Verschränkung hergestellt zwischen zwei Atomen die in unterschiedlichen Labors an der LMU München sich befinden also hier sehen sie so ein Luftbild von dem Hauptgebäude der LMU ja das sind die Brunnen hier für die die dort schon mal waren und hier in der Schellingstraße ist das eine Labor und das andere ist hier nah am Englischen Garten im Abstand von circa 400 Metern Luftlinie und da ist es den Wissenschaftlern eben gelungen aus der Gruppe von Harald Weinfurter Verschränkung zwischen einem Atom hier und einem Atom hier zu erzeugen erzeugt wurde die Verschränkung dadurch dass man Licht zwischen diesen beiden Labors hin und her geschickt hat als die Atome dann in diesem verschränkten Zustand waren hat man Messungen gemacht und dann das Ganze viele Male wiederholt und dann diese zufälligen Messergebnisse an beiden Orten aufgeschrieben nachher verglichen und dann eben gesehen dass sie perfekt korreliert sind sowas nennt man einen Bell-Test nach John Bell das ist ein Test das der sehr rigoros gemacht werden kann dass in der Natur diese Verschränkung diese Nicht-Lokalität gewissermaßen vorkommt unter sehr minimalen Annahmen das ist ein Nachweis dass diese Korrelationen zwischen den Teilchen hier nicht klassisch erklärt werden können hier kommen jetzt diese Loopholes ins Spiel diese Experimente wurden unter strikteren und strikteren Bedingungen durchgeführt beispielsweise in diesem Münchner Experiment wurde darauf geachtet dass die Messrichtungen also entlang welcher Richtung man jetzt den Spindiatome gemessen hat dass die in jedem dieser Labors zufällig gewählt werden also dass man nicht dass es nicht irgendwie ein klassisches Rezept geben könnte dass die Messergebnisse sozusagen an den Atomen schon im Vorhinein festlegt auch wenn man es vielleicht nicht kennt dieses Rezept deswegen wurden die Messrichtungen jeweils zufällig gewählt in den beiden Labors unabhängig voneinander und dann damit die Information über die gewählte Messrichtung Messanordnung in dem einen Labor nicht ins andere Labor kommuniziert werden kann mussten die Messungen so schnell durchgeführt werden dass selbst ein Signal mit Lichtgeschwindigkeit nicht ausgereicht hätte um in der Zeit in der die Messung durchgeführt wurde das Messergebnis oder die Messeinstellung in das andere Labor zu kommunizieren also extrem strikte Bedingungen unter denen diese Experimente durchgeführt wurden und dann noch eine weitere Anforderung war dass die Detektionseffizienz mit der die Atome detektiert wurden kein Detektor ist perfekt manchmal registriert er nichts obwohl da ein Atom ist dass diese Detektionseffizienz hinreichend hoch ist weil sonst könnte man argumentieren vielleicht zeigen nur die beobachteten Atome die Verschränkung und alle anderen die man nicht beobachtet hat zeigen sie nicht und wenn man die aber auch beobachtet hätte dann wären die Korrelationen nicht so stark also man macht da Annahmen die eigentlich dem gesunden Menschenverstand beim Experimentieren widersprechen fast schon also warum sollte es so sein dass nur die Teilchen die ich zufällig in meinem Detektor beobachtet habe sich so verhalten und alle anderen anders nur damit sie mir sozusagen einen Fehler in meinem Experiment machen also sowas nimmt man normalerweise in der Naturwissenschaft nicht an dass sich die Atome gegen einen verschworen haben aber bei diesen Experimenten in der Quantenphysik wird zum Teil unter solch rigorosen Bedingungen experimentiert und um dann sicherzustellen dass die Spinnrichtung wirklich zufällig gewählt wird an den verschiedenen Orten und nicht vorhergesehen werden kann werden dann solche Experimente in zwölf Labors gleichzeitig weltweit über die Welt verteilt durchgeführt und das ist dieser sogenannte Big Bell Test die zufälligen Messanordnungen werden generiert von mehr als 100.000 Teilnehmern an diesem Experiment die irgendwo auf der Welt sitzen und auf ihren Smartphones oder ihren Computern ein Spiel spielen und dadurch zufällige Zahlen generieren die dann wiederum die Messeinstellungen in den Labors bestimmen die Richtungen entlang derer gemessen wird um sicherzustellen dass da auch wirklich keine Korrelation besteht zwischen den verschiedenen Orten an denen gemessen wurde und die Daten werden dann live ins Internet gestellt sodass auch jeder mitverfolgen kann wie diese Verletzung der Bell'schen Ungleichung in dem Fall dann im Experiment zustande kommt also das möchte ich nur erwähnen um zu zeigen unter welch rigorosen Bedingungen da teilweise experimentiert wird gut mittlerweile haben diese Experimente Eingang in Technologie gefunden oder man ist dabei Technologien zu entwickeln die auf diesen Quantenphänomenen beruhen das ist die Quantentechnologie möchte ich jetzt noch ein kurzes paar Beispiele dafür geben das Doppelspaltexperiment ist ein Experiment wie ich schon angetönt habe mit dem man sehr präzise messen kann das hier ist ein Doppelspaltexperiment mit Atomen hier werden die Atome tatsächlich durch so eine Art spaltförmige Anordnung auf zwei Wegen durch die Apparatur geschossen und hier hinten detektiert also ziemlich analog zu unserem Gedankenexperiment und hier sind die Interferenzstreifen und jetzt ist es so wenn man dieses Experiment rotiert dann verschiebt sich das Interferenzmuster hier und man kann eine Präzisionsmessung der Rotation machen und es gibt also verschiedene Entwicklungen weltweit wo solche Atominterferometrischen Experimente immer kleiner und kompakter gemacht werden damit man damit mit dieser quantenmechanischen Interferenz dann genauere Rotationsmessungen machen kann ein anderes Beispiel sind Atomuhren Atomuhren beruhen auch auf Interferenz zwischen Spinnzuständen beispielsweise und die genauesten Uhren der Welt die beruhen also auf quantenmechanischen Superpositionen und solchen Phänomenen und nur um ein Beispiel zu geben wie genau man da messen kann die Atomuhren die derzeit die Weltzeit definieren die haben eine Genauigkeit von 7 mal 10 und minus 16 das bedeutet dass zwei solche Uhren wenn man sie miteinander vergleicht in 50 Millionen Jahren nur eine Abweichung von einer Sekunde hätten und optische Atomuhren die derzeit in Entwicklung sind haben sogar nur eine Abweichung von einer Sekunde in 15 Milliarden Jahren das heißt wenn diese Uhren über das gesamte Alter des Universums gelaufen wären dann würden zwei solche Uhren nur um eine Sekunde voneinander abweichen also das sind die genauesten Messungen die man überhaupt machen kann die Zeit kann man so genau vermessen wie keine andere Größe und das beruht letztendlich auf quantenmechanischen Phänomenen diese Uhren und Interferometer nutzen aber die Quanteneffekte noch nicht voll aus derzeit werden diese Phänomene wie Superposition Verschränkung und Quantenzufall auch hier in der Schweiz in Zürich in Basel und so weiter weiter erforscht und es wird an einer Quantentechnologie gearbeitet wo man zum Beispiel diese Tatsache dass sich der Zustand von Quantensystemen ändert wenn man sie misst ausnutzt um abhörsichere Kommunikation zu realisieren wenn man nämlich mit einzelnen Quantenteilchen kommuniziert dann kann man feststellen ob sie abgehört wurden oder nicht weil die Messung des Abhören unweigerlich Fehler und Unschärfen verursacht oder man kann das Phänomen der Superposition und Verschränkung zu verwenden in Quantencomputern um enorm hohe Rechenleistungen für bestimmte physikalische Probleme zu generieren die gibt es noch nicht zu kaufen aber die sind derzeit in Entwicklung die Quantensensoren und Messinstrumente habe ich schon erwähnt parallel zu dieser technologischen Entwicklung finden die Experimente der Quantenphysik mittlerweile auch ihren Weg ins physikalische Praktikum wir haben hier in Basel so ein Doppelspalt Experiment entwickelt das wirklich Tabletop ist also eine kleine Apparatur die ist auch portabel die nehme ich häufiger mit in Schulen um dort mit den Schülern Quantenmechanische Experimente zu machen und diesen Film den sie vorher gesehen haben der wurde also mit diesem Demonstrationsexperiment aufgenommen und so versuchen wir diese Quantenmechanischen Experimente sozusagen auch in die Öffentlichkeit insbesondere in die Schulen zu tragen weil letztendlich ist unsere Überzeugung dass diese nicht intuitiven Konzepte der Quantenphysik nur deswegen nicht intuitiv sind weil wir mit ihnen nicht vertraut sind weil wir nicht von Kindesbeinen an gewöhnt sind quantenmechanisch zu denken letztendlich machen wir nämlich alle ständig Doppelspalt Experimente mit klassischen Teilchen Torwand schießen oder jedes Kleinkind das mit Bauklötzen spielt und die fallen lässt und aufeinander stellt und so weiter erforscht die Gesetzmäßigkeiten der klassischen Physik auf eine intuitive Weise und was unser Traum wäre sozusagen ist auf eine ähnliche Weise Spielzeug und Experimente zur Verfügung zu stellen die dieses quantenmechanische Verhalten zeigen und damit letztendlich schon Kinder experimentieren lassen dann wäre mal interessant zu sehen wie intuitiv für diese Kinder dann plötzlich wenn sie erwachsen sind diese quantenmechanischen Phänomene sind und in dieser Richtung gehen auch Entwicklungen wie die Quantenspiele die die Computersimulationen entwickelt werden und quantenmechanisches Verhalten zeigen hier gibt es ein Beispiel für ein Quantenspiel wo man auch in einer Art Doppelspaltexperiment hier Atome delokalisieren kann das ist ein Computerspiel das kann man spielen oder es werden Computerspiele entwickelt in Basel mit denen man bestimmte Fragestellungen des Quantencomputings spielerisch erfahren kann und ich sehe das durchaus als eine Progression in unserem Verständnis wenn wir von Gedankenexperimenten zu Laborexperimenten bis schließlich ins Spielzimmer von Kindern irgendwann gekommen sind wo man diese Phänomene dann wirklich intuitiv untersuchen kann ok damit dabei möchte ich es jetzt glaube ich auch bewenden lassen und danke für die Aufmerksamkeit Herzlichen Dank Herr Treutlein auch wenn ich nicht alle Facetten der Quantenphysik verstanden habe was ich gespürt habe ist dass Experimentieren in ihrem Feld Freude und Spaß machen kann und dass damit sehr viel Herzblut in Basel geforscht wird gibt es Wortmeldungen Ich habe die Frage sozusagen eines Ignoranten wenn wir wenn ich jetzt also einfach mal annehmen soll das mit der Unschärfe ist sozusagen das Basis Verhalten im Quantenbereich wieso kann ich dann damit beliebig genau zeitliche Messungen durchführen das ist eine extrem gute Frage also beliebig genaue Messungen sind nicht möglich aber also die Frage ist wenn diese Unschärfe fundamental ist und in der Natur ist warum sind dann ausgerechnet Quantenphänomene der Schlüssel zu präziseren Messungen der Punkt ist diese Unschärfen sind sehr klein und man muss sich sehr anstrengen wenn man ein Messinstrument baut dass man überhaupt von diesen quantenmechanischen Unschärfen begrenzt ist die allermeisten Messinstrumente die man kaufen kann sind nicht durch Quanten Unschärfen sondern durch klassische Unschärfen begrenzt durch irgendwelche störenden Einflüsse durch Temperaturschwankungen durch Rauschen Schallwellen irgendwas elektronisches Rauschen wenn man wenn man dann aber die Kontrolle über die Systeme so weit erhöht dass man schließlich von dem Quantenrauschen begrenzt ist dann hat man schon ein extrem gutes Messinstrument und das ist tatsächlich bei diesen Atomuhren so die Atomuhren sind durch das Quantenrauschen begrenzt aber eben auf einem Level wo sie schon enorm gut messen und die Forschung die arbeitet jetzt tatsächlich daran das ist was was wir in unserem Labor machen dieses Quantenrauschen geschickt auf die zwei Größen X und P zu verteilen so dass wir noch genauer messen können das stellt sich dann nämlich raus wenn ich in dieser Uhr die Zeit messen möchte dann ist sozusagen nur eine der beiden Komponenten X oder P relevant für meine Messungenauigkeit für die Zeit dann kann ich die entsprechende Komponente verringern auf Kosten einer erhöhten Unschärfe in der anderen Komponente und solche Tricks da sind wir dran zu arbeiten um die Messinstrumente noch genauer zu machen ja ich meine ein ein wesentliches also die Unschärfe ist ja ein wesentliches Charakteristikum der Quanten Physik soweit ich das verstehe was nur sehr eingeschränkt ist und es ist ja wohl offensichtlich so dass diese Theorie extrem gut in der Tat experimentell belegt ist das aber das Problem darin besteht dass sie nicht kompatibel zu sein scheint mit der Relativitätstheorie also wenn man die Quantenebene verlässt dann kriegt man kein einheitliches Weltbild physikalisch so habe ich es verstanden das erinnert mich so ein bisschen an ein Phänomen das ich aus meiner Profession kenne das natürlich nicht bei weitem so komplex ist aber doch vielleicht von der Struktur ein klein bisschen Ähnlichkeit aufweist und zwar gibt es in der Ökonomik das sogenannte Law of Demand das Law of Demand sagt ganz einfach naja das was wir empirisch beobachten das beobachten wir eigentlich überall auf allen Märkten ist wenn der Preis eines Kultes steigt geht die Nachfrage zurück wäre simpel jetzt wollen wir aber versuchen dieses Verhalten der Nachfrage zurückzuführen auf das Verhalten eines einzelnen Entscheiders man muss ja wir versuchen ja wir erklären ja aggregierte Nachfrage Verhalten auf Märkten es sind ja immer viele Akteure die da tätig sind indem wir das Kalkül des Einzelnen erklären und was sich gezeigt hat ist das funktioniert nicht es gab keine Theorie die also keine auf der Haushaltsebene auf der individuellen Ebene keine überzeugende Theorie die wenn man das Ganze dann aggregierte zu einer Fallennachfragefunktion sicher führte weil es bestimmte Ausnahmen gibt die immer auftreten können und das ist in einem gewissen Sinne unscharf so wie es hier auch unscharf unscharfen gibt das Rätsel Lösung am Ende oder die Lösung die man dann letztendlich als Lösung akzeptiert hat ist ganz einfach zusammengefasst Aggregation schafft Struktur also wenn ich einfach ein statistisches Argument nehme und mir vorstelle ich habe eine bestimmte Verteilung über bestimmte Streuungen dann kann ich mir angucken wie bei welchen Verteilungen bekomme ich wenn ich über diese Verteilung aggregiere immer noch eine fallende Nachfrage hin und da hat sich gezeigt das funktioniert immer die Streuung in den Atomen gewissermaßen ändert nichts an der Struktur des Aggregats das ist das Ergebnis zu dem letztendlich dann die theoretische Forschung auf dem Gebiet nach ziemlich langer Zeit gekommen ist gibt es da irgendeine Analogie zur Physik also wird in dem Sinne auch über versuchen gucken ob ich es richtig verstanden habe also zunächst zu der Bemerkung Inkompatibilität Relativitätstheorie und Quantenphysik das muss es ist in der Tat richtig es gibt noch keine vereinheitlichte Theorie der Quantengravitation aber es ist nicht so dass sozusagen Experimente mit Gravitation oder so der Quantenphysik widersprechen sondern Experimente zur Gravitation werden im Regelfall in einem Bereich gemacht von makroskopischen Systemen wo diese Quanteneffekte in der Gravitation selber noch nicht in Erscheinung treten können weil sie zu klein sind also es ist nicht so dass man in Gravitationsexperimenten einen Widerspruch gefunden hätte zur Quantenphysik es wäre in der Tat sehr spannend Experimente zu machen mit Gravitation auf dem Quantenlevel aber da ist man noch relativ weit davon entfernt und die Problematik ist eher dass man die Theorien noch nicht zusammen kriegt also man weiß noch nicht wie die Theorie der Quantengravitation aussieht aber es ist nicht so dass die Gravitationsexperimente der Quantenphysik widersprechen mein Punkt ist noch mehr dass was Sie gesagt haben ist dass eben durch diese Quanten Erkenntnis der Quantenphysik dieses Weltbild in Frage gestellt wird und plötzlich die Welt nicht mehr deterministisch erscheint das ist jetzt der zweite Teil meiner Antwort also man kann sich anschauen wie sich oder eine wichtige Frage in der Quantenphysik ist wie kommt denn das klassische Verhalten zustande das wir auf makroskopischer Ebene sehen und da gibt es das Phänomen der Dekohärenz dass man da entdeckt hat dass nämlich wenn ein Quantensystem sehr stark in Wechselwirkung steht mit seiner Umgebung und man diese Umgebung nicht gleichzeitig kontrolliert dass dann sich diese quantenmechanischen Phänomene wie Interferenz und Verschränkung und so weiter auswaschen und wenn man hinreichend Coarse Grains sozusagen auf makroskopischer Ebene bekommt man dann das klassische Verhalten wieder aber das erklärt zwar warum wir bei makroskopischen Objekten im Regelfall keine Quantenphänomene sehen aber das löst nicht das grundsätzliche Problem von dem Indeterminismus weil ich kann nämlich diesen quantenmechanischen Indeterminismus in meinem Experiment sehen als das Teilchen blitzt auf dem Bildschirm an dieser Stelle auf oder an dieser Stelle auf und ich könnte makroskopisch oder Entscheidungen mit makroskopischen Konsequenzen davon abhängig machen das ist dieses berühmte Schrödinger Katzen Gedankenexperiment wo er gesagt hat er der Zerfall eines Atoms wo es dann eben diese Überlagerungen gibt und so triggert dann eine makroskopische Konsequenz nämlich irgendeine Giftflasche die dann zerstört wird und eine Katze tötet oder eben nicht und auf Ebene der Katze wird man nie eine Superposition von lebender und toter Katze sehen sondern nur das eine oder das andere aber den Ausgangspunkt hat der Indeterminismus oder die makroskopische Konsequenz dann letztendlich auf der mikroskopischen Ebene wo diese Zufälligkeit herrscht also die mikroskopischen Ereignisse können makroskopische Konsequenzen haben ich kann meine Entscheidung wann ich heute den Zug nehmen davon abhängig machen oder deswegen bekommt man den Indeterminismus nicht aus der Natur raus auch wenn man versteht warum makroskopische Systeme dann dieses Verhalten nicht zu zeigen scheinen aber diese Schnittstelle ist in der Tat auch nach wie vor ein interessantes und spannendes Forschungsgebiet zu schauen bis zu welcher Größe von Systemen beobachtet man dann die Quantenphänomene ja letztendlich Verstärkungsmechanismus aber das genau zu verstehen ist eine spannende Frage also die ist noch nicht vollständig beantwortet würde ich sagen ja wunderschöner Vortrag und sehr anschaulich und sehr verständlich auch dargelegt es hat mich auch gefreut weil die ganzen Bilder die sie gezeigt haben mir wieder klar gemacht haben wie viel Nähe zwischen der Quantenphysik und meinem Fach sind wo wir eben beide Beobachter Probleme und schärfe Relationen haben wir schauen uns ein Feld an in vielen Teilchen die eben Menschen sind und hier eben das Indeterministische und der Zufall auf der Quantenwelt zwei kleine Fragen das eine ist Sie haben immer Quantenteilchen gesagt und wie operieren Sie mit dem Begriff Materiewelle nutzen Sie den überhaupt also Wellebild Teilchenbild also wie stehen Sie dazu und die andere Frage eine rein technische Frage der Atomchip den Sie gebaut haben und das Tabletop Experiment das Sie gebaut haben was sind so die zeitlichen Dauern wie ist das mit der Abnutzung an welcher Stelle sagen Sie okay jetzt ist einfach irgendwie over und wir müssen das Experiment abbauen und was Neues uns ausdenken okay zwei Fragen die erste Frage Quantenteilchen ist für mich einfach das Problem beim Reden über die Quantenphysik ist dass keiner der klassischen Begriffe natürlich vollständig passt also ein Atom verhält sich nun mal wie eine Welle oder wie ein Teilchen je nachdem was ich genau für eine Versuchsanordnung habe oder es propagiert wie eine Welle und kommt danach auf dem Schirm wie ein Teilchen zum Vorschein da kann man sagen es propagiert als Materiewelle den Begriff verwenden wir das ist ein Standardbegriff und dieses Atom bezeichne ich als Quantenteilchen um einfach deutlich zu machen es ist kein klassisches Teilchen das kann eben auch diese Welleneigenschaften zeigen also Quantenteilchen ist für mich einfach nur der Kontrast zu klassischem Teilchen das Quantenteilchen kann auch Welleneigenschaften haben dann die Zeitskalen des Experimentierens ja so eine Apparatur lebt wenn sie gut konstruiert ist schon 10, 15 Jahre also unser Chip ist jetzt 10 Jahre alt wir sind immer noch fleißig am Experimentieren wir schreiben Papers wir haben neue Ideen was wir damit realisieren können und solange das nicht aufhört werden wir mit dieser Apparatur weitermachen vielleicht geht sie irgendwann kaputt ein zu großer Strom in einem dieser Drähte und der Draht wird durchbrennen hoffentlich passiert es nicht haben wir gewisse Vorkehrungen getroffen und solange wir damit noch interessante Physik machen können werden wir weiterarbeiten also ich würde sagen 10, 15 Jahre kann schon der Horizont von so einem Experiment sein man macht dann natürlich nicht immer denselben Versuch sondern wir haben ein so eine Messkampagne mit Konzeption Durchführung vielleicht gewissen Änderungen am Experiment und Auswertung und so dauert dann vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr und dann schreibt man ein Paper und dann überlegt man sich was macht man als nächstes wir machen also mit dieser Apparatur mittlerweile Dinge an die haben wir nicht gedacht als wir die Apparatur konzipiert haben also sowas kann man dann auch immer natürlich weiterentwickeln Ja da war natürlich auch großer Idealismus dabei und die Hoffnung natürlich dass irgendwann dieser Chip funktionieren wird aber was ich dass ich letztendlich eine Karriere drauf aufbauen konnte kann man schon so sagen weil ich meine dieser Chip macht immer noch kürzlich haben wir ein Paper in Science veröffentlicht der genau das genau mit diesem Chip gemessen wurde das hätte ich mir damals ja habe ich mir nicht gedacht also hätte auch sein können dass nach zwei Jahren Schluss ist oder er kaputt geht oder nie funktioniert das gehört zu den Unwägbarkeiten beim Experimentieren Ich möchte zu etwas am Anfang Ihres Vortrags sagen Sie haben gesagt in dem Quantenbild verschwindet die objektive Realität zugunsten der Informationen die wir über die Systeme haben und das glaube ich muss man nicht so sehen im Grunde sind all die Merkwürdigkeiten der Quantentheorie ja praktisch eine Folge des Superpositionsprinzips das Superpositionsprinzip tritt auch in der klassischen Wellentheorie auf oder in der klassischen Elektrodynamik zum Beispiel und niemand würde dort sagen es gibt da keine Realität ich würde sagen in der Quantenmechanik gibt es genauso die objektive Realität die sieht nur anders aus als wir sie uns klassisch vorstellen wollen und das zum Beispiel Ihre Verschränkungsbeispiele sind ja gerade ein sehr hartes Beispiel dafür wie diese objektive Realität vorhanden ist Sie können dieses Experiment exakt vorhersagen nur nicht alles gewisse Dinge können Sie strikt vorhersagen nämlich die Verschränkung aber das einzelne Atom dann nicht das liegt halt daran dass die Realität anders aussieht als wir sie gerne hätten Gut das sind jetzt viele Punkte da kann ich versuchen der Reihe nach also zunächst mal der Vergleich mit der also ich denke man kann schon sagen dass in der Quantenphysik die objektive Realität ein bisschen in den Hintergrund tritt man kann mit einem ganz objektivistischen irgendwie oder mit der Annahme dass es die Realität unabhängig von der Beobachtung gibt glaube ich diese Experimente nicht wirklich zufriedenstellend erklären außer man nimmt solche Dinge an dass es in dieser objektiven Realität sowas wie nicht lokale verborgene Variable gibt und solche Dinge die Analogie mit der Elektrodynamik und den Wellenphänomenen in der klassischen Physik was das Superpositionsprinzip angeht stimme ich zu das Superpositionsprinzip ist ein Wellenprinzip das gibt es dort auch was es bei den klassischen Wellen nicht gibt ist der Teilchencharakter Sie können eine klassische Welle immer weiter abschwächen und sie immer weiter teilen und so weiter Sie haben nicht diese Diskretheit die Sie haben in der Quantenphysik die Tatsache dass ich nur auf meinem Schirm einen einzelnen Klick am Ende bekomme das ist eben der Nachweis des Teilchencharakters ich kann das noch genauer machen ich kann zwei Detektoren hinter die beiden Spalte tun und ich werde in keinem Experiment beobachten wenn ich einzelne Teilchen vorne reinschieße dass beide Detektoren klicken das ist der Nachweis dass ich wirklich nur ein Teilchen habe das hat man in der klassischen Wellentheorie nicht in der klassischen Wellentheorie habe ich immer die Welle die delokalisiert ist über beide Spalte und damit auch beide Detektoren zum Klicken bringen könnte also da kann man klare experimentelle Unterscheidungen machen zwischen einer klassischen Wellentheorie und der Quantenmechanik jetzt was die Verschränkung angeht es ist richtig in diesem verschränkten Zustand ist es so dass man bestimmte Vorhersagen machen kann also man kann vorhersagen dass zum Beispiel die Teilchen antikorreliert sein werden aber ich kann nicht das Messergebnis vom einzelnen Teilchen vorhersagen und das war das kann man sagen ist ein Widerspruch zu einer zu einer objektiven Realität die gleichzeitig noch irgendwie lokal ist wo die Eigenschaften eines Teilchens nur von dem abhängen was an dem Ort dieses einen Teilchens ist und das ist in der Quantenphysik eben nicht mehr so da hängen offensichtlich die Eigenschaften dieses Teilchens davon ab was an einem ganz anderen Ort noch passiert und diese Nicht-Lokalität die wird in diesen Bell-Tests einer sehr strikten Prüfung unterzogen und ist nicht vereinbar mit einem lokalen Realismus ein nicht lokaler Realismus wäre denkbar aber das ist auch sehr unbefriedigend es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Betrachtungsweise ich würde auch immer noch sagen die Quantenmechanik ist deterministisch nur was sie vorhersagt ist anders als das was wir gerne hätten dass sie zum Beispiel die Wahrscheinlichkeitsverteilung werden ja exakt vorhergesagt das ist richtig also Quantenphysik heißt nicht anything goes es gibt klare Grenzen innerhalb derer sich dieser Zufall manifestiert aber man kann zum Beispiel aus diesen Bell-Tests aus diesen Korrelationsexperimenten über große Distanzen kann man zwei mögliche Schlussfolgerungen ziehen entweder das einzelne Messergebnis ist wirklich absolut zufällig oder ich könnte mit diesen Korrelationen Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit und wenn ich die Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit nicht akzeptieren möchte dann muss ich akzeptieren dass das einzelne Messergebnis zufällig ist na gut ich würde sagen Realität ist was ich im Experiment beobachte zufällig genau ok man kann sagen die Realität ok die Realität ist nicht deterministisch ja ok also ein anderer Experimentator kann die gleichen Ergebnisse statistisch dieselben Ergebnisse finden oder auch im Einzelexperiment wird er dann wenn er auf denselben Bildschirm schaut auch dasselbe Ergebnis notieren also in dem Sinn ist es transferierbar also zwischen verschiedenen Menschen die würden sich einigen was da rauskommt ja